Wir lesen heute den gemeinsamen Abschnitt zur Betrachtung. Unser heutiges Thema ist Apostelgeschichte 8, ab Vers 4. Zum besseren Verständnis möchte ich gerne auch die zweite Hälfte von Vers 1 lesen. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostolów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Czwarty wiersz, jest pierd. Szczerzeci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i łomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy mali i wielcy liczyli się z nim, mówiąc, ten człowiek to moc Boża, która nazywa się Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, że gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostoły z Jerozolimy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze stąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział, dajcie im i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przez to odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony z zamysłu serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej złości i w więzach nieprawości. Szyłą zarząd powiedział i rzekł módlcie się Wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co opowiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. Jest bezpływąc pan coś. Od kilku lat możemy rozważać dzieje apostolskie. I spoglądamy chętnie wstecz na niektóre z błogosławieństw, które mogliśmy przeżyć. W rozdziale pierwszym i drugim znaleźliśmy wielkie prawdy chrześcijańskie. Erstens, ein Mensch im Himmel. Kapitel 1. Rozdział 1. Człowiek w niebie. Der Jezus auferstanden und jetzt verherlich zu Rechten Gottes. Pan Jezus zmartwychwstały i teraz uwielbiony po Prawicy Bożej. In kapitel 2. Eine göttliche Person wohnend auf der Erde. W drugim rozdziale Boża osoba, czy istota, mieszkająca tutaj na ziemi. Gott, der Heilige Geiste, in den Gläubigen persönlich und in der Versammlung wohnend. Bóg, Duch Święty, który osobiście w każdym wierzącym mieszka i w zgromadzeniu też. In kapitel 2. hatten wir diese erste große christliche Rede betrachtet. W drugim rozdziale rozważaliśmy pierwszą wielką chrześcijańską przemowę. Und wir hatten gesehen, wie Petrus aufschließt für die Juden. I widzimy, jak Piotr otwiera dla to, otwiera dla Żydów tą możliwość. Der Jezus hatte im in Mateus 16 die Schlüssel des Reiches gegeben. W Mateusza 16 Pan Jezus dał mu klucze Królestwa. Und Petrus benutzt sie in kapitel 2 im Blick auf die Juden. I Piotr używa ich w związku z Żydami w drugim rozdziale. Viele kommen zum Glauben und werden getauft. Wiemu uwierzyło in unserem Kapitel Apostelgeschichte 8 benutzt Petrus sie im Blick auf die in Samaria. W naszym rozdziale Piotr używa tych kluczy w związku czy w okolicznościach w Samarii. Und in Kapitel 10 wird ja die Schlüssel benutzt im Blick auf die Nationen. A w 10 rozdziale użyje tych kluczy co do narodów. Wir hatten gesehen, wie die entstandene versammlung gewachsen ist in Jerusalem. Mogliśmy widzieć, jak to powstałe Zgromadzenie w Jerozolimie wzrastało. Sie verharten in der Lehre der Apostel in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Oni trwali w Nauce Apostolskiej w Lamaniu Chleba und in Modlitwach. Aber immer wenn Gott wirkt, wird auch Satan aktiv. Aber zawsze tak ist, że gdy Bóg działa, to i Schatan ist aktywny. Und es gab Schwierigkeiten von außen für die junge Verzamlung. I były trudności z zewnątrz dla tego Młodego Zgromadzenia. Kapitel 3 und 4 Rozdziały 3 i 4 Ale es gab auch Schwierigkeiten von innen heraus Ale powstały również trudności wewnątrz. Kapitel 5 und 6 Rozdziały 5 i 6 Aber unter der wirksamkeit des Heiligen Geistes können die Schwierigkeiten überwunden werden. Ale pod działaniem Ducha Świętego te wszystkie trudności mogą być przezwyciężone. Und der Heiliger Geist fand auch solche Gottes fürchtige Vor zwei Jahren haben wir Kapitel 7 betrachtet. Dwa lata temu rozważaliśmy 7 Rozdział Widzieliśmy kolejne świadectwo złożone dla Żydów Mianowicie o uwielbionym Chrystusie w niebie i było ono złożone przez jego sługę Szczepana i mogliśmy się zadziwiać jak wyraźnie jeszcze raz zwraca się Pan do swojego ludu ale i to świadectwo odrzucili tak jak ukrzyżowali Pana Jezusa i przez to odrzucili to świadectwo Pana jako człowieka na tej ziemi tak samo i ukamienowali Szczepana i przez to odrzucili to świadectwo uwielbionego Pana od nieba i teraz przechodzimy do naszego rozdziału zaczyna się zaczyna się nowy urybek w naszej księdze i trzy wprowadzające myśli po pierwsze wybawienie z tych zewnętrznych okoliczności z prześladowania spełnia spełnia się to zadanie czy to polecenie to polecenie Pana które wypowiedział w pierwszym rozdziale w ósmym wierszu będziecie moimi świadkami sowohl w Jerozalem zarówno w Jerozolimie jak i w Judei i Samarii i aż po krańce ziemi i tutaj wierzący wychodzą i jeszcze raz mogliśmy czytać w pierwszym wierszu do Judei i Samarii a później wyjdą i również na cały świat zewnętrzne okoliczności nie były proste ale Bóg używa tych okoliczności aby Jego plan się spełnił to będziemy rozważać to jest pierwszy punkt który chciałem pokazać drugi punkt w tym rozdziale po raz pierwszy ten obszar Królestwa Bożego jest większy niż obszar Zgromadzenia po raz pierwszy jest kreis der Bekener größer als der die echtes Leben po raz pierwszy ten obszar tych wyznawców jest większy niż tych którzy mają prawdziwe życie z Boga Simon der Zauberer lässt sich taufen Szymon czarnoksiężnik dał się ochrzcić ale on nie miał życia z Boga Piotr miał dar rozróżniania do Bóg dadurch kann es offenbar i przez to mogło to zostać ujawnione to jest drugi punkt i to jest trudem Ducha Bożego by pokazać że to wszystko jest jednym dziełem jest jedno zgromadzenie i to zgromadzenie składa się z wierzących którzy są w Judei ale i także w Samarii i to jest ten wielki temat w tym rozdziale apostołowie pozostali w Jerozolimie i teraz przychodzą do Samarii i jednają się z tym co tam się wydarzyło to nie była niezależność i Duch Boży używa apostołów aby oni włożyli ręce i tamci otrzymali Ducha Świętego i to jest bardzo jasno widzialne czy widoczne że to jest jedno zgromadzenie ten punkt chciałem wprowadzająco przekazać jako trzeci i będziemy to jeszcze w szczegółach rozważać Ci którzy się rozproszyli poszli verkündigen das Wort głoszą słowo i jeden jest szczególnie tutaj zmieniony Filip jeden z tych siedmi z szóstego rozdziału on miał tą służbę diakona i wiernie ją wykonywał on jakby uzyskał czy zdobył piękne stanowisko i ta służba rozprzestrzeniała się on tutaj wypełnia tą służbę Ewangelisty i co głosi Chrystusa wspaniała zawartość jego głoszenia ale jetzt sindi fünf Minuten vorbei teraz minęły te pięć minut und wir werden weiter das Wort betracht i będziemy dalej rozważać to słowo od tego nowego urywka który się tutaj zaczyna w ósmym rozdziele mówił już Pan Jezus Pan Jezus często mówił w podobieństwach i te podobieństwa są tak pasujące że jest to frapujące w Mateusza 22 znajdujemy to podobieństwo o tym Królu który przygotowywał usztę weselną i na tą ucztę byli zaproszeni goście i widzimy że ten Król trzykrotnie wysyła słup pierwszy raz jeszcze przed weselem i to możemy widzieć tym jak Pan swoich uczniów wysyłał za swojego życia w tych dwójkach gdy oni szli głosić do ludu izraelskiego ale ci zaproszeni mieli wszelkie możliwe wymówki i nie przyszli jeszcze raz wysłał sług do tych samych ludzi i mówi wszystko jest gotowe tu się znajdujemy w tym czasie po krzyżu tu mamy tą służbę apostołów którą widzimy w dziejach apostolskich od drugiego rozdziału i gdy po raz drugi oni zostali zaproszeni to nie tylko mówią że nie mamy czasu i nie jesteśmy zainteresowani ale oni nawet zabili tych posłańców i to mogliśmy widzieć w osobie Szczepana pierwszy męczennik umgebracht umgebracht von den Juden zabity przez Żydów i król mówi ci zaproszeni nie byli godni i wysyła tych sług jeszcze raz na ulicę na skrzyżowania i mówi zwierzcie zwołajcie wszystkich ktokolwiek przyjdzie i jesteśmy teraz właśnie w tym miejscu widzieliśmy Szczepana jako tego świadka uwielbionego Chrystusa w niebie on został odrzucony i zabity i Bóg używa właśnie między innymi apostołów aby to dzieło mogło się rozprzestrzeniać od Judei po Samarię i koniec końców po wszystkie zakątki ziemi nawet jeśli w tym momencie tutaj w naszym rozdziale apostołowie jeszcze nie wykonują tego zadania to Pan wykorzystuje tych rozproszonych to jest coś jedynego w swoim rodzaju ta nieprzyjaźń rozprzestrzeniała się wobec chrześcijan dlaczego ci główni nie zostali rozproszeni przecież to oni głównie głosili w okolicach czy w świątyni i to jest coś szczególnego że ci którzy jeśli to tak możemy określić byli cichymi oni zostali wypędzeni ale Bóg tak działał w swoim dziele odnosząc się do tych którzy zostali jako apostołowie w Jerozolimie od razu na myśl przychodzi że Bóg mógł ich zostawić aby w 15 rozdziale dziejów mogli być obecni razem aby rozstrzygnąć ważną kwestię oddzielającą chrześcijaństwo od judaizmu Musimy pamiętać o tej ważnej linii rozdzierającej Kościół od Pogaństwa i od judaizmu Zgodnie z 1 Koryntian 10 32 to są trzy odrębne grupy Kościół Poganie i Żydzi chrześcija trzy zgodnie chrześcijaństwa chrześcija judaizmu Ich möchte drei Punkte erwähnen zu den Versen 4 und 5. Ich möchte drei Punkte erwähnen zu den Versen 4 und 5. Wir sehen, dass das Wort weiterlief, sie gingen umher. Und wenn wir, so der Herr will, zu Kapitel 11 einmal kommen, dass wir kurze Zeit später in Vers 19 sehen, dass es bis Antiochien gekommen ist, dass sie, wenn ich das richtig verstanden habe, geografisch 450 Kilometer ungefähr, so hat Gott Gnade geschenkt, dass das Wort sich verbreitet. Widzimy więc, dass Bóg darl war, dass das Wort sich verbreitet. Der zweite Punkt ist, dass sie das Wort verkündigten. Die Christen hatten noch kein Buch des Neuen Testamentes. Die Christen hatten noch kein Buch des Neuen Testamentes. Aber haben sich sehr Neutestamentlich verhalten. Später schreibt Paulus an die Römer, wie sollen sie glauben, wenn ihnen nicht das Wort verkündigt wird. Und das ist auch für uns bis heute sehr wichtig, wenn wir evangelistisch stetig sind, ist der Schwerpunkt die Verkündigung des Wortes Gottes. Daran hat sich nichts geändert. Das ist die Grundlage, das ist der Schwerpunkt. Dann haben wir in Vers 5 eben, dass es Samaria erreicht. Und das ist der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte. Und das ist der dritte Punkt, den ich erwähnen möchte. Es ist die Gegend, wo auch der Jesus hindurch gegangen ist. Und in Johannes 4 sehen wir sehr deutlich, wie eine starke trenung zwischen Juden und Samaritern war. Und in Johannes 4 steht, dass die Juden nicht mit den Samaritern war. Und die Frau sagt, ihr sagt, Jerusalem sei die Stadt und wir sagen. Und deswegen ist das so wichtig, was Christian schon angedeutet hat. Es war eine große Gnade, dass Samaria erreicht wurde. Es war eine große Gnade, dass Samaria erreicht wurde. Und wir sehen im ganzen Verlauf, wie Gott diese Schwierigkeit vorbeugt. Und wir werden das betrachten. Und in dieser Gegend wurde der Christus verkündigt von Philippus. Und das ist der letzte Bezug zu Johannes 4. Und das ist der letzte Bezug zu Johannes 4. Gerade dort lesen wir in Johannes 4, dass die Samariter sagten, der Jesus ist der Heiland der Welt. Das zeigt, wie sich das Wort Gottes, das Evangelium des Christus nicht auf Juden oder Samaritern bezieht, sondern auf alle Menschen. Das zeigt, wie sich das Evangelium nicht nur auf Juden, sondern auch auf Samaritern und auch auf den ganzen Welt. Ich möchte einen Vers aus dem ersten Timotheus 5 lesen. Er ist Timotheus 5, Vers 8. Ich möchte einen Vers aus dem ersten Timotheus 5, Vers 8. Wenn aber jemand für ihn sein und besonders für ihn auskunft nicht sorgt, so hat er den Glauben verreutert und ist schlechter als ein Ungläubiger. Die Zersprachen gingen umher und verkündigte das Wort. Die Zersprachen gingen aus dem ersten Timotheus 5, Vers 9. Die Zersprachen gingen aus dem ersten Timotheus 5, Vers 9. Sie haben keine Wirtschaftsbereitschaft. Sie mussten für ihre Familie sorgen. Und das haben sie sicherlich alle sehr sorgfältig gemacht. Das heißt mit anderen Worten 24 Stunden am Tag arbeiten. Aber das Wort sagt hier, sie verkündigten das Wort. Sie waren so von dem Herrn Jesus erfüllt, dass sie einfach nicht schweigen konnten. Sie waren so von dem Herrn Jesus nicht schweigen. Das war genauso wie bei den Aposteln. Das war genauso wie bei den Aposteln. Das war auch bei Aposteln. Es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen haben, nicht zu reden. Und wie schön wäre das, wenn das von uns auch gesagt werden könnte. Wir wissen, wie schön wäre das, wenn wir uns auch sagen würden. Das war sehr einfach. Ganz vieles. Aber voll dynamic. Aber voll dynamic. Aber voll im Glabanne, Jesus Christus. Das war sehr einfach. Das war ganz einfach. In der Anfang der Apostelgeschichte haben wir gelesen, dass Petrus zu Tausenden von Zuhörern gesprochen hat und Tausende zum Glauben haben. Jetzt ändert sich das Bild, wir können sagen, dass sie nicht als Einzelne zu Tausenden sprechen, sondern Tausende sprechen zu Tausenden. Also nochmal, zu Beginn der Apostelgeschichte sehen wir den einen, den Einzelnen, der zu Tausenden spricht. Aber wir haben letztens in einem Vortrag gehört, dass die Geschichte der Apostelgeschichte weiter andauert. Die Gläubigen verkündigen, anhaltend das Wort, das Evangelium. Aber wir sehen mehrheitlich, was wir im Fall von Philippus sehen. Dass er das Evangelium zu einer einzelnen Person weiter trägt. Paulus. Oder Paulus. Als er dieses Haus mietete. Und Leute von außen einlud, um das Evangelium zu predigen. Wir können heute genauso handeln. Wir können heute genauso handeln. Klugweise sage ich mal, damit wir auch den Leuten das Evangelium verkündigen. Um ihnen den Christus zu predigen. Das Wort zu verkünden. Ich habe in den letzten Tagen von einem Bruder gehört, der jeden Tag, jede Woche auf den Markt geht, um dort das Evangelium zu predigen. Er ist dort dadurch bekannt. Und er tut es regelmäßig. Vielleicht hast du diese Voraussetzungen nicht, oder die Gabe, um vor Tausenden zu predigen. Aber ganz persönlich, so wie hier, können wir von Ort zu Ort gehen und mit den Einzelnen reden. Offensichtlich war es der Wille Gottes, dass keiner der Apostel in Samaria die gute Botschaft verkündigte. Wydaje się, że to było wolą Bożą, by żaden z apostołów nie głosił dobrej nowiny w Samarii. Warum werden wir dann in Verswerte noch sehen? Und wie dieser Dienst jetzt zustande kam, meine ich, ist sehr lehrreich für uns. Und nicht nur in Verbindung mit Vers 4 und 5 lernen wir gewisse Prinzipien, wie Gott einen Dienst initiiert. Nicht nur in Vers 4 und 5 sehen wir, wie Gott den Dienst initiiert. Erstens haben wir in Vers 4 gesehen, er benutzt umstände dazu. Und die Frage für uns stellt sich... Wнуть nur die Umstände, die Gott führt, mit ihnen zu benutzen? Die Gläubigen hätten sich beklagen können. Sie hätten jammern können. Aber das haben sie nicht getan, sondern sie haben das Wort gepredigt. Nutzen wir die Umstände, in die der Herr uns durch seine Weisheit führt, um für ihn tätig zu sein. Und hier ist nicht von solchen die Rede, die eine besondere Gabe hatten, sondern die Zerstreutten. Tutaj nie ma mowy o tych, którzy mieli jakieś szczególne dary, ale tu jest mowa o tych po prostu rozproszonych. Das heißt, es geht uns alle. To oznacza, że jest to mowa do nas wszystkich. Zweitens sehen wir in vers 5. Po drugie, w wierszu 5 widzimy. Philippus aber ging hinab. Ale Philipp dotarł. Das heißt, das zweite ist, ich muss doch mein Herz haben. To oznacza, że ja muszę mieć to w sercu. Hier lesen wir nicht von einem besonderen Auftrag oder irgendetwas besonderem. Tutaj nie czytamy o jakimś szczególnym poleceniu, zadaniu, albo czymś w tym rodzaju. Sondern er tat, was in seinem Herzen war. Ale on uczynił to, co było w jego sercu, po prostu. Das heißt, du musst auch eine Entscheidung haben in deinem Herzen. Ich möchte dem Herrn dienen. To znaczy, że musisz mieć w swoim sercu to postanowienie, chcę służyć Panu. Dann finden wir drittens. I po trzecie. Ich greife jetzt ein wenig vor. I chciałbym teraz wypiec do przodu. Nur um dieses Bild mal abzurunden. Aby pokazać ten ogólny obraz. Ver 26 ein Engel beauftragt ihn später. 26 wiersz widzimy, że Anioł Pański dał mu polecenie. Gott benutzt seine Geschöpfe auch, um uns auf eine Möglichkeit oder auf einen Dienst hinzuweisen. Bóg wykorzystuje swoje stworzenie, aby nam wskazać pewne zdarzenia, czy pewne okoliczności. Das kann dein Nachbar sein, das kann dein Mitbruder sein, wer auch immer. To może być twój sąsiad, twój brat, ktokolwiek. Und viertens. I po czwarte. I po czwarte. In vers 29 wiersz. Der Geist. Duch. Letztlich ist es der Geist Gottes, der in unserem Herzen und darüber hinaus uns antreiben muss, einen Dienst zu tun. Koniec końców to Duch, Święty, czy Duch Boży, ist Tym, który nas zachęca, albo popycha do tej służby. Manchmal wird das eine, manchmal das andere betont. Czasami ist podkreślone jeden Aspekt, czasami drugi. Hab wir Herzen, die den Herrn dienen wollen. Ale obyśmy mieli serca, które chcą służyć Panu. Dazu gehört auch, do tego też należy, sich nicht entmutigen zu lassen. Nie pozwolić się zniechęcać. Jetzt war der erste Diakon, war hingerichtet worden, Stefanos. Pierwszy z Diakonów, który był osądzony, to był Szczepa. Lente der nächste, Philippus, auch einer der Diakon haben wir gehört. I słyszeliśmy, że Filip też wykonywał tą służbę. Mit ihr sagen können zu gefährlich. Mógłby powiedzieć, no to jest zbyt niebezpieczne. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Aber er hat sich nicht entmutigen lassen. Und wir leben auch in schwierigen Umständen. Und wir leben auch in schwierigen Umständen. Und wir leben auch in schwierigen Umständen. In aller mögliche Hinsicht. Aber jedoch, we wszystkich, wszelkich möglichen Warunkach. Dann wollen wir, wie Philippus uns Herz fassen, zu dienen, tätig zu sein. Dann wollen wir, wie Philippus uns Herz fassen, zu dienen, tätig zu sein. Es ist ein weiteres Feld, ein weiteres Arbeitsfeld. Są wielkie obszary do pracy. Und wir haben wir Herzen, die dem Herrn dienen wollen. Und wir haben die Herzen, die zu dienen, tätig zu sein. Und wir haben, wie Philippus uns Herz fassen, zu dienen. Und wir haben, wie Philippus uns Herz fassen. Und wir haben, wie Philippus uns Herz fassen. Und wir haben, wie Philippus uns Herz fassen. Und wir lernen, dass die Verkündigung des Evangeliums nicht nur für die Apostel reserviert war. Dass das nicht eine Aufgabe ist, die sie ausschließlich tun durften. Das ist auch für uns eine Belehrung, dass die Verkündigung nicht nur für besonders begabte Brüder unter uns ist. Natürlich gibt es solche, die diese Gare ganz besonders haben. Aber jeder von uns darf und soll das tun in den Umständen, in denen wir leben. Der zweite Punkt ist, dass die Apostel in Jerusalem sind. Der zweite Punkt ist der, dass die Apostel, die in Jerusalem leben, für mich auch eine gewisse bildliche Bedeutung hat. Wir wissen, dass Jerusalem, das bedeutet, miasto pokoju. Jerusalem ist die Stadt des Friedens. Und die Apostel sind in dieser Stadt des Friedens geblieben. Für mich ist das ein gewisses Bild, dass sie in dieser Atmosphäre des Friedens geblieben sind. Auch auf eine besondere Weise gebraucht werden konnten in Vers 14. Vielleicht deswegen, weil sie in Frieden geblieben sind. Das ist auch für uns wichtig. Wenn wir gebraucht werden wollen, dann muss es diese Grundlage des Friedens geben. In dem Epheserbrief ist die Gabe des Herrn Jesus an die Versammlung mitgesagt, wird dort genannt. Wenn ich das richtig sehe, ist jedoch nur Philippus der Einzige, der wirklich namentlich der Evangelist genannt wird. Der Timotheus wurde von Paulus aufgerufen, den Dienst eines Evangelisten zu tun, wird aber nicht der Evangelist genannt. Eine Sache ist eine Sache, eine Gabe des Evangelisten zu sein. Und eine andere, den Dienst des Evangeliums zu tun, den jeder von uns tun darf. Und alle von ihnen haben diesen Dienst getan, auch Paulus, obwohl er nicht Evangelist genannt wird. Also in dem Vergleich zwischen Philippus und Stephanus, Sie haben beide das Zeugnis von Christus abgelegt. Sie haben beide das Zeugnis von Christus abgelegt. Stephanus hat jedoch sein Leben dafür lassen müssen. Und Philippus finden wir dabei im Gegensatz als Vater von vier Töchtern später in der Apostelgeschichte. Das bedeutet, dass wir nicht der Verfolgung irgendwie nachgeben oder unterliegen wollen. Przez całą historie chrześcijaństwa prześladowanie towarzyszy bieżący. Durch die gesamte Kirchengeschichte durch das Verfolgung gegeben. Aber genau so hat es und wird es Bereiche in der Christenheit geben, wo in Ruhe und Frieden das Wort betrachtet und für den Herrn gelebt werden konnte. Ich möchte gerne drei Punkte sagen. Ich möchte gerne drei Punkte przytoczyć. Zuerst, dass Christus geprägt wurde. Po pierwsze, Christus był głoszony. Zweitens, die Einmütigkeit. Po drugie, jednomyślność. Drittens, die Zeichen, die da geschahen. Christus verkündigung ist etwas anders, als Jezus verkündigung. Głosić Chrystusa to jest coś innego, niż głosić Jezusa. Wenn von Jezus gesprochen wird, sieht man meistens seine Niedrigung bis in den Tod. Wenn von Christus gesprochen wird, sieht man seine Auferweckung. Wenn von Christus gesprochen wird, sieht man seine Auferweckung. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass dadurch gezeigt wird, dass Jesus Christus aufgestanden ist, dass Gott dieses Werk anerkannt hat. Und wir dadurch Gottes Gerechtigkeit bekommen. Wir sind rechtfertigt in dem Herrn Jesus. Gott sieht uns so, als wenn wir nie gesündigt hätten. Gott sieht uns so, als wenn wir nie gesündigt hätten. Und das gibt uns Kraft. Und das gibt uns Kraft. Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus dem zweiten Korintherbrief, kapitel 5. Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sich gestorben und aufweckt worden ist. 5. Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sich gestorben und aufweckt worden ist. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samech żyli, lecz dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Heute wird oft gepredigt nur über den Tod des Herrn Jesus. Dzisiaj często głosi się o śmierci Pana Jezusa. Das ist aber zu wenig. Ale to za mało. Damit wird nur der Punkt betont, unsere Sünden sind vergeben. Tu jest podkreślany punkt, że nasze grzechy zostały przebaczone. Gott möchte aber mehr. Aber Bóg chce więcej. Er möchte, dass wir das volle Evangelium predigen. Bóg chce, byśmy głosili pełną Evangelium. Und das geht weit über das hinaus, dass nur unsere Sünden vergeben sind. Und das geht weit über das hinaus, dass nur unsere Sünden vergeben werden. Und das geht weit über das hinaus, dass nur unsere Sünden vergeben werden. Zum Beispiel, dass wir mit sitzen in den Himmlischen Örtern. Das ist wichtig, dass Ihnen der Christus geplägt wurde, das Volle Evangelium. Der zweite Punkt ist die Einmütigkeit. Der zweite Punkt ist die Einmütigkeit. Wir haben eben schon angedeutet, dass Ihnen Frieden war. Wie kann man Einmütig sein? Jezus sagt uns in Philippa 2, dass wir die Gesinnung des Herrn Jezus haben sollen. Dann können wir Einmütig oder eines Sinnes sein. Was ist denn die Gesinnung des Herrn Jezus? Der sich selbst zu nichts gemacht hat und gehörsam war bis zum Tod am Kreuz. Der sich selbst zu nichts gemacht hat und gehörsam war bis zum Tod am Kreuz. Zu nichts machen und gehörsam sein. Was denken wir oft von uns selbst? Was denken wir oft von uns selbst? Bin ich besser als der andere? Ich selbst zu nichts machen, wie der Herr Jezus es getan hat. Der dritte Punkt ist das Zeichen geschahen. Das Zeichen geschahen. Das Zeichen, die damals geschahen waren bestimmt für die Anfangszeit der Christenheit. Und dazu möchte ich auch eine Stelle lesen aus Mark 16. Vers 17. Diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie dämonen austreiben. Warum hat Gott die Zeichen für die Anfangszeit gegeben? Weil es gerade den Juden besonders schwerfiel das Evangelium zu glauben. Wieso? Die Juden waren das auserwählte Volk Gottes. Und sie hatten die größten Probleme damit anzuerkennen, dass jetzt eine Zeit der Gnade angefangen war. Und dass das auch noch allen Menschen galt. Und dass diese Evangelium ist für alle Menschen. Deswegen geschahen Sie diese Zeichen. Deswegen geschahen Sie diese Zeichen. Deswegen geschahen Sie diese Zeichen. Ich würde gerne noch mal anknüpfen an dieses Wort, dass er Ihnen den Christus predigte. Wir haben heute schon etwas dazu gehört. Aber auch schon in der Evangelium hat Petrus gesagt. In Matthäus 16 hat Petrus gesagt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Für die Juden hatte jedoch dieser Begriff Christus eine andere Bedeutung, als er es für uns heute hat. Für die Juden war das der Gesalbte, der Gesandte von Gott, der Messias. Und hier Philippus nicht der Messias. Philippus jedoch nicht der Messias. Lech schlägt Christus als Glauben, als er Glauben. Und er schlägt ihm das Haupt der Kirche. Das sehen wir in Apostolgeschichte 2, wo uns berichtet wird, dass diesen Gott zum Herrn und Christus gemacht hat. Das heißt, den Verworfenen, den Gekreuzigten, den Getöteten hat Gott zum Haupt und Christus gemacht. Und genau diesen Christus, dieses Verherrlichte Haupt im Himmel predigt Ihnen jetzt Philippus. Das verleiht natürlich der Botschaft von Philippus eine immense Autorität. Es ist doch erstaunlich, dass er in erster Linie das Wort predigte, die Zeichen folgten danach. Diese Wunder waren also einfach ein Zusatz, eine Bestätigung des Gesagten. Und das ist auch der Herr in Markus 16. Und wir lesen dann an einer anderen Stelle, dass der Herr mithalt, indem er mitwirkt durch Zeichen und Wunder. Warum? Weil die Leute an das Wort glauben sollten, nicht an die Wunder, die dem folgten. Und deswegen lesen wir in Vers 12, als sie aber Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte. Und von Philippus, im Gegensatz dazu, von Simon, im Gegensatz dazu lesen wir, dass er außer sich geriet, als er die Wunder sah. Philippus verkündigte also keine Lehre, er verkündigte eine Person. Und wir haben uns daran erinnert, dass es geht um den Herrn Jesus, der gestorben, auferweckt und verherrlicht ist. Aber wenn Philippus eine Person verkündigte, dann meine ich, macht uns das deutlich, dass er derjenige, der evangeliert, er muss eine Liebe zu den Verlorenen haben, muss eine Liebe zu dem Verlorenen haben, aber er muss eine Beziehung zu der Person haben, die er verkündigte. Aber er muss eine Beziehung zu der Person haben, die er verkündigte. Eine intensivere Beziehung zu dem Herrn Jesus, dem Verherrlichten Herrn. Das beeindruckt sein von seiner Person muss sein, das gibt der Botschaft ihren Wert, ihre Authentizität. Wenn wir gehört haben, dass die Volksmengen gelesen haben, dass sie Volksmengen zuhörten und sahen, dann ist eben schon gesagt worden, erst hören und das ist das entscheidende. Und das, was sie dann anschließend sahen und das, was sie dann anschließend sahen, das hat das Gehörte bestätigt. Und ich möchte die beiden Verse, die angedeutet wurden, doch kurz vorlesen aus Markus 16, vers 20. Da lesen wir, der Herr wirkte mit und bestätigte das Wort durch die darauf folgenden Sachen. Und eine weitere Stelle aus Hebräer 2. I drugie miejsce aus Hebräer 2. Vers 3. Da geht es um eine so große Rettung, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat. Und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Potem potwierdzone nam, przez tych, którzy słyszeli. Wobei Gott außerdem mitzeugte. I poza tym Bóg poręczył je również znakami sowohl durch zeichen als durch wunder und manchalai wunderwerche und austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej Woli. Und dann gab es eine reakcjone. I wtedy była reakcja. Was lesen in Vers 7. To czytamy w siódmym wierszu. Der Teufel gibt sein teren niemals kampflos preis. Diabeł nigdy nie oddaje swojego terenu bez walki. Denn von vielen, die unreine geister hatten. Bo wielu, którzy mieli te nieczyste duchy, fuhren sie aus. One wychodziły. Aber wie? Aber wie? Schreiend mit lauschenki. Z wielkim krzykiem. Und das zeigt uns die gewalt Satans. To nam pokazuje moc Satana. Aber Christus ist stärker. Aber Christus ist stärker. Aber Christus ist stärker. Möchte als weiteres Beispiel aus Markus 9 einen Vers lesen. I jako kolejny przykład z Marka 9. Markus 9, Vers 25 in der Mitte. 25 wiersz w środku. Da gebiet der Jesus. Pan Jezus tutaj nakazuje. Du stummer und tauber Geist. Ich gebiete dir. Fahrę von ihm aus. Und fahre nicht mehr in ihm. Duchu niemy i Głuchy nakazuję Ci. Wyjd z niego. I już nigdy do niego nie wracaj. Und schreiend. Und ihn sehr hin und her zerrend. Fuhr er aus. I krzyknął. I szarpnął nim gwałtownie. Po czym wyszedł. Das war eine unmittelbare konfrontation zwischen der Macht des Herrn Jezus. To była bezpośrednia konfrontacja pomiędzy mocą Pana Jezusa. Und der Macht Satans. I mocą Schatana. Aber den sieg trägt der Herr davon. Ale zwycięzcą ist Pan. Aber wir lernen daraus welche gewalt Satan hat. Ale tutaj możemy się nauczyć i zobaczyć jaką moc ma Schatan. Und das Ergebnis lesen wir dann in Vers 8. I jako rezultat czytamy wiersz 8. Große Freude in jener Stadt. Wiele radości w tym, w owym mieście. Wojewa Freude? Z czego? Über Heilung? Z tych uzdrowień? Ja, über Heilung auch. Na pewno też. Aber war es nicht hauptsächlich, wie der weitere Verlauf zeigt die Freude über die Botschaft, die Sie gehört hatten? Ale jak dalej będziemy wiedzieć, czy ta radość nie była przede wszystkim z tego poselstwa, które słyszeli? Die Botschaft von Christus. To poselstwo o Chrystusie. Und die führte sie zum lebendigen Glauben an eben diesen Christus. I ta poselstwo prowadziło ich do tej żywej wiary w Chrystusa. Das Ergebnis war große Freude. Więc z tym rezultatem była ta wielka radość, czy wiele radości. Und im folgenden, sehen wir dann welche reakcjone bei den geretteten, bei den bekehrten auslösten. I będziemy widzieli, jaka to, jaka była reakcja u tych, którzy byli wyratowani. Und wie Gott dann sein Siegel darauf gab in vers 17. I jak Bóg swoją pieczęć na to położył w 17. wierszu. Dass sie den Heiligen Geist empfingen. Że otrzymali Ducha Świętego. Aber das Beispiel Simons, das Zauberos macht klar. Ale ten przykład Szymona, Czarnoksiężnika. Es waren eben nicht alle. Pokazuje nam jasno, że tak nie wszyscy takimi szczerymi byli. Alle hatten gehört. Wszyscy słyszeli. Alle hatten gesehen. Wszyscy widzieli. Aber nicht alle hatten geglaubt. Ale nie wszyscy uwierzyli. Wir könnten die Frage stellen, warum gibt es heute keine wunderbare verkündigung? Moglibyśmy postawić to pytanie, dlaczego dzisiaj nie ma takiego cudownego ogłoszenia? Ich sage nicht, dass das grundsätzlich nicht geht. Nie chcę też powiedzieć, przez to, że co do zasady takie coś jest niemożliwe. Aber wir sehen doch, dass es wenn überhaupt eine ausnahme ist. Aber wir sehen, dass wenn es jetzt ist, dann ist es nur ein Unterschied. Und ich glaube, ein zweiter Grund, von dem, den wir gehört haben, ist, dass das Wort Gottes in geschriebener Form vorliegt. Ich denke, dass das Wort Gottes in geschriebener Form vorliegt. Wenn wir eben gelesen haben, dass der Herr mitzeugte, dann konnten sich die Apostle, die hier die angesprochenen, nicht auf ein Wort berufen, und das geschrieben steht. Und das ist der Unterschied zu heutiger Verkündigung. Deswegen will ich noch einmal unterstreichen, was Burkhardt eben gesagt hat. Wie wichtig das ist, das Wort Gottes vorzustellen. Und ich möchte mich mit einer Stelle aus dem Lukas, dem Evangelium noch einmal untermauern und das Wort aus dem Lukas, dem Evangelium noch einmal untermauern und in Kapitel 16 erzählte Herr Jesus diese Sache von dem Reich und dem Lazarus, die beide gestorben sind. Und der Reiche findet sich in der Kwar wieder. Und der Reiche findet sich in der Kwar wieder. Und bitte nun, Abraham, sende doch einen zu meinen Brüdern, damit sie nicht auch hierher kommen. Und jetzt les ich Vers 29 bis 31 in Kapitel 16. Lukas 16, 29. Abraham aber sprach zu ihnen, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie auch diese hören. Also beschriebenes Wort Gottes. A więc zapisane Słowo Boże. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von ihnen, von den Toten zu ihnen geht, werden sie Busse tun. Und er sagt, nie, ojcze Abrahamie, aber wenn jemand von den Toten geht, wenn jemand von den Toten geht, dann wird sie überzeugen. Und die Antwort, Vers 31 er aber sprach zu ihnen, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und die Antwort, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Wir sehen, welchen Wert das Wort Gottes hat. Wir sehen, welchen Wert das Wort Gottes hat. Weil sie auf das geschriebenes Wort Gottes nicht hören. Weil sie auf das geschriebenes Wort Gottes nicht hören. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Und ich glaube, das ist heute nicht anders. Und deswegen noch einmal der Appell an uns. Wenn wir zu Ungläubigen reden, wenn wir zu Ungläubigen reden, wenn wir zu Ungläubigen reden, dann müssen wir uns und sollten wir uns auf das geschriebenes Wort Gottes berufen. Ich möchte mit ein paar wenigen Sätzen noch mal auf etwas zurückkommen, was Wilhelm anfang sagte. Diese Zerstreuten hatten hab und gut verloren. Ci rozproszeni stracili swoje majątki. Wann wahrscheinlich völlig mittellos. Być może byli w ogóle bez środków do życia. Byli prześladowani. Co my zrobilibyśmy, gdybyśmy się w takiej sytuacji znaleźli? Czy nie staralibyśmy się najpierw znaleźć jakąś pracę? Jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy przebywać? Dla naszej rodziny, dla nas samych? Nie czytamy tutaj tego o nich. Gdzie spali wieczorem, w nocy? Być może gdzieś na powietrzu? Z pewnością też, jeśli ktoś uwierzył, to przyjmował takich do siebie, do domu. My osobiście tutaj nie znamy takich okoliczności. Ale widzimy, jak Pan Jezus płonął w ich sercach. Jeszcze jedna rzecz. Filip też był jednym z tych rozproszonych. I czytaliśmy, że on miał to piękne postanowienie w swoim sercu, że dotarł do tego miasta. To tak możemy odebrać, jak on by praktycznie sam tam poszedł. Jeśli jesteśmy prześladowani, to czy nie mamy takiej potrzeby, by ktoś stał przy naszym Bogu? Może jakiś brat, albo dwóch braci? Gdy w zeszłym tygodniu byłem we wschodniej Ukrainie. I przyleciałem na lotnisko w Kijowie. I w informacji zapytałem, czy ktoś mówi po angielsku. Bo ja nie znam słowa po rosyjsku. Powiedziano mi nie. Nikt nie mówi po angielsku. To byłby mi szczęście, że 4 godziny później Robert Tepli landał. Bardzo się cieszyłem z tego, że 4 godziny później miał wylądować Robert Tepli. Brat. Który umie rosyjski. Bo czułem się bardzo osamotniony tam. Ten Filip tutaj idzie samotnie. Jest prześladowany i idzie samotnie. Ale on miał postanowienie w swoim sercu. Wyobrażał to sobie tak, że widział, że ci poszli tam, ci w inną stronę, jeszcze inni gdzie indziej. To on postanowił, że ja pójdę do tego miasta. Czy może też mieliśmy takie kiedyś myśli? Ten brat idzie w tą dzielnicę Katowic i rozdaje traktaty. A ktoś inny idzie do innego miejsca. Nie trzeba tutaj dalej tego tłumaczyć. Chyba wszystko jest jasne. Czy są to rzeczy, które nas poruszają? I też mi się wydaje, że te znaki i cuda, o których tutaj czytaliśmy, nie czynili ich wszyscy rozproszeni. Tutaj czytamy je w odniesieniu do Filipa. I ostatnia myśl. D.h. od tych mieszkańców miasta, że oni jednomyślnie słuchali. To była łaska Boża. U Pawła było to czasem inaczej w przypadku Pawła. Część w synagodze przyjmowała słowo, a druga część powodowała powstań czy rozruch. I ci obędani nie krzyczeli, gdy on głosił. Nie czytamy tutaj o tym. Te złe duchy krzyczały, gdy musiały wyjść z tych ludzi. Jakże wielka była moc Boża, która wszystko trzymała w ryzach. Że ten tłum jedną myśl nie słuchał. Czyż nie powinniśmy się modlić za ewangelistów, aby był widzialny, czy był ten efekt. Żeby było jednomyślnie, żeby wszyscy słuchali. Aby nie było już w czasie głoszenia jakiegoś niepokoju, bo to jest wtedy trudny moment. Wiersza od czwartego do ósmego widzieliśmy następujące. Że w Samarii była przygotowana rola. I teraz można było zebrać plom. Przy którym Filip był jednym z narzędzi. W następnym odcinku pojawia się druga osoba. W kolejnym urywku przed nami stoi inna osoba. Simon der Zauberer Szymon Czaroksiężnik. Chciałbym wymienić trzy rzeczy, które są zupełnie przeciwne do Filipa. Po pierwsze Szymon Czaroksiężnik. Po pierwsze Szymon Czaroksiężnik. W tym, co czynił, posługiwał się mocą szatańską. Filippus dagegen był jednym zewnątrz, w którym była zainteresowana. Jednak Filip był narzędziem, przez które ukazywała się moc Boża i w którym ona działała. Chciałbym bardzo wprost ostrzegać przed wszelkimi czarami. Zobaczmy, że są może niektórzy harmliwe tricki. Może znacie bardzo dziecinne zabawy i tricki. Ale tak się zaczyna i ślizujemy powoli na ślizki grunt. A szatan właśnie czyha na to, by tylko stopę wstawić między drzwi. Drugi punkt. Szymon Czaroksiężnik o sobie sądził, że był kimś wielkim. A co czynił Filip? On głosił Chrystusa. On jego powiększał. I podkreślał to, że ten, który umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, jest ten wielki. Ten Mesjas zapowiedziany w Starym Testamencie. I trzecia rzecz. W 11 wieczu czytamy, że ludzie szli za Szymonem. A jaki był cel głoszenia Filipa? Żeby słuchacze szli za Chrystusem. To właśnie jest tak cudowne w Ewangelii Jana w I rozdziale. że on zaprowadził go do Jezusa. To musi być celem każdej służbie i dziś. Seelen z Chrystus. Złączyć dusze z Chrystusem. Wstr plano. W Łěki śistors 1319 roku. Teraz jest bez можетеМić i to, co Christian explained enough. W6iesmy Opinion. W9-14. are a toma zıyorsunuz. Und die das Wunder des Ergebnisses des Wirkens von Philippus umso größer machen. Które cud i oddziaływania tego cudu w działaniu Philippa jeszcze bardziej powiększają. Also seines Dienstes. Krótko mówiąc, jego służby. I tu mamy przedstawiony obraz pewnego męża. A ja dla siebie liczba nie ma żadnego znaczenia, ale wyliczyłem osiem takich cech opisujących tego człowieka. Und das ist ja ein Portrait, das Gott durch Lukas von ihm zeichnet. I to jest poniekąd istotne, ponieważ ten obraz maluje tutaj Bóg o nim. Und sie alle stehen im gegensatz zu Philippus, oder wir können auch sagen zu einem Gläubigen. I każda jedna z tych cech jest przeciwna do Philippa i do wszystkich gierzących. Erstens von ihm wird gesagt, er war ein Mann. Po pierwsze, czytamy o nim, żebym mężczyzną, mężem. Philippus wird später evangelist, oder gläubiger genannt, aber nicht einfach Mann. Philipp nazywamy jetzt evangelista, a nie po prostu mężczyzna. Was ist dein Merkmal? Bist du einfach nur ein Mensch, ein Mann? Oder bist du ein Gläubiger, sichtbar geprägt durch den Glauben? Czym ty się cegujesz? Jesteś po prostu człowiekiem, mężczyzną? Czy jesteś człowiekiem znanym wiat przez wiatę? Zweitens, er hat einen natürlichen Namen. Po drugie, niósł bardzo naturalne i radowite imię. Simon. Simon. Der hört sich gut an. Brzmi nieźle. Erhörung. Znacza, że ktoś, kto słucha, albo został wysłuchany. Philippus hatte keinen so angenehm Namen. Philipp nie miał tak niele brzmiącego znaczenia, als zu ihm. Fair Freund. Znaczenie jego imienia było Przyjaciel Koni. Aber das war die natürlichen Namen. Darauf kommen sie nicht an. Aber to było znaczenie jego naturalnego imienia. I to nie ma żadnego znaczenia. Der eine hatte eine Bekierung erlebt, der andere nicht. Das ist das Entscheidende. Jeden Ciener wróci, drugi nie. I to ist istotne. Es gibt ungläubige, die einen sehr feinen charakter haben als Mensch. Das sind esariesfache. Man kann so nicht信 dankbar sein. Aber damit kannst du verloren werden. Aber damit kannste kein so interesser. Das kannst du verlieren. Und mit einem so judaen. Aber damit kannst du verloren werden. Ich kann so etwas beschränkt werden. Drittens. Über die Zaubera haben wir gehört? Aber das eine war ein Berg Gottes, das andere des Teufels. Viertens, er brachte die Leute außer sich. Und wir haben gehört, dass bei Philippus das Ergebnis war große Freude. Was hier nicht erwähnt wird, ist aber natürlich notwendig, dass vorher Buse und Umkehr stattfand. Ein Bruder hat schon darauf hingewiesen, dass im Blick auf Simon auch Philippus die Werke des Philippus ihn nur außer sich brachten. Aber wenn eben das Wirken des Geistes Gottes oder ein gutes Herz fällt, dann ist das nicht außer sich bringt, wie Buse, Turm und Freude. Aber wenn die Ewangelie und die Worte kommen, dass es ein gesundes und Freude gibt, dann ist das Einbruch. Viertens, er stellt sich selbst im Mittelpunkt, sagt er von sich, dass er jemand groß ist. Viertens, er führt dazu, dass sie ihm anhängen. Es ist sehr auffallend, dass das selbe Wort bei Philippus auch benutzt wird. Anhängen. Ciekawe, dass das selbe Wort auch benutzt wird. Bei uns etwas anders übersetzt, etwa sechs. Sie achteten einmütig auf das, was er sagte. Sie achteten einmütig auf das, was er sagte. Mianowicie, in diesen Worten, dass sie jednomyślnie uwagę auf das, was er sagte. Das heißt, Simon zog hinter sich her. Aber Philippus wollte, dass sie das Wort aufnahmen, dass sie an dem Wort anhingen, oder wie Christian gesagt hat, dann eben der Person des Herrn Jesus. Dann fangen wir siebtens, dass von ihm gesagt wird, dieser ist die Kraft Gottes. Die die große genannt wird. Offensichtlich wurde er als die Verkörperung Gottes hier auf dieser Erde gesehen. Und bei Philippus sehen wir, dass von ihm auch keine Rede ist. Sondern das einzige ist, dass er als Instrument, als Sprachrohr Gottes tätig war. Und dann finden wir, als achtes, dass er lange Zeit tätig war. Vers 11. A ósma rzecz, bardzo drugo, dass er działał. Der Teufel hat einen langen Atem. Można powiedzieć, Schatan mal naprawdę drugo wittraue, diese Kondition. Und da finden wir, dass auch Philippus in der Kraft des Geistes Gottes, darf ich jetzt mal so sagen, einen langen Atem hat. Aber Philippus auch, aber hier in der Kraft des Geistes Gottes hat einen langen Atem. Der Herr möchte, dass wir anhalten in dem Dienst, den er uns übertragen hat. Aber wir als Gläubige, wir sollen auch nicht aufgeben nach einer Zeit, sondern weitermachen. Der Herr möchte, dass wir anhalten in dem Dienst, den er uns übertragen hat. Und wir wollen, dass wir trwali in den Dienst, den er uns übertragen hat. Und wir wollen, dass wir trwärten in den Dienst, den er uns übertragen haben, bis es uns ein neues Arbeitsfeld gibt. Bis es uns ein neues Arbeitsfeld gibt. Bis es uns ein neues Arbeitsfeld gibt. Außerung. Wittrwärm. Auch in der heutigen Zeit ein wichtiges Wort. I dzisiaj ważne słowo. Skoro już mowa o Mocy, chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę. Może dla większości jest to zrozumiałe. Wenn wir schon von Kraft und Kraft aus Übung reden, dann möchte ich auf eine Sache hinweisen, die wir in der Offenbarung lesen. Dass Gott allein Kraft und Stärke gebührt. Das sind места, die jasne to zeigen. Und ich möchte, dass, insbesondere in den Jungen, aber nicht nur, die Kraft und Stärke. Und das einfach als eine Warnung, besonders an unsere jungen Menschen. Kraft kommt nur aus zwei Quellen. Die eine Quelle kommt von oben von unserem Herrn. Und die andere Quelle ist von unten. Es gibt keine anderen Quellen der Kraft. Wir leben in einer Zeit, wo viele Christen unterschiedlichen Einflüssen erlegen sind. Weil sie oberflächlich über diese Gedanken hinweggegangen sind. Ich möchte nur ein Beispiel über die Einflüsse, die aus dem Osten jetzt nach Europa kommen. Ich kenne zum Beispiel eine Familie, die ihre Kinder zur Ausbildung von östlichen Kampfsportarten schickt. Und man macht das halt so, aber man übersieht für mich die Tatsache, dass dahinter gewisse Philosophien mit Mächten verbunden stehen. Es gibt sehr viele Pseudomedicinische Fakultäte, die heute entstehen in unseren Gegenden. Wie zum Beispiel die Akupunktur. Wie zum Beispiel die Meditatschen, wie Yoga. Wie zum Beispiel auch eine Art von Meditieren. Wie Yoga. Vielleicht hat jemand mal mit radiestezien zu tun gehabt, also mit dem Entdecken von Wasserquellen unter der Erde. Es liegt mir einfach am Herzen, dass hervorzuheben, es gibt zwei Quellen der Kraft, dass wir nicht mit der Quelle zu tun haben, die von unten kommt. Herr, ich bin mir einfach am Herzen, dass wir nicht mit der Quellen zu tun haben, dass Philippus schon gesehen hat, dass er sich nach Samaria begibt und dort das Evangelium so verkündigt, dass die Menschen es verstehen konnten. Und auch hier sehen wir, wie jetzt ein Mann uns vorgestellt wird und wir denken, vielleicht was haben wir damit zu tun. Wir leben doch in einer völlig anderen Zeit. Wir wollen es auf uns übertragen, daraus lernen, so wie aus jeder Schrift im Wort Gottes für uns eine Bedeutung zu finden ist. Wir wollen, dass Philippus jetzt gar nicht von diesem Simon warnt. Simon geht nicht nach Samaria und sagt den Leuten dort, was alles falsch ist. Philippus, danke. Wir wissen aus 2. König 17, wer die Samaryten waren. Sie hatten viel Götzen dienst. Sie hatten viel Götzen dienst. Er hat Menschen vor sich, die offen sind für solche Einflüsse und er benutzt Signale los. Das ist bei uns auch so. Den Menschen unserer Zeit, aber auch bei Gläubigen. Sie haben es so. Sie sind die Wahrheit, die nicht wahrgenommen. Sie wissen, dass es genauer ist. Sie wissen, dass es immer besser als wir selbst. Sie wissen, dass es sehr gut ist. Aber wir haben wir betrachtet, wie Philippus etwas Besseres vorstellt. Aber wir haben wir betrachtet, wie Philippus etwas Besseres vorstellt. Wie Herr Jesus vorstellt. Das möchte ich gerne auch uns allen mitgeben. Ich möchte, dass wir das heute noch nicht vergessen haben. Auch liebe Jünger. Auch liebe Jünger. Die beste Bewahrung vor den schlechten Einflüssen dieser Welt, egal in welchem Bereich, ist die, sich mit dem Gutem, mit dem Herrn Jezus und dem Wort Gottes zu beschäftigen. Die beste Bewahrung vor dem schlechten Einflüssen dieser Welt, egal in welchem Bereich, ist die, sich mit dem Gutem, mit dem Herrn Jezus und dem Wort Gottes zu beschäftigen. Bis ins Detail. Wir können nicht überprüfen, dass wir alle Schrecklichen Schrecklichen, alle Ziele entstehen. Und das ist auch eine endlose Aufgabe. Wir werden wir nie mit fertig. Es wäre das auch ein niekoinendes Ziel. Wir würden nicht für die Zeit für die Zeit zu beschäftigen. Aber sich mit dem Gutem zu beschäftigen, bringt uns in die Lage, um das Schlechte zu erkennen. Und genau das geschieht hier mit den Samaritanen. Sie haben das bessere, den Herrn Jezus das Evangelium vorgestellt bekommen. Und jetzt sind sie in die Lage gesetzt worden, ihre Traditionen und das falsche, was Simon ihnen vorstellt, zu demaskieren. Und genau das müssen wir auch lernen. Und genau das müssen wir uns selbst lernen. Für uns selbst. Für uns selbst. Und das wollen wir auch gerne uns als Eltern sagen gegenseitig. Wir müssen unsere Kinder dahingehend belehren, ihnen helfen, sie erzählen, dass sie in der Lage sind, das Böse zu demaskieren. Wir haben unsere Kinder, wir haben, wir lernen, wir künstleren, wir künstleren. So können wir mit demaskieren, indem wir mit demaskieren. Es gibt so vieles auf dem Internet, was schön aussieht. Auch auf christlichem Gebiet. Auch da wird in diesem Bereich sehr viel Show geboren. Gdzie szczególnie w tym zakresie oferwano nam i oferuje się nam niesamowicie pokaźne rzeczy. Wunderheilungen sind auf dem Format. Cudowne uzdrawiania mnożą sie. Aber wir müssen lernen dahinter zu schauen, was steckt dahinter? Aber wir müssen lernen, was hinter der Mitte löst sag Quality. Aber wir müssen lernen,咱unut Nada vorstellen. Das Prinzip ist immer geteasuren. Der Mensch will sich groß machen. Und vorsichtig, wenn wir das entdecken, dass Menschen sich groß machen wollen und dass der Herr Jesus fehlt. Das sind doch deutlich die Hinweise darauf, dass das nicht von Gott kommt. Warum hat dieser Abschnitt aus der Apostelgeschichte einen so entscheidenden Einfluss für uns? Aus dem Dienst von Philippus und der Zerstreuten, die nach Samarien kam, lernen wir diese Tatsache, dass Glaube aus der Verkündigung des Reinen Wortes Gottes kommt. Von Simon lernen wir, dass das, was den natürlichen Menschen anzieht, Das sind die Sichtbaren Dinge. Aber diese Sichtbaren Dinge, sie bewirken nicht Glauben und Gehorsam der Wahrheit gegenüber. Das sind also zwei deutlich voneinander unterschiedliche Wege. Die Glaube des Wortes Gottes, die uns zur Wahrheit führt. Und der Glaube an die Sichtbaren Dinge, die nicht zur Wahrheit führen. Das wurde schon untertitelt. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese beiden Wege auch heute zu finden sind in dem Haus Gottes, in der Versammlung Gottes. Oder genauer gesagt, seit diesem Augenblick sind diese beiden Wege, diese beiden Richtungen oder Einflüsse auch heute unter uns zu finden. Und das Interessante ist, dass beide diese Wege sich neben einander gleichzeitig entwickeln. Das ist für uns sehr wichtig, denn Gott, der beschlossen hat, dass in dem Haus Gottes nur die Wahrheit ist, und das ist, dass die Wahrheit in dem Haus Gottes, in dem Haus, 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 in dem Haus. Und genau so sehen wir auch die heutigen Gehorsprache, die Menschen, in dem Haus. Und genau so kann man auch heute die, letztendlich, das christliche Bekenntnis unterteilen in diese zwei Wege. Die, die das Wort alleine wollen, bleiben bei der Wahrheit, letztlich. Die, die das Wort alleine wollen, bleiben bei der Wahrheit, letztlich. Die, die das Wort alleine wollen, bleiben bei der Wahrheit, letztlich. Die sind in der Lage, andere Herzen zum Gehorsam Christus gegenüber zu führen. Równolegle do tego, w tym samym domu, działa wróg, przez rzeczy widzialne. Parallel dazu wirkt der Feind eben durchsichtbare Dinge auch heute. Chciałbym to jeszcze podkreślić, pokazując koniec tego procesu. Das würde ich gerne noch unterstreichen, indem man die logische Konsequenz oder das Ende dieser Dinge vorstellt. Das ist genau so ein Buch, das in der Tessalonischen Kirche, das ist ein Buch gebook ist. Und ich lege das in euch. Und ich lege das, in der Tessalonischen. Da wird er das. Und ich lege das in die Zentralbie. Drugi rozdział. Drugi rozdział. Drugiego listu do Thessalonica. Thessalonica 2, ab Vers 7, bis Vers 11. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna do puty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ufnie Godziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zmleczy blaskiem przyjścia swego. A ów nie Godziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszust wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Niebezpieczeństwo dzisiejszych dni polega na tym, że jesteśmy coraz bardziej odrywani od spisanego Słowa Bożego do rzeczy widzialnych. do zsichtbaren, greifbaren rzeczy. Każdy musi sobie zadać pytanie, jakie miejsce tego rodzaju właśnie działanie zajmuje w jego osobistym życiu. jest to dla nas absolutnie decydujące, wrócić do Słowa Bożego. To jest absolut fundamental, do tego Wrocłego do Zwoju. Simon hatte, bevor Filippus kam, die Stadt gleichsam hinter sich. Durch seine Zauberaie. Hatte er eine bestimmte Stellung in der Stadt. Zauberei wird in der Bibel zum ersten Mal erwähnt. To Czarnowskie Szenstwo, czy to Czarodziejstwo w Biblii jest po raz pierwszy wymienione? Gdy Mojżesz wykonuje, czy czyni te znaki przed Faraonem? Dann können sie anfangs diese Zeichen nachmachen, die Moze machen. To na początku ci, których przywołał Faraon, też potrafili te pierwsze znaki powtórzyć. Aber in dem Moment, wo diese Zeichen leben erzeugen, können sie das nicht nachmachen. Aber in dem Moment, wo diese Zeichen wzbudziły, od Momentu, gdy wzbudziły życie, to w tym momencie nie byli w stanie tego powtórzyć. Damals in Ägypten wurde auch gesehen, dass die Macht Gottes größer ist, als die Macht der Finsternis. I wtedy w Egipcie też to widzieli, że Moc Boża jest większa, niż Moc Ciemności. Ebenso war es hier. I tak samo było tutaj. Die Zeichen, die Filipus da, brachten den Simon zum Erstaunen. Znaki, które czynił Filip, spowodowały, że Szymon był pełen zachwytu. Aber er merkte, wie ihm die felle wegschwangen, nicht? Ale zauważył, jak jemu odpływały, odpływali członkowie, czy ci wyznawcy jego, albo ci, którzy go podziwiali. I po tym, gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa. Bo ja to bym tak określił, że miał nadzieję, że będzie mógł wskoczyć w te jego ślady, albo być takim jego następcą. I miał nadzieję, że on też otrzyma taką moc, jaką on miał. I jak później będziemy czytać dalej, to Piotr to objawiał. I my, co do zasady, dzisiaj nie mamy tych znaków i cudów tak widzialnych, które by Bóg działał. Słowo Boże jest zakończone. I jak właśnie to mówiliśmy, na tym opiera się wiara. I my mamy być takimi, którzy swoją wiarę opierają na Słowie Bożym, a nie na tym, co zewnętrzne. Ale gdy Ewangelii nie wierzy się, i po pochwyceniu, drugi Tesaloniczan czytaliśmy, to wtedy Diabeł będzie obficie czynił te znaki i cuda. I ludzie będą zwiedzeni. Bo przynajmniej w pierwszym momencie ze strony Bożej nic nie będzie się, jak gdyby, działo. Jeśli to tylko znaki sądu. Ale nie będzie tych znaków uzdrowienia i temu podobnych. Dlatego będą wierzyli temu, co będzie mówił ten Antychryst. A więc jeszcze raz, żyjemy w czasach, gdzie te znaki i cuda nie mają miejsca teraz w takich widzialnych sferach. To jest, tak się dzieje, gdy kończy się pewien okres. To było tak u kresu czasu za komu. I o Janie, o Jan Chrzczyciel mówi, że nie uczynił żadnego cudu. Mimo tego, że był największym z proroków. To nie uczynił żadnego cudu. Ale jest o Nim coś innego powiedziane. To wszystko, co powiedział o Panu Jezusie, było prawdą. Oby to i nas charakteryzowało. To wszystko, co mówimy o Panu Jezusie, aby to odpowiadało prawdzie. I z pewnością będą tacy, którzy się przekonają o tym świadectwie, czy z tego świadectwa. Może tylko krótko do tego, co brat powiedział. Być może nieraz to przeżywaliśmy, że właśnie głosząc Pana Jezusa, niosąc Go ludziom, podważano nasze kompetencje do tego. I myślę, że każdy na tej sali z nas, kto ma to na sercu, przynajmniej to już raz przeżył. Że ludzie, po prostu odnosząc się do tego, co słyszą z naszych ust, mówią, że Pan czy Pani nawet nie jest przygotowana, czy przygotowany na rozmowę ze mną. Jest krytykowana nasza osoba, czy pozycja, czy jakiś status społeczny, czy cokolwiek, w każdym razie podważane jest z automatu to, co my mówimy. Ale myślę, że właśnie ta sytuacja z Filippem jest zachętą dla każdego z nas. Czy to młodszy czy starszy. Że to z szacunkiem i z łagodnością mamy czynić, też trzeba to powiedzieć. Apostoł Piotr w trzecim rozdziale, swojego listu o tym też pisze. Petrus schreibt auch in seinem Brief darüber. Ale to, że stoimy po stronie Pana Jezusa w tym świecie, jako Tego, który jest Panem wszystkiego, to daje nam autorytet, aby właśnie to Słowo podawać ludziom. Ale ta tatsaka, że jesteś na Seite des Herrn, to jest autorytet genuk, aby to Słowo podawać, aby to Słowo podawać. I w tym Pan nie nas używa, abyśmy nie wzbraniali się, aby to Słowo właśnie o nim mieści. I możemy być wdzięczni też Panu, że jest na przykład młodzież, która idzie z traktatami, aby je rozdawać. I w tym niech nas Pan używa, gdzie nas stawia, czy to braci, czy siostry pojedynczo, gdzie żyjemy, mieszkamy, czy pracujemy. Mamy tę autorytet, aby to Słowo mieścić. Z wiarą, że ono nie wróci, puste. Bardzo krótko jeszcze, chciałbym coś dodać. Przepraszam. Młodzi ludzie myślą może, że Filip w Samarii to dla nich zbyt odległy przykład. I szukają jakiegoś przykładu bliżej siebie. Dlatego chciałbym takim przykładem się posłużyć. Jednocześnie wykazać, że dokładnie tacy sami ludzie, działający w tym samym Duchu, jeszcze i dzisiaj są skuteczni. Nie tak dawno temu Pan odwołał, o miłego brata i Ewangelistę, o którym mówią czyste krwi Ewangelistę spośród nas w Niemczech. To był człowiek, który niósł ludziom Chrystusa ze Słowem w sercu i rękę. Który ufał temu Słowo i tylko to Słowo niósł ludziom. I skomplikowanych ludzi w skomplikowanych czasach potrafił osiągnąć tym Słowem. Nasz problem dzisiejszych czasów jest ten, że tak mało chcemy się tym Słowem naprawdę zajmować i posługiwać. to nie jest zarzut mój wobec Was bracia. To jest mój problem i to jest Wasz problem. To nie jest zarzut mój, ale to jest mój problem. Samaria przyjęła Słowo Boże, czternasty werset. Szymon uwierzył trzynasty werset. I tutaj widzimy wyraźnie, że jest w Słowie Bożym coś takiego jak wiara od Boga. Jak i wiara ludzka. Czasami próbuje się powiedzieć, że to jest wiara intelektualna. Choć myślę, że intelektualna zadęża problem. Wiara ludzka może być religijna. Wiara ludzka może być moralna. Ale jest ona ludzka. I problem, który widzieliśmy u Szymona. Na przykład w Jana drugi rozdział był, gdy Pan Jezus dokonał cudu przemiany wody wino. I sąd jest ze strony Pana Jezusa, dwudziesty czwarty werset. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co było w człowieku. I mamy też Mateusza siódmy rozdział. W Mateusza siódmy spotkanie Pana Jezusa z ludźmi, którzy całe życie poświęcili aktywnemu szerzeniu religii. I widzimy u nich przejawy pracy, którą ludzie mogliby postrzegać jako pracę Bożą. To jest opisane w 7 od 21, 23. Szokujące jest to, że Pan Jezus nie kwestionuje tych cudów, wypędzania demonów, mówienia w imieniu Pana Jezusa. I w wersie 21, 22, co nam zeigt, że ten Herr nie ma te wątpliwości. Mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Sondern mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Sondern mówi, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Oni uważali się za posłanych. Ale Pan Jezus ich nie posłał. Mieli wiarę ludzką. Czuli się zobowiązani do mówienia w imieniu Pana. Ale Pan Jezus nigdy ich nie znał. I też bardzo ważne jest, my tutaj mamy co prawda przykład dotyczący znaków i cudów. Ale to dotyczy gruntu żydowskiego. Prawdopodobnie 100% z nas pochodzi z gruntu Pogańskiego. Jesteś z nas pochodzi z heidnischem. Żydzi domagali się znaków widzialnych. A Greczy mądrości poszukiwali. Jesteś z nas pochodzi z ludzką. A Greczy mądrości. Dokonując parafrazy można by przeczytać dziewiąty werset z naszego 8 rozdziału. A był w mieście od jakiegoś czasu pewien Pan Profesor. Który zajmował się udowadnianiem na podstawie intelektualnych przemyśleń. Różnych wspaniałych rzeczy. Cały lud miał go w poważaniu. Uważali go za kogoś wielkiego. I my mamy dzisiaj tego typu sytuacje, że zawsze mamy przedstawiać Chrystusa. My nie mamy prowadzić pojedynku z Szymonami, czarnoksiężnikami czy z profesorami. Chysiu jest wystarczy, żeby pozyskać ludzi, aby przyjęli Słowo Boże. Chrystus jest wystarczy, że ludzie z Wrocłów anejmą i glauben. Dzień dobry. Ty wiesz? Bo ma wielką, jest dużą zawartość w nim. Zacznę od środka zacznę. Jest mowa potwierdzona, że Filip coś głosił. To znaczy, że ewangelizował. Głosił dobrą nowinę. I ta dobra nowina jej dawano wiarę. I dlatego 12 wiersz zaczyna się, kiedy jednak uwierzyli Filipowi. Przeczytajmy dokładnie tu. Tutaj nie czytamy, uwierzyli Filipa, ale uwierzyli temu, co Filip mówił, głosił. Ten Szymon chciał, aby ludzie wierzyli w niego. Ale Filip nie chciał, aby ludzie wierzyli w niego. Chciał, aby wierzyli temu, co głosił. Dlaczego jego poselstwo było godne wiary? Ponieważ przedmiotem jego ogłoszenia był Pan Jezus Chrystus. Uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Jetzt lernen wir, was Filipus verkündigt hat. Teraz widzimy, co Filip głosił. Wir haben schon gesehen. Erstens wurde das Wort verkündigt. Już widzieliśmy. Po pierwsze, głoszone było Słowo. Das ist eine Art Oberbegriff. To jest takie ogólne powiedzenie. Und alles, was auch wir heute verkündigen, muss basiert sein auf dem Wort Gottes. I to, co dzisiaj głosimy, musi basować na Słowie Bożym. Zweitens hat uns beschäftigt, dass Filipus den Christus verkündigt hat. Po drugie, Filip głosił Chrystusa. Das heißt die Person, die gestorben ist, die auferweckt ist und jetzt verherlicht ist zur Rechten Gottes. Czyli osobę, która zmarła, została wzbudzona i jest uwielbiona w Poprawicy Bożej. Das deckt sich mit der Predigt des Wortes. To pokrywa się z głoszeniem Słowa. Jetzt kommt etwas drittes, das Evangelium von dem Reich Gottes und den Namen Jezus Chrystus. I trzeci punkt, teraz nowina o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa. Das fällt wieder unter den Oberbegriff, das Wort. Znowu tutaj to się toczy wokół Słowa. Es geht später weiter, in vers 25 wird das Wort des Herrn bezeugt. W 25. werszu czytamy potem, świadczone było o Słowie Pańskim. Und in vers 35 wird das Evangelium von Jesus verkündigt. I w 35. zwiastował dobrą nowinę o Jezusie. Das sind keine unterschiedlichen Ewangelien. To nie są różne Ewangelie. Es ist immer die gleiche Botschaft. To jest ciągle ta sama, to samo poselstwo. Aber der Scheinwerfer fällt immer auf einen etwas anderen aspekt dieser herrlichen Botschaft. Ale to światło pada na różne aspekty tej cudownej nowiny. Das Evangelium von dem Reich Gottes oder über das Reich Gottes ist das Evangelium darüber, dass Jesus Christus Herr ist. Ewangelia o Królestwie Bożym to mówi o tym, dass Jesus Christus ist Panem. Jezus hat ein Reich. Jezus ma Królestwo. Und das steht im Reich der Finsternis. Simon völlig entgegen. I właśnie Szymon stoi całkowicie w przeciwieństwie w tym Królestwie ciemności. Das Reich Gottes ist der Reich, wo Gott durch Jesus Christus regiert. Królestwo Boże jest tym, w którym panuje Jezus Chrystus. Wenn jemand das Evangelium des Christus annimmt, oder auch das Evangelium über das Reich Gottes. Er nimmt Jesus nicht nur als Heiland auf, sondern zugleich als Herr. Er nimmt Jezusa nie tylko jako Zbawiciela, einmal erwähnt in der Apostelgeschichte. Jeśli dobrze policzyłem, to Królestwo Boże jest osiem razy wymienione w dziejach apostolskich. Und fünfmal davon wird es verkündigt. I pięć razy jest o Nim głoszone. Jezus ist Herr. Das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Jezus ist Panem. To jest właśnie Poselstwo Królestwa Bożego. Davon hat Filipus gesprochen. I o tym mówił Filip. Aber dann hat er auch den Namen Jezus Christus verkündigt. Aber er hat auch gesagt im Namen Jezus Christus. Er hat nicht nur über Jesus Christus gesprochen. Er hat nur über Jesus Christus gesprochen. Er hat nur über Namen verkündigt. Aber er hat auch über ihn Namen gekündigt. Der Name steht für das, was eine Person ist. Das Name steht für das, was eine Person ist. Das Name przedstawia nam, das, was eine Person ist. Der Name Jesus Christus ist der Name, der über jeden Namen ist. Imien Jesus Christus ist imienem, das ist über alle Namen. Er ist ein ausgegossen salb, nur lieblich. Er ist tym wylanym olejkiem do namaszczania, tylko przyjemny. Und hier ist es der Name Jezus Christus. Und hier ist es der Name Jezus Christus. Jezus, das ist der Name seiner Menschheit. Jezus, das ist der Name seiner Menschheit. Jezus, das ist imienem Jego człowieczeństwa. Das ist der Retter, der am Kreuz gestorben ist. Das ist der Retter, der am Kreuz gestorben ist. Und Christus, das haben wir gesehen, ist der aufgestandene und verherrlichte Mensch zur Rechten Gottes. A Christus, das ist der Zmartwychwstalli Mensch, der ist bei Prawicy Bożej. Diese Botschaft hat Philippus verkündigt. Und das, das die Nachbarnung sagte Philippus. Von dem wir in Kapitel 4 gelesen haben, oder lesen in der Apostelgeschichte. W czwartym rozdziale czytamy Dziejów. Der Name Jezus Christus ist in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. 4 Vers 12. 4 Vers 12. Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego jemienia pod niebem danego ludziom, przez które u nas mamy. Moglibyśmy w niemieckim jest musimy być zbawieni. Das war der Inhalt der guten Botschaft von Philippus. To jest ta zawartość tej dobrej nowiny Filipa, którą głosił Filip. A ten, który głosił, był godny zaufania. To poselstwo, ta nowina została przyjęta. I mężczyźni i kobiety byli chrzczeni. To jest następstwo wiary. Zostawiam Jonszek. Zostawiam Jonszek. Zostawiam Jonszek. Wie ist das möglich, dass jemand, der in der weiteren Geschichte als unecht entpuppet wird, hier dargestellt wird als jemand, der glaubt? In Johannes Evangelium, in Kapitel 8, dass der Jesus zu den Menschen redete und ziemlich eindrücklich erzählte davon, wer er war und dass der Vater ihnen gesandt hatte, und dann lesen wir in Vers 30 die Worte, als er dies redete, glaubten viele an ihnen. Und dann ist, findet etwas sehr erstaunliches statt, wir lesen auf Vers 31, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Und dann fängt auf einmal mit sehr eindrücklichen Fragen und Ansprachen an die, die ihn scheinbar angenommen hatten. Und dann beginnt er zu stellen, dass ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und dann stellt ihr damit die Echtheit ihres Bekenntnisses, auf die Probe. Und dann stellt sich im Verlauf des Abschnittes heraus, dass sie doch nicht glaubten, und er sagte, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Was mir einfach auf dem Herzen war, war hervorzuheben, dass der Herr wirklich die Herzen kannte und das hervorbring ließ. Und dadurch echt von echt von echt Unterschiede. Und er hat gesagt, dass Petrus hier die Gabe der Unterscheidung von Geist hat. Aber meine Frage war doch, oder ist in gewisser Weise doch, warum hat Petrus das hier, oder der Philippus das hier nicht erkannt? Und er hat das erst erkannt, als Simon sich geoutet hat und gesagt hat, hey gib mir auch deine Krafterweisung. Wie dem auch sei, wir leben in einer Zeit, wo sehr viel echt neben und echt aufwächst. Wo es viele gibt, oder einige gibt, die ein äußeres Bekenntnis ablegen und sagen, ja, ich glaube. Und im ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, da schreibt Johannes ein bisschen über dieses Thema und sagt, lasst euch nicht verführen. Und wo erste Jan ant Exposiert gibt es z promising. Und immer know ich, wie man das Herst von den Echten unterscheiden kann. Und zeiget damit dort, wie man das Rechte von dem Echten unterscheiden kann. Noch ein kurzer Gedanke zu dem letzten Satz im Vers 13, er geriet außer sich. Wir haben diesen Begriff jetzt mehrere Male gehört in diesem Abschnitt. Und das gleiche Wort wird meines Wissens auch verwendet, als die Volksmenge den Herrn Jezus hörte und sie erstattete. Und bei einer anderen Gelegenheit kommen die Verwandten zu dem Herrn Jezus und sagten von ihm, er ist außer sich. Eine gleiche Wirkung und doch auf ganz unterschiedliche Dinge, konträre Dinge. Wovon gerätst du außer dich, außer dir? Wir lesen diese sehr eindrückliche Begebenheit von Maria, als der Engel zu Maria kam und zu ihr Sagnetem begnadigt bist unter den Frauen. Und auch in Apostolgeschichte 13, als der Prokonsul ebenfalls von einem Zauberer davon abgehalten wird zu glauben. Und in Apostolgeschichte 13, als der Konflikt von der Verwandten, der Konflikt wurde auch über die Verwandten auf der Verwandte geplant. Da Paulus diesen Zauberer mit Blindheit schlug, dann lesen wir, dass der Prokonsul so etwas geschehen war und glaubte erstaunt über die Leere des Herrn. Wirkung dieses Wortes, dieses ewigen Lebens, was in uns bewegt, durch das Wort erstaunt. Weil es aus einem kaputten, totem, sündigen Menschen einen lebendigen Diener Gottes machen kann. Wir haben noch einmal eine Frage, dass Sie mir selbst glaubte und erstaunt wurde. Wir lesen, dass auch Sie mir selbst glaubte und erstaunt wurde. Wir haben schon gehört, dass, wenn wir, dass jemand glaubte, dass jemand glaubte, dass er glaubte und es doch nicht war. Wir haben schon davon gehört, dass es im Wort Gottes Situationen gibt, die beschrieben werden, wo jemand sagte, dass er glaubte und es doch nicht war. Und ich glaube, dass das nicht ist, dass er glaubte und es doch nicht war. Und ich glaube, dass das nicht ist, dass er glaubte, dass er glaubte, dass er glaubte oder nicht ist. Sicherlich ist das nicht dazu gedacht, um uns jetzt alle in Zweifel zu versetzen und zu sagen, ist er glaubte oder nicht. Aber es spricht für jeden von uns, ob ich szczerichiw glaube ich, ob ich, wenn ich ein Leben aus Gottes leben kann. Wir sehen, dass er sogar getauscht war. Wir sehen, dass er sogar getauscht war. Ja, ich glaube an den Herrn Jezus und gehöre zu ihm. Daraus lernten wir, weil es sich herausstellte, dass er eben nicht gläubig war, dass die Taufe selbst keine Errettung gibt. Wiara ist zewnützendem zu einer wehre. Przed, sprach. Aber die Taufe an sich rettet nicht. Wir haben das Beispiel in dem Übelteeter am Kreuz, der in dem letzten Moment seines Lebens an den Herrn Jezus glaubte, aber doch nicht getauft war. Pomimo tego, Słowo Boże zwraca się do nas, kto uwierzy i ochrzte się, zbawiony będzie. Das Wort sagt uns, wer glaubt. Das Wort sagt trotzdem, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. A więc, jeśli ktoś uwierzył szczerze w Pana Jezusa, wer also ernsthaft gläubig geworden ist, ma życie z Boga, hat ewiges Leben. To powinien też i wypełnić to przykazanie Pana i ochrzte się. Der sollte auch diese Aufforderung desher erfüllen und sich taufen lassen. Komodimische. Komodimische. Das Wort sagt uns, wer. Wir sehen uns Apostelgeschichte 8 bis 5. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A Szymon spostrzegł, że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze. I powiedział, dajcie i mnie tę moc, aby ten, na którego ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego, niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Przez to odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby Ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej złości i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł, módlcie się Wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zwiastując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań, idź na pustynię, drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk Ełnuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I prosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony, jak paranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, a o jego rodzie któż opowie. Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy Ełnuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A Ełnuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiedziawszy rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj Filip i Ełnuch do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, duch pański porwał Filipa i Ełnuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezalei. Może zanim postąpimy dalej, chciałbym jedną myśl powiązać. z chrztem jeszcze Szymona. I to w powiązaniu z dalszym fragmentem, czytanym przez nas. Bevor my weitergehen, mośte ich gerne noch etwas sagen zu der Taufe, die der Simon hier gemacht hat. Jak to się stało? Zadawaliśmy sobie pytanie, że taki człowiek został ochrzczony. Może ktoś z nas już słyszał pytanie, będąc przed chrztem, czy w czasie postanowił, albo świadkiem takiej sytuacji, że Biblia nigdzie nie mówi o żadnych rozmowach przed chrztem, tak? Niektórzy twierdzą, co jest praktykowane wśród nas. Sicherlich hat sich so manche unter uns, der schon sich hat Taufen lassen die Frage gestellt, warum machen wir das so, wie wir das machen, dass ein Gespräch führt und sich dann Taufen lässt, obwohl es keinerlei hinweise dazu gibt, wie Gott ist. Czy Abel na pewno nie mówi? Czy Abel na pewno nie mówi? Ist es wirklich so, dass die Bibliothek dazu sagt? Jakiś czas temu jeden człowiek powiedział tak dość jednoznacznie do mnie, mówiąc nigdzie nie znam, żeby były jakieś egzaminy przed chrztem. Letztens hat eine Person zu mir ganz deutlich gesagt, dass ich noch nirgendwo was davon gelesen hab, dass irgendwelche prüfungen stattfinden oder untersuchungen, bevor man sich Taufen lässt. Nie ma egzaminów i nigdy, mam nadzieję, nie będzie. Es gibt keine prüfungen und ich hoffe, dass es sie auch nie geben wird. Ale jasne ist pokazane w Swoje Bożym, dass es odpowiedzialność. Aber es wird deutlich die Verantwortung vorgestellt im Wort Gottesdienst gibt. Es gibt eine persönliche Verantwortung der Person, die sich Taufen lässt oder lassen will. Und die Taufe findet statt, basierend auf dem Zeugnis, das diese Person ablegt. Es geht auch nicht um eine Zulassung zu der Taufe, sondern dass sie Taufen wird oder nicht. Wenn wir diese Begebenheit hier vor uns haben werden, heute oder morgen mit dem Kamera, dann sehen wir, wie das Ganze abläuft, wie der Philippus durch den Geist schon an einen gewissen Ort geführt wurde und sich alles dann so ergeben hat, wie es sich hat. Er hat ja also, wurde also vorbereitet und geleitet, wen er getroffen hat, sich die Frage dazu stellen, was er spricht, wie das Gespräch abläuft, den Herrn dann fragt, was er weiter tun soll, Taufen oder nicht. Und schon die Frage, was hindert mich, zeigt, dass es durchaus Hindernisse geben könnte. von dem Korneliusz geben kann, In der Apostelgeschichte 10 gibt es noch ein weiteres Beispiel. 47. Werset. Für Cornelius, in dessen Haus Paulus war und dann die Frage gestellt wurde in Vers 47, könnte wohl jemand das Wasser verwählen? Czy może ktoś odmówić wody, aby ossić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? A więc, jest możliwość odmówić wody, ale trzeba mieć grunt. Könnte man daraus schließen, dass es durchaus die Umstände geben könnte, dass jemand jemandem das Wasser verwährt, wenn es gründe gibt oder gäbe? Naturalnie, ani Piotr, ani w wcześniejszym fragmencie Filip nie odmówił chrztu, bo też nie znalazł przyczyny, dla której by miał odmówić, ale taka odpowiedzialność wśród wierzących istnieje. Es ist völlig prawidłowym, że przed chrztem nie we wszystkich miejscach niestety jest to praktykowane. Es ist odpowiedzialność innych, czyli chrztących, za to, czy uznają tego człowieka za godnego włączenia do rodziny Bożej, czy nie. In diesem Fall wurde die Taufe nicht verwehrt, also in dem Fall von Kemmerer und Cornelius, aber vielleicht einige Anregungen dazu, dass es solche Umstände durchaus geben kann und dass es die Verantwortung gibt, die andere haben, um das zu beurteilen. Konzentریmer. Chw Обlicon. Chw. 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 Ach. Chw. Wir haben davon gehört, dass Petrus die Gabe zur Unterscheidung von Geister hatte. Das ist eine sehr große und auch eine sehr hilfreiche, praktische Gabe, aber in den meisten Fällen besitzen wir ihn nicht. Auch ohne diese gibt es das Wort und so manche Hinweise, die uns helfen, wie wir Geister unterscheiden können. Und woran? Die Geister scheiden sich nun mal an Christus. Das Wunsch derjenigen, die hier gepredigt haben, war es die Hörer zum Gehörsam an Jesus Christus zu führen. Zu dem Gehörsam an Jesus Christus. Und das kennenziert den Glauben, den Gott gibt. Ein Mensch, der so Gehörsam wird und diese Botschaft hört, der empfindet das echte Verlangen, Christus unter einer Botschaft zu gehorchen. Natürlich gibt es dann solche, die eine gewisse Kraft und Treue in der Erweisung des Gehörsams und andere sind schwächer da drin unter den Glauben. Aber aus diesem Abschnitt lernen wir, dass es einen Glauben offenbar gibt, der nicht dem Christus gehörsam ist in Erster Linie. O tej Wierze pisze Jakub, odnosząc ją do Demonów. Davon spricht Jakobus und nennt und bezieht sich dabei auf Demonen. Simon, der Zauberer war ein Werkzeug, ein Dämonisches Werkzeug. Und er diente diesen Geistern. Er hatte einen Glauben, der diese Geister besaßen. Also diesen Glauben, ohne Christus gehorchen zu wollen. Und das ist etwas, was auch uns heute hilft zu unterscheiden. Es gibt Menschen, die sagen, ja natürlich, so steht es geschrieben, so ist es. Aber wir sehen in ihrem Leben praktisch, dass sie keinen Wunsch haben, diesen Wort wirklich gehörsam zu sein. Leider ist die Christenheit voll davon heute. Hier war der Simon der ersten davon, unter solchen, aber leider nicht der letzte. Vielleicht hilft uns das ein bisschen zu verstehen, warum die Bibel sagt, er glaubte und war doch nicht gläubig. Das Ziel des Glaubens ist es, die Menschen zum Glauben an und gehörsamen Jezus Christus gegenüber zu kommen. Deswegen wurde diese Person, Christus, dort geprädigt. Jako najwyższy autorytet dany od Boga, któremu są winni wszyscy posłuszeństwo. Als die höchste autorytet, der alle Menschen groß und schuldig sind. Also es gibt schon eine, die Möglichkeit ist zu unterscheiden, was du gerade gesagt hast, Jan. Denn, Denn das Wort Gottes spricht davon. Gott unterscheidet unter den Menschen nur zwei Gruppen von Menschen. Słowo Boże Samo dzieli tylko na dwie Gruppen ludzi. Nämlich Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Ich würde mich niemals erlauben, so zu behaupten, aber so steht, dass schwarz auf weiß in der Bibel geschrieben. Nämlich im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 10. Sam nie odważyłbym się tak powiedzieć, jednak ist to napisane, czarno na białym, w Ewangelia na trzecim rozdziale. Und nun, die Kinder Gottes kannst du unterscheiden in dem, dass jedes Kind Gottes spricht von seinem Heiland und Herr und von seiner Auferstehung. Und ein ungläubiger Mensch, wir haben schon heute Vormittag, das betrachtet wird, sich viel mehr selten. Und ein ungläubiger Mensch, wir haben schon heute Vormittag, das betrachtet wird, sich viel mehr selten. Und es kommt nicht darauf an, wie stark du glaubst. Und es рассказывert, wie groß ist deinem Wohlstand dements? Und ich wierze, wie viel, au Jesaja Bibel? Es gibt es keinen Stigen Increments anIR. Er sagt nur, glaube mir. Und wir können sein Werk und seine Person mit unserem begrenzten kleinen Verstand nicht ermessen und nicht erfassen. Wir singen in einem Lied, wer könnte je gründen die Tiefen und die Höhen und wer Verständnis finden von dem, was dort am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Aber was wir machen können, ist danken. Du kannst ihm dafür danken, was du erkannt hast. Gott will, dass alle Menschen rettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, dass wir Sünder sind und Heiland brauchen. Und derjenige, der das erkannt hat, mit seiner Erkenntnis, seines verlorenen Zustands zu dem Herrn gekommen ist und geglaubt hat, dass es ein Kind Gottes ist. Aber das, was du kannst, ist danken. Und jeder, der das gemacht hat, hat seine Erkenntnis, seines Erkenntnis, seines Erkenntnis, seines Erkenntnis. Wenn wir dann zu dem Abschnitt Verse 14 bis 25 kommen, Dann umfasst dieser Abschnitt zwei große Themen. Das erste haben wir heute Morgen schon als eine Überschrift vorgestellt bekommen. Vers 14 bis 17. Gott sorgt dafür, dass die Versammlung in Jerusalem und in Samaria eins ist. Das Wort versammlung selbst kommt ja gar nicht vor bisher. Aber Gott sorgt dafür für Einheit. Und das zweite Thema dann ab Vers 18 bis zum Ende. Der zweite Thema ist, dass Gott zeigt, dass im Mitteln der Christen, im Mitteln des Volkes Gottes äußerlich, immer solche existieren könnten und existieren werden, die falsche Lehrer sind. Zawsze tacy ist niebendung und Bögen, die falsche Menschen sind. Die böse Menschen sind. Das finden wir durch das ganze Neue Testament hindurch. Und letztlich ist das auch ein Gedanke, der sich mit Lukas 22 verbindet, den wir gestern Abend vor uns hatten. den wir gestern Abend vor uns hatten. Und ostatecznie nawiązuje to do Lukas 22, den wir in Lukas 22 befinden. Man hat eigentlich den Eindruck in Lukas 22, dass Judas Iskariot bei dem Gedächtnismal dabei war, als der Herr das eingeführt hat. Das war nicht so, aber der Eindruck wird vermittelt. Und das andere, um uns zu warnen, dass so etwas immer vorkommen kann. Wir können aus diesen Versen 18 und folgende dann entnehmen, dass es merkmale gibt, um solche Personen zu entlaufen. Und eben dieser Eindruck von 18. Vers 18 ist dabei, der uns unterstützt, wie man solche Menschen zu entdecken kann. Wenn wir dann zuerst zu den Versen 14 bis 17 gehen, dann meine ich, finden wir, dass Gott drei Dinge, drei Personen, Personengruppen benutzt, um diese Einheit sicherzustellen. Das ist erstens und vor allen Dingen der Heilige Geist selbst, zu dem sie dann auch beten. Das ist zweitens in diesem Fall sind es die Apostel, die eine besondere amtliche Autorität besaßen damals. Das ist zweitens Petrus als Einzelperson, der eine ganz herausragende Funktion einnimmt. Das ist zweitens Petrus als Einzelperson, der eine ganz herausragende Funktion einnimmt. Das ist zweitens Petrus, der hier eine besondere Einzelperson. Nach Matthäus 16 wurde Herr ihm eben diese Schlüssel des Reiches übergeben hat. Und das wie heute Morgen jemand ja sagte, dass diese Rivalität, die zwischen Jerusalem und Jerusalem, nicht irgendwie in den Bereich der Versammlung hineinkam. Wir sehen, dass sie jetzt deinem Einzelnen. Wir sehen, dass sie jetzt in den Bereich sehen. Ich möchte nur sagen, wie wichtig diese Einheit bis heute ist. Ich möchte nur sagen, wie wichtig diese Einheit bis heute ist. Ich möchte einfach zu erklären, wie wichtig ist, wie wichtig diese Einheit bis heute ist. Auch heute gibt es nur die eine Versammlung. Und wenn auch die Gläubigen, die diese eine Versammlung bilden, auf allen möglichen verschiedenen Wegen gehen mögen, gibt es doch nur die eine Versammlung. Und Gott hat uns in seinem Wort deshalb auch einen Weg, eine Grundlage gezeigt, auf der wir diesen göttlichen Gedanken verwirklichen können. Das ist einer der Gründe, warum wir nicht heute hier und morgen dorthin gehen können. Das ist einer der Gründe, warum wir nicht heute hier und morgen dorthin gehen können. Weil wir damit sagen würden, es gibt verschiedene Wege. Wir würden also damit gut heißen, dass die Christen zusammenkommen, wo und wie sie wollen. Und deshalb geht es bis heute in Ephesians 4, Vers 3. Und deswegen in Ephesians 4, 3. Wiersz, liczy sich heute, dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen. Dass wir die Einheit des Geistes bewahren sollen. Und das können wir nur, wenn wir auf der Grundlage dieser Einheit unseren gemeinschaftlichen Weg gehen. So weit geht es hier in Apostelgeschichte 8 natürlich noch nicht. Aber dieser Grundsatz liegt hier zugrunde. Aber ein Grundsatz liegt hier zugrunde. Einheit. Und die bewirkt Gott auch hier. Mianowicie, jedność. Und sie ist hier auch hier. Ich habe eben fälschlicherweise gesagt, sie hätten zu dem Heiligen Geist gebetet. Das ist natürlich verkehrt. Natürlich ist das nicht wahr. Sondern sie haben gebetet zu Gott. Und als Folge ist dann der Geist Gottes tätig geworden. Und sie haben den Heiligen Geist empfangen. Also was ich sagen wollte ist, dass der Heilige Geist der Handelnde hier ist. Dass der Heilige Geist hier ist. Und sie ist hier działający. Tut mir leid, dass das etwas von Jerome gegeben hat. Und sie haben noch einen Vers zu dem Wort, das Simon glaubte. Aus Jakobus 2, Vers 19. Jakob 2, Vers 19. Du glaubst, dass Gott einer ist, du tust recht. Auch die dämonen glauben und zitern. 2, Vers 19. Ty wierzisch, dass Buh ist jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą und drzern. Das nur als Hinweis, dass wenn Simon glaubte, das eben nicht der rettende Glaube war. Es war also überzeugt davon, das was er dort bezeugte sah durch Philippus, die Wahrheit war. Dass das richtig war. Aber wie seit weiterer Weg gezeigt hat, hat er das nicht wirklich persönlich für sich in Anspruch genommen. Und das Kernproblem wird wohl gewesen sein. Und das er sich nicht wirklich gebeugt hat unter das Urteil Gottes über seine Sünden. Ich denke, das werden wir dann auch sehen in den weiteren Versen. Ich möchte nur anrufen, er hielt sich für etwas Großes. Und hier, wo er diese Gabe kaufen will, für Geld. Diese Gabe, den Dar. Den Dar, dass er den Heiligen Geist auflegen kann, also durch Helde auflegen, weitergeben kann. Es scheint ein weiterer Versuch zu sein. Wydaje sich, dass es ein weiterer Versuch zu sein ist, wieder etwas Großes zu werden. Also da offenbar sich dein Herz. Und dann noch ein Gedanken zu Petrus. Manuell hat das ja schon erwähnt. Manuell ist es schon aus. Matthäus 16, die Schlüssel des Reiches. Das ist, dass Petrus die bekommen hat. Dass Petrus die bekommen hat. Das ist auch der Grund, warum wir ihn an diesen Schlüsselorten finden. Und das ist auch der Grund, warum wir Piotra in diesen Schlüsselorten befinden können. Aus Apostolgeschichte 1, Vers 8 lernen wir. Die Apostolgeschichte 1, Vers 8 lernen wir. Und wir haben das hier ja schon betrachtet. Wir haben das hier ja schon betrachtet. Wir haben das hier ja schon betrachtet. Wie sich das Evangelium ausweigen würde. Wie sich das Evangelium ausweigen würde. Wie sich das Evangelium ausweigen würde. Da heißt es ja, Apostolgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann ist da erst der Kreis Jerusalem, dann ganz Judäa. Dann das, was wir hier in Apostolgeschichte 8 haben, Samaria. Und am Ende Apostolgeschichte 10, da ist Petrus auch wieder der, der zu Cornelius gesandt wird. Als der, der aufschließt bis an das Ende der Erde. Also auch schon in Jerusalem, die Judäa hat ja Petrus reden gehalten zu dem Volk und hat gewissermaßen aufgeschlossen. Wir werden dann sicher auch noch betrachten, dass die Art und Weise wie Gott den Heiligen Geist, Sante, unterschiedlich ist jeweils. Und wir werden auch mit dem Vers 17 herausfinden, dass die Apostolge kamen und sie legten ihnen, den Gläubigen, die Hände auf. Das war zum Beispiel in Apostolgeschichte 10 gar nicht notwendig bei den Gläubigen aus den Heiligen. Und auch in einem gewissen Maas die Samaritern. Und auch in einem gewissen Maas die Samaritern. Die mussten erst aus ihrem alten religiösen System herausgeführt werden. Die mussten erst aus ihrem alten religiösen System herausgeführt werden. Und dann erhielten sie den Heiligen Geist. Und dann erhielten sie den Heiligen Geist. Und die Heiligen, bei denen kommt der Heiligen Geist auch einblicklich. Und auch das ganze Zeugnis, was damit verbunden ist, ist dann auch nochmal ein doppeltes. Wenn wir etwa an das Zungenreden denken. Wenn wir etwa in Apostolgeschichte 2. Wenn wir etwa in Apostolgeschichte 2. Das ist ein Zeugnis, was gerade den Juden zeigt. Das ist ein Zeugnis, das besonders den Juden zeigt. Dass diese Zeit beendet ist und dass Gott jetzt das Evangelium der Gnade gebracht hat. Dass der Zeit sich wieder ausgebeitet hat und geht. Es ist mit dem Evangelium der Gnade. Und das ist eine wegründung. Wir haben schon davon gehört, dass Herr Petrus diese Aufgabe bekommen hat, diese Schlüssel des Reiches und damit für drei Personengruppen diesen Bereich geöffnet hat, nämlich die Juden, die Samariter und die Heiden. Es geht um eine Art oficjalne, administratives Öffnen. Wo geht es uns? In Vers 4 lesen wir, dass die Zerstreuten umhergingen, das Wort verkündigten und das geschah schon vorher. Das hat auch Gott der Heilige Geist bewirkt, dass die Zerstreuten hingegen und das Wort predigten zu den Samaritern, zu den Heiden und das noch bevor der Heilige Geist hier kam. Ein praktisches Beispiel aus unserem Land, wo in den letzten Jahren viele Straßen gebaut wurden. Wenn man eine Straße oder eine Brücke baut, wird, wenn man eine Straße oder den Heiden oder den Heiden, wenn man eine Straße über den Heiden oder den Heiden, dann werden die Ausstattung von der Heiden oder die Heiden. Und obwohl diese Straße noch nicht freigegeben ist, haben wir in Polen so eine gewohnheit, dass wir die Straße schon gebrauchen, bevor sie freigegeben wird. Und wenn es dann aber dazu kommt, dann kommt eine offizielle Staatsperson und durchschneidet dieses Eröffnungsband. Das ist vielleicht ein kleines, schwaches Beispiel, aber wenn der Geist uns sagt, dass wir das Evangelium verbreiten sollen, gibt es nie ein Hindernis, das früher schon zu tun. Noch eine kleine Einzelheit zu Vers 14, wenn man diesen Vers vergleicht mit Apostelgeschichte 11, wenn wir den Vers vergleicht mit dem Vers Vers 22 verbreiten werden, dort war das Evangelium durch diese Zerstreutung dann noch weiter gedrungen, über Samaria hinaus bis nach Antiochien. Bis also unter die Heiden. Dort lesen wir, dass das zu Oren gekommen war, der Versammlung in Jerusalem. Die dann den Barnabas schickt haben und sagen, guck doch mal nach, was da geschehen ist. Aber hier in Samaria heißt es nicht, dass das zu Oren der Versammlung in Jerusalem gekommen ist, sondern zu den Oren der Apostel. Das ist schon eigenartig. Aber hier in unserem Versammlung in unserem Versammlung steht nicht, dass das zu Oren gekommen ist, sondern zu den Apostelgeschichte 11. Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe da auch nochmal zurückgelesen und da steht da wirklich, nicht, in Kapitel 8, Vers 1. Und alle wurden in die Landschaft von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Also wenn man das wortwörtlich nimmt, es gab ja zu der Zeit schon fast 10.000 Christen in Jerusalem. Die Zahl der Männer wuchs an bis zu 5.000 Männern, lesen wir vorher. Und wenn die Frau in etwa ein gleicher Anzahl war, dann war das eine riesen Versammlung in Jerusalem. Und wenn jetzt hier das Wort... Bitte? Oh, pardon. Entschuldigung. Die ersten wiersze. Die ersten wiersze. Jak przeczytamy, to widzimy tutaj prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wieńskich Judei i Samarii. Czyli możemy przyjąć, że tu w tym momencie już było ponad 10.000 wierzących. Wcześniej czytaliśmy, że było 5.000, którzy uwierzyli, jeśli do tego jeszcze doliczymy. Tam jest tylko o mężczyznach mowa, jeśli doliczymy do tego kobiety, to możemy przyjąć taką liczbę. Entschuldigung. Ja, also... Das können sein, dass das 10.000 Menschen vertrieben worden sind. A więc możemy przyjąć, że ponad 10.000 ludzi rozproszyło się. Und wirklich nur noch die Apostolöe, die ich begriffen. I faktycznie, tak może być, że tylko apostołowie zostali. So wie das da steht. So wie das da steht. Tak jest... Właściwie tak jest tam zapisane, że tylko apostołowie zostali w Jerozolimie. Und darum kam es zu den oren der Apostel. I dlatego, gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli. Aber das würde auch bedeuten, dass dann schon wieder in Apostelgeschichte 11, wo es zu den oren der Versammlung kommt. Ale potem, gdy znowu idziemy dalej do 11. rozdziału, gdzie czytamy, że do uszu zgromadzenia dotarło. Und sie dann den Barnabas schicken. Posyłają Barnabę. Dass da wieder Menschen zum Glauben gekommen waren in Jerusalem. To oznacza, że znowu jacyś ludzie w Jerozolimie nowi uwierzyli. To tak do przemyślenia, jak te wiersze możemy oglądać. Dann noch etwas, die zwölf Apostel bestimmen. I tych dwunastu apostołów postanawia. Dass zwei von ihnen gehen. Że dwóch z nich pójdzie. Petrus und Johannes. Piotr i Jan. Das waren doch die ersten, oder? To byli ci pierwsi, prawda? Petrus war der erste der Apostel. Piotr był tym pierwszym z apostołów. Unter den zwölfem. Pośród tych dwunastu. Und Johannes stand ihm nicht viel nach. A Jan nie był wcale dalej od niego. Und die anderen haben gesagt, ihr geht. I inni powiedzieli, wy idźcie. Schada, funktioniert das. Wydaje się, że to działało. Wir kennen uns alle, no? Znamy się, nie? Muss man nicht viel zu sagen. Nie trzeba wiele mówić. Wenn andere versuchen, mich irgendwo hinzuschicken, dann... Hab ich probleme damit, ne? Gdy inni próbują mnie gdzieś wysłać, to czasem mam problemy z tym. Wie schön sie gehen hier. I jakże piękne to jest, że oni poszli. Was auch interessant ist, sie zerstreuten, die gingen ja umher, oder wurden vertrieben in die Gegend von Judea und Samaria. To, co jest też piękne, to ci rozproszeni rozeszli się po okolicach Judei i Samarii. Und sie haben sicher auch schon in Judea diesen, das Wort gepredigt. I z pewnością głosili to Słowo po całej Judei. Ich kann mich nicht vorstellen, dass die erst an der Grenze zu Samarii angefangen haben. Nie umiem sobie tego wyobrazić, że dopiero, jak doszli do jakiejś granicy, to dopiero wtedy zaczęli. Aber da haben die Apostole noch nicht reagiert. Ich meine, in Bezug auf die, die in Judea zum Glauben gekommen sind. Aber hier in Samarii. Aber hier in Samarii. Vielleicht hatten sie auch gehört, dass gerade dort der Heilige Geist auf keinen gekommen war. Vielleicht haben sie auch noch nicht gehört. Das ist wirklich. Hier in Samaria war wirklich eine besondere Situation. Das ist die Konkurrenz. Das ist die Konkurrenz. Das ist die Konkurrenz. Wie wir in 1.4 sehen. Hier war wirklich die notwendig, nachzuschauen. Und dann werden sie von Gott so wunderbar gebraucht. Und dann werden sie von Gott so wunderbar gebraucht. Und dann noch ein paar Gedanken nach Hande entschuldigt. Aber mich hat besonders gefreut, wenn hier wirklich nur noch die Apostel waren, dass in Kapitel 11 schon wieder die Versammlung da ist. Mnie to raduje, dass hier ist mowa o Apostolach. A w XI rozdziale sind wir über die Zgromadzene. Weil ich nicht gesagt habe, dass in der Zwischenzeit keine Versammlung in Jerusalem war. Ich möchte auch sagen, dass in der Zwischenzeit keine Versammlung in Jerusalem gab. Ich möchte auch sagen, dass in der Zwischenzeit keine Zgromadzene in Jerusalem gab. Ich habe für mich den Eindruck, dass wir hier den Schwerpunkt deswegen so haben. Also, dass die Apostel erwähnt werden, dass die Apostel sind, weil es eben ein Schlüsselmoment ist. Weil es ist ein Schlüsselmoment. In Kapitel 11, in dem Anfang, werden auch wieder die Apostel erwähnt, als Petrus im Haus von Cornelius war. Und nach diesen Schlüsselmomenten, und nach diesen Schlüsselmomenten, und nach den Kluczowych Zeit, sind viele neue Orte entstanden mit Versammlungen, powstało viele neue Ort, wo es gab, wie in Antiochien, wo aber eben nicht mehr aufgeschlossen werden musste, und es ist jetzt hier sehr schön, dass Petrus und Johannes geschickt werden. Und es ist jetzt hier sehr schön, dass Petrus und Johannes geschickt werden. Auch im Haus von Cornelius ist Petrus nicht alleine gegangen. Auch in der Haus von Cornelius ist Petrus nicht alleine gegangen. Weil das auch ein Grundsatz ist, den wir auch beherzigen sollten bis heute. Weil das auch eine Art beherzigen, die heute heute müssen wir heute unsere Herzффelten beherrt. Aus zwei oder drei Zeugen Mund soll eine Sache bestätigt werden. An der anderen zwei oder drei Ledrufen muss jeder Sache beteilig sein. Es ist auch interessant, ein Nebengedanke noch. Und was ist auch interessant, das ist auch noch eine interessante Einbauchung. dass Johannes hier zum letzten Mal in der Apostelgeschichte erwähnt wird, dass Jan hier, in diesem Ort, ist ein letztes Mal in der Apostelgeschichte und wir haben ja im Verlauf der Apostelgeschichte schon über die verschiedenen Szenen nachgedacht, unterschiedlich in ihrem Temperament, unterschiedlich in ihrem Alter, und wir können jetzt, also ich möchte das nicht vertiefen, aber es ist eine schöne Beschäftigung, die beiden Jünger bzw. dann die beiden Apostel einmal zu betrachten in den verschiedenen Szenen, by tych dwóch, czy dwóch Apostelów rozważać, zająć się nimi w tych różnych scenach, w jakich sie znajdują. Noch ein Gedanke zu Vers 14, Sie hören etwas, und sie reagieren. Ich glaube, dass das auch für uns heute nicht ganz unwichtig ist. Ich denke nicht, dass wir immer, wenn wir etwas hören, sofort reagieren sollen. Aber oft, also ich möchte das für mich sagen, hört man etwas, und es wäre gut, etwas zu tun oder zu reagieren. Und es wäre gut, etwas zu tun oder zu reagieren. Und es wäre gut, etwas zu tun oder zu reagieren. Aber man lässt es laufen, Ja genau. Das ist praktisch. Eine einfache Frage. Vielleicht darf ich nochmal anknüpfen an das, was Manuel vorhin gesagt hat, in der Einheit. Wir haben in Vers 14, oder anders gesagt, wir haben früher in Jerusalem den Ort gehabt, den Gott erwähnt hat als zentralen Ort für das Judentum. Daneben gab es Samaria, was auch zum Judentum gehörte, aber was eine Vermischung mit dem Götzendienst praktizierte. Und da gab es Spanung, da gab es Trenung zwischen dem Götzendienst. In diesem Vorgehen hier in Vers 14 folgende sehen wir, wie schön das ist, dass der Geist dafür sorgt, dass es eine Sache ist. Ein Leib, ein Geist und auch ein Werk. Und obwohl es hier um Apostel geht, habe ich nicht den Eindruck, dass sie nach Samaria gehen und dass sie dort mal nachschauen. Hat der Philippus das richtig gemacht? Und obwohl es nicht gut genug war, weil er Philippus ist ja kein Apostel war. Weil, ob Philippus das vielleicht nicht gut gemacht hat, weil er Philippus ist ja kein Apostel war. Und weil sie direkt für sie beteten. Und ich meine, das muss heute auch so sein. Und ich meine, das muss heute auch so sein. Ja, wir haben gesehen, dass er als Evangelist vom Geist geschickt wird. Nicht von einer Versammlung. Widzimy, dass es ein Evangelist wurde durch Ducha, nicht durch eine Zgromadung. Im Gegensatz zu Kapitel 6, wo die Versammlung ihm einen diakonischen Dienst gibt oder die Brüder dort. Das ist heute durchaus auch so. Eine Verwaltungsaufgabe kann jemandem aufgelegt werden oder ihm gebeten werden, das zu tun. Und jetzt sehen wir hier auch noch einen weiteren Punkt, nämlich dass es auch keine Rewalität zwischen den Dinern gibt. Und jetzt sehen wir hier auch noch einen weiteren Punkt, dass es auch keine Rewalität zwischen den Dinern gibt. Und es ist überhaupt nichts davon, dass Philippus sagen würde, was wollt ihr denn hier? Haben wir das schon mal gehört oder gedacht? Ich meine schon. Aber hier nicht. Und ich denke, das ist dann auch der Grund für diese ganz besondere Art und Weise, wie der Heilige Geist auf sie kommt. Und ich denke, das ist dann auch der Grund für diese ganz besondere Art und Weise, wie der Heilige Geist auf sie kommt. Denn wir sind uns doch sicher einig darüber, dass der Geist auf sie kommt nicht durch das auflegende Hände. Weil ich denke, dass wir davon sind, dass der Heilige Geist auf sie kommt nicht durch das auflegende Hände. Denn wir sind uns doch sicher einig, dass der Heilige Geist auf sie kommt nicht durch das auflegende Hände. Sondern durch das Gebet. Aber durch das Gebet. Das auflegende Hände, auch Kapitel 6, Vers 6, ist doch ein äußeres Zeichen der Einsmachung. Das ist das Gebet. Das ist das Gebet. Das ist das Gebet. Und das Gebet. Das ist das Gebet. Und das Gebet. Aber wenn es nicht so ist, dann bitte. Dann bitte. Und das Gebet. 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 Und das Gebet, dass das Gebet mehr geht? Und das Gebet teils hoch sind. Ein kleines Detail einfach nur, die Samaritern waren nicht Leute, die man vermischt hatte mit Heidentum und Judentum, sondern das waren Heiden, in die man das Judentum reingemischt hatte, oder die man in diese in diesen Bereich des Judentums eingeführt hatte und sie dadurch teilweise jüdischen und ceremonialen kult angenommen haben. Und dazu hätte ich eine Frage, denn Petrus und Johannes waren hier ja schon zu den Samaritern gesandt, aber erst in der Begebenheit mit Cornelius versteht Petrus endlich, dass der Herr auch an die Nationen sendet, nicht nur an die Juden, aber das waren doch auch in dem Sinne Nationen oder Heiden. Ja, die Samaritern waren Heiden, das stimmt. Das ist prawda, Samariterni nie byli Poganami, tak? Aber es war doch eine besondere Gruppe von Heiden. Wir haben uns schon an Apostolgeschichte 1 erinnert, wo der Herr Jesus ja selbst diese drei Teilungen vornimmt. I już przypominaliśmy na I rozdział, gdzie sam Pan dokonuje takiego trójpodziału. Jerozalem, Samaria und bis ans Ende der Erde. Mówiąc Jerozalem, Samaria und bis ans Ende der Erde. Ich möchte gerne jetzt etwas sagen über eine ganz wichtige Kernbotschaft dieses Abschnitts. Ich möchte gerne jetzt etwas sagen über eine ganz wichtige Kernbotschaft dieses Abschnitts. Das ist ja eine wesentliche Frage, die auch heute viele Menschen bewegt. Das muss man darum beten, dass man den Heiligen Geist empfängt. Na przykład, czy należy modlić się o otrzymanie Ducha Świętego? Oder müssen sogar andere dafür beten, dass jemand den Heiligen Geist empfängt. Czy nawet inni powinni modlić się o otrzymanie Ducha Świętego przez kogoś innego? Muss man die Hände aufgelegt bekommen, bevor man den Heiligen Geist bekommt. Czy potrzebne jest nałożenie rąk przed otrzymaniem go? Das alles hat man aus diesem Abschnitt abgeleitet. Und deshalb ist es schon gut, dass wir in dieser ganz wichtigen Frage klarheit haben. Dlatego na pewno ist wichtig, dass wir in so wichtigsten Fragen, haben wir klarowne Antworten. Bitte um Nachsicht, wenn dieser Beitrag etwas länger wird. Ich möchte versuchen, es so kurz und so einfach wie möglich zu erklären. Aber ein paar Minuten brauche ich doch dafür. Aber ein paar Minuten brauche ich doch dafür. Erstmal wichtig, es geht hier um die Person des Heiligen Geistes. Es geht hier nicht darum, dass das ewige Leben auch schon mal Heiliger Geist genannt wird. Es geht hier nicht darum, dass der Heilige Geist als Kraft auf uns kommt. Es geht hier nicht darum, dass der Heilige Geist als Kraft auf uns kommt. Das finden wir an anderen Stelle. Hier geht es um die Frage, wie ein Mensch die Person des Heiligen Geistes inwohnt. Wir wissen, dass der Heilige Geist zu Pfingsten auf diese Erde gekommen ist. Er hat Besitz von den Gläubigen ergriffen und die Geburtsstunde der Versammlung war da. Das nennt die Bibel die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie hat einmalig stattgefunden und das zu Pfingsten. Das ist das Wiede, das war einmal im Dni des Heiligen Geistes. Danach zeigt uns die Apostelgeschichte vier Gelegenheiten, wo Menschen den Heiligen Geist empfangen haben. Die drei Stellen, die ich zeigen möchte, sind auch die drei Stellen, wo Petrus die Schlüssel zum Reich der Himmel benutzt. Und wir werden feststellen, dass die Reihenfolge der Ereignisse in allen drei Stellen unterschiedlich ist. Wir gehen zu Apostelgeschichte zwei. Und dann heißt es in Vers 37, als sie es hörten, drang ist ihnen durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun, Brüder. Dann gibt Petrus folgende Antwort. Wtedy Piotr udziela następujące Antwort. Erstens, tut Buse. Po pierwsze, upamiętajcie się. Zweitens, werdet getauft. Po drugie, ochrzcicie się. Drittens, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. A po trzecie, otrzymacie daten Ducha Świętego. Also bei den Juden, erst die Buse, dann die Taufe, dann der Heilige Geist. Więc tu u Żydów, najpierw upamiętanie, potem Chrzest, później Duch Święty. Warum diese Reihenfolge? Dlaczego taka kolejność akurat? Die Juden hatten Jesus Christus ans Kreuz genagert. Żydzi przybyli Pana Jezusa do Krzyża. Und es war unerlässlich, dass sie darüber bustet haben. Und es war nicht so, dass sie sich öffentlich auf die Seite dessen stellen, den sie gekreuzigt haben. Und es war nicht so, dass sie sich öffentlich auf die Seite dessen stellen, den sie gekreuzigt haben. Und es war nicht so, dass sie durch den Krzest postawieren sie publisch, die Taufe, die sie ukrzyżowali. Das taten sie durch die Taufe. Und dann empfangen sie den Heiligen Geist. Und dann, dann, empfangen sie den Heiligen Geist. In unserer Stelle ist die Reihenfolge anders. Drugie wydarzenie w naszym urywku. Inna kolejność. Hier werden fünf Punkte erwähnt. Tutaj wymienione są pięć punkty. Erstens, das Wort Gottes annehmen. Po pierwsze, przyjąt Słowo Boże. Das schließt Buse ein, wie in Kapitel 2. To oczywiście włącza pokutę i upamiętanie, jak w drugim rozdziale. Zweitens, das Gebet der Apostel. Po drugie, modlitwa apostołów. Entschuldigung, erst die Taufe. Pardon, das zweite ist die Taufe. Przepraszam, po drugie, najpierw Chrzest. Die christliche Taufe, mit der sie sich auch auf die Seite des Herrn Jezus stilten. Chrzest chrześcijański, poprzez który również stawiali sie publicznie po stronie Ukrzyżowanego. Dann drittens, das Gebet der Apostel. Po trzecie, modlitwa apostołów. Viertens, das Auflegen der Hände. Po czwarte, nałożenie rąk. Und dann fünftens, sie empfangen den Heiligen Geist. I dopiero po piąte, otrzymują Ducha Świętego. Warum hier diese Reihenfolge? Dlaczego tutaj akurat taka kolejność? Die Antwort hat Manuel in seiner Einführung bei Nachmittag schon gegeben. Es geht hier um das Thema Einheit und in einem gewissen Sinne darstellung der Einheit. Es war wichtig, dass die Apostel aus Jerusalem sich mit dieser Sache hundertprozentig identifizierten, damit keine spaltung irgendwie aufkam. Deshalb war das Gebet notwendig und das Auflegen der Hände. Das Hände auflegen ist ein Zeichen von sich identifizieren oder eins machen. Und dann kommen wir zur dritten Stelle, in Kapitel 10. Da haben wir Petrus bei Cornelius. Hier sind es Heiden, die glauben. Und in Vers 43 lesen wir auch vom Glauben. Und in Vers 43 lesen wir auch vom Glauben. Jeder, der glaubt, empfängt vergebung der Sünden. Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redet, fällt der Heiliger Geist auf alle, die das Wort wird. Und danach in Vers 47 werden sie getauft. Und in Vers 47 werden sie getauft. Glauben, Heiliger Geist, Taufen. Jetzt frage ich euch, welche Reihenfolge gilt denn für uns? Ich glaube, die Antwort ist nicht so schwierig. Ich glaube, die Antwort ist nicht so schwierig. Wir sind die Wesentlichen Juden? Nein. Wir sind Samaritern? Nein. Wir kommen aus den Heiden? Ja. Die Reihenfolge ist die Reihenfolge. Aus Kapitel 10 die Reihenfolge ist die Reihenfolge, die für uns gilt. Ta kolejność, dlatego i nas dotyczy. Wer glaubt, kto wierzy, empfängt den Heiligen Geist, otrzymuje Ducha Świętego. Und wer glaubt, wird getauft. Und wer glaubt, wird getauft. Jetzt gehen wir noch zu Epheser 1. Das ist die letzte Stelle, dann bin ich gleich durch. Und wer glaubt, dass man das Recht hat. Und wer glaubt, wenn ihr das Recht habt, dass ihr Ereignis das Heiligen Geist, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versichelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und wer auch, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit des Evangelium eures Heiligt, indem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versichelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wer das volle Evangelium hört und glaubt, der Verheißung, der Verheißung, empfängt den Heiligen Geist, otrzymuje Ducha Świętego. Das einfach ist das. Das ist so einfach. Da muss niemand dafür beten, dass ein anderer den Heiligen Geist empfängt. Da muss man niemanden die Hände auflegen. Da muss nicht irgendein anderes Ceremonial durchgeführt werden. Nein, ein Mensch, der das Wort der Wahrheit hört. Nein, ein Mensch, der das Evangelium des Heiligen Geist im Glauben annt. Gto überfängt den Heiligen Geist, der er Geist empfängt den Heiligen Geist, und unterschätzen wir nicht die großartigkeit dieser Gabe. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein unermessliches Segen, dass wir diesen Heiligen Geist besitzen. Es ist ein unermessliches Segen, dass wir diesen Heiligen Geist besitzen. Wir haben eben gehört, dass manche Ausleger schreiben, dass Petrus die Gabe der Unterscheidung der Geist hatte. Und wir haben auch noch, dass Piotr gesagt hat, dass Piotr den Geist hatte. Vielleicht schlagen wir den Ausdruck mal nach, damit man auch weiß, wo sowas steht. Das steht in 1 Korinther 12, vers 10 in der Mitte. 1 Korinther 12, wiersz 10. Inny dar rozróżniania duchów. Schon in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, im Fall von Ananias und Zafira. Ist es Petrus, der Ananias ins Licht Gottes stellt. Da aber ohne eine Aussage von Ananias. Aber ohne eine Aussage von Ananias ist, dass der Heiligen Geist, Petrus, klar gemacht hat, wie der Zustand Ananias war. Und es sieht aus, dass der Duch der Piotr, wie es war Ananias ist. Aber hier ist die Sache ein wenig anders. Hier ist es nicht Petrus, der Simon identifiziert. Du nicht Piotr, der identifiziert Szymon, sondern Simon selbst selbst durch seine Worte. In Lukas 19, lesen wir einen Vers, der diesen Gedanken unterstreicht. In 19, wiersz, rozdziale Lukasza, czytamy wiersz, który tą myśl podkreśla. Da erzählte Jezus das Gleichnis von den Pfunden. Und da gibt es einen Knecht, der faul war. Und der eine völlig falsche Einschätzung des Herrn hatte. Und dann das Pfund, was ihm anvertraut war, in einem Schweißtuch verwahrt hielt, Vers 20. Und er hat das, was er hat, in einem Vers 21. Und er hat das, was er hört hat. Ich fürchte dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt hast. Und erntest, was du nicht gesät hast. Und dann sagt... der Jezus fährt fort in Vers 22. Und die Worte, die dieser Knecht ausgesprochen hat, waren anlass für das Urteil, was der Herr ihm sagte. Hier ist es so, dass Simon offensichtlich die Schanse wittert, mehr Geld zu gewinnen. Hier ist es so, dass Simon offensichtlich die Schanse wittert, mehr Geld zu gewinnen. Hier ist es so, dass Simon, oder Schanse wittert, mehr Geld zu gewinnen. Mehr Einfluss, mehr Geldung zu bekommen. By mieć większy wpływ, by mieć większe znaczenie. Und das wollte er mit Geld bezahlen. I chciał za to zapłacić. Aber dann sagt Petrus, dein Geld fahre sand dir ins Verderven. Wir haben eben über die großartigkeit der Gaben Gottes gehört. Słyszeliśmy o tym wielkim, o wspaniałym, jaki wspaniały ist Dar Boży. Und man hätte wirklich freudy jetzt kurz mal aufzucälen eine Reihe von Segnungen, die wir durch den Heiligen Geist haben. Und jetzt können wir das ganze Bräume geben. Ich glaube, da kommt man schnell über zehn und mehr. Und sehr schnell, die wir uns tief glücklich machen. Wir müssen das, was uns sehr glücklich machen. Aber hier ist es schützend zu sehen. Aber hier ist es schützend zu sehen. Wie Simon glaubt, diese Gaben Gottes durch Geld zu erwerben. Und dann sagt Petrus ihm, du hast weder Teil noch anrecht. I Piotr mówi do niego, nie masz ani prawa, ani działu, ani cząstki. Nein, Simon hatte tatsächlich kein Recht auf diese Gaben. Tak, on faktycznie nie miał prawa do tego działu. Weil die voraussetzung, wunschte Gaben zu bekommen fehlte. Do tego daru, bo brakowało warunków, by ten dar mógł dostać. Das haben wir eben gehört. Hören und glauben. To właśnie słyszeliśmy, słuchanie i uwierzenie. Er hatte tatsächlich kein anrecht. Nie miał prawa do tego. Und er hatte auch kein Teil an dieser Sache. I nie miał też udziału w tej sprawie. Die segensfülle, die die anderen glaubenden erfahren hatten. Te błogosławieństwa, które inni wierzący mogli ich doświadczyć. Die war einem Simon verschlossen. Dla niego zostały zamknięte. Und Petrus stell ihn dann ins Licht. Gottes sagt, dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. I Piotr stawia go przed w świetle Bożym i mówi, serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Aber das großartige ist. Ale to, co wspaniałe, to jest to, selbst für einen Simon gibt es noch die szanse zur Umkehr. Nawet i dlatego Szymona ist szansa, aby zawrócił z tej błędnej drogi. Wenn man sich das jetzt noch einmal bewusst macht, Dieser Mann war so nah dran am Rettend und Glauben. Ten człowiek był tak blisko tej ratującej wiary. Aber weil sein Herz nicht aufrichtig vor Gott war. Aber weil sein Herz nicht aufrichtig vor Gott ist, ging er verloren. Poszedł auf das Geilnis. Ich denke an die beiden Räuber am Kreuz. Und jetzt, ich denke an die beiden Räuber am Kreuz. Ich denke an die beiden Räuber am Kreuz. Oder beide gleich nah dran. Obaj tak samo blisko tego jedynego. Und einer ergreift die Räuber des Heilands. I jeden z nich chwyta tą ratującą Ręgą Zbawiciela. Und der andere nicht. A drugi nie. Ein Ausleger schreibt hierzu Apostolgeschichte. Ach, einen interessanten Satz. Jeden z wykładowców pisze ciekawe zdanie na temat tego ósmego rozdziału dziejów. Simon geht in sicht weite des Retters verloren. Ten Szymon, będąc w tym spojrzeniu tego Zbawiciela, idzie na zginienie. Wir haben ja hier eine Familienkonferenz. Mamy tutaj rodzinną konferencję. Vielleicht sind hier noch Kinder. Może i są wśród nas dzieci. Vielleicht sind hier erwachsne, die noch nicht zum Glauben kommen sind. Es gibt heute noch einmal die Chance, den Herrn Jezus anzunehmen. Dziś ist jeszcze jedna Chance, aby przyjąć Pana Jezusa. Sich im Glauben an ihn zu wenden. By wierze się zwrócić do niego. Und ihm die Schuld des Lebens zu bekennen. I wyznać mu swoją winę swojego życia. Im Glauben anzunehmen. Du hast die Strafe zu meinem Frieden getragen. I wyznać, Ty przyjąłeś karę dla mojego pokoju. Es gibt heute noch einmal die Chance. Jeszcze dziś jest ta Chance. Ob sie morgen wiederkehrt, weiß man nicht. Czy jutro też taka Chance będzie? Nie wiemy. Simon, ein Mann in Sichtweite des Etters. Ten Szymon, który był w polu widzenia Zbawiciela. Wir müssen davon ausgehen, er ist verloren. I musimy wyjść z tego założenia, że on zginął. Für ewig verloren. Na wieki zginął. Ist dieser Mann uns eine Warnung? Jakże ten człowiek jest wielkim ostrzeżeniem dla nas? Und wir rytut er uns auf. I jakże to nas porusza? Dass unser Herz aufrichtig ist vor Gott. Aby nasze serce było szczere przed Bogiem. Ich habe eine Frage, die mich beschäftigt in Bezug auf Samaria. Wo die Samarytische Frau, zu dem Herr Jezus sagt. Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i sam z niej pił? Ob der Herr größer sei als unser Vater Jakob, der diesen Brum gab, aus dem man trinken konnte? Chodzi mi o sposób rozumienia tego. Czy tego ojca można tu rozumieć w sensie dosłownem, pochodzeniowo, fizycznie w sensie? Ob man diesen Vater hier persönlich und physisch und körperlich direkt an dieser Stelle verstehen kann? Lub też chodzi tutaj po prostu o ojcostwo wiary. Tak jak w naszym przypadku mamy w Abrahamie ojca. W sensie wiary. Oder geht es um die Vaterschaft des Glaubens, so wie wir Abraham als Vater des Glaubens kennen. Wenn wir die Stellen über die Samarytische zusammen nehmen, Wenn wir die Stelle über die Samarytische zusammen nehmen, dann stellen wir fest, dass sie aus verschiedenen Landschaften dort, die diese Gegend importiert wurden, To możemy stwierdzić, że oni z różnych okolic, z różnych regionów zostali jakby zaimportowani. Und ihre natürlichen abständen nach gehörten sie nicht zu dem Volk Israel. I według ich naturalnego pochodzenia nie należeli do ludu izraelskiego. Aber es war ja ein Priester dorthin geschickt worden, der sie mit den gebräuchen des jüdischen Glaubens bekant machen sollte. Ale został wysłany do nich pewien kapłan, który miał ich zaznajomić ze zwyczajami żydowskimi. Und sie haben diese auch zum großen Teil angenommen. I w wielkiej, znacznej części przyjęli to. Was ihre Religion angeht, waren sie also keine Heiden, sondern Juden. Co do ich religii, więc nie byli poganami, ale Żydami. Natürlich gab es unterschiede, rywalität, haben wir darüber gesprochen. Oczywiście, były różnice, rywalizacja i tak dalej, mówiliśmy o tym. Aber in diesem Sinn bekannte sich diese Frau auch zu Jakob als ihrem Vater. Ale w tym sensie, ta kobieta, przyznawała się do Jakuba, jako swojego ojca. Es gab in der Pause noch zwei weitere Fragen. W przerwie były, powstały jeszcze dwa kolejne pytania. Es gab noch mehr, aber ich mein zwei waren vielleicht von allgemeinem Interesse. Oczywiście, było ich więcej, ale myślę, że te dwa były takie, które wszystkich zainteresują. Eine Frage zu dem Vers 15. Jedno z nich do wiersza 15. Woher wussten eigentlich die Apostel, dass die glaubenden in Samaria den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatten. Ich kann die Frage gar nicht beantworten. Weil die Bibel es uns nicht sagt. Bo Biblia nam tego nie mówi. Und wir sollten betrachten, was die Bibel sagt, und nicht das, was sie nicht sagt. I mamy rozważać to, co Biblia mówi, a nie to, czego nie mówi. Aber eins steht fest. Ale jedno ist pewne. Uns teilt Gott es mit, in Vers 16. Nam Bóg o tym mówi w 16. wierszu. Die Bibel teilt uns da mit, denn der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen. Na nikogo, bowiem z nich nie był, jeszcze zstąpił. Und genau so hatte Gott mittel und weg, es den Aposteln klar zu machen. I dokładnie w ten sam sposób Bóg musiał to apostołom uzmysłowić. Und so hatten sie es erkannt, und dann beteten sie, damit auch sie den Heiligen Geist empfängli. I w ten sposób oni to poznali i modlili się, aby i Duch Święty na nich zstąpił. Noch eine Frage war gestellt worden. Jeszcze jedno pytanie było postawione. Warum steht hier in Vers 16, sie waren getauft auf den Namen des Herrn Jezus? Dlaczego w 16. wierszu jest napisane, byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa? Und der Hintergrund der Frage ist, diese aufforderung des Herrn Jezus aus Matthäus 28, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. I to wezwanie z Matthäus 28, gdy Pan mówi, chrzcijcie ich w imię Ojca, Ducha i Syna. Ich möchte jetzt nur eine Antwort geben anhand der Apostolskiej Geschichte. Chciałbym dać odpowiedź tylko tyczącą się dziejów apostolskich. In Kapitel 2 werden Menschen getauft. W 2. rozdziale byli chrzczeni ludzie. Und da steht in Vers 38. I w 38. wierszu czyta, sie wurden getauft auf den Namen Jesu Christi. Że byli chrzczeni w imię Jezusa Chrystusa. Hier in unserem Vers steht, sie wurden getauft auf den Namen des Herrn Jezus. W naszym oryfku ist napisane, że byli chrzczeni w imię Pana Jezusa. Und in Vers 38 in unserem Kapitel steht einfach, er taufte ihn. A w 38. wierszu jest po prostu napisane, i ochrzcił go. Und wenn wir nur diese Stelle nehmen, dann stellen wir fest, dass gibt keine taufformel, die man sprechen müsste, wenn man jemand tauft. All diese drei Beispiele sind Beispiele für die christliche Taufe. Und es ist überhaupt kein Fehler, sich an die Worte, die der Herr Jesus in Matthäus 28 gesprochen hat zu halten. Wcale nie jest to błędem, jeśli będziemy się trzymali słów, które wypowiedział Pan Jezus w Matthäus 28. Aber wir können daraus kein Gesetz, keine taufformel ableiten. Aber wir können nicht aus dem Namen des Herrn Jezus getauft werden. Auch wenn sie hier auf den Namen des Herrn Jezus getauft waren, dann war das ohne abstriche die christliche Taufe. Nawet wenn wir die Ochrzczeni w imię Pana Jezusa, bez wątpienia, był to chrzest chrześcijański. So viel zu diesen Fragen. Tyle, co do tych pytań. Ich lese noch einen Vers zu unserem Thema unmittelbar vor der Pause. I jeszcze jeden wiersz, co do naszego tematu z Przedprzerwy. Ein Vers, der wie Ephesja 1, Vers 13 die normale Reihenfolge deutlich macht. Ephesja 1, Vers 13, który pokazuje nam tą normalną kolejność. Und zwar die normale Reihenfolge im Blick auf das Empfangen des Heiligen Geistes, das er in uns wohnt. Jak otrzymuje się Ducha Świętego, który w nas mieszka? Galata 3, Vers 2. Galatia 3, 2 Wiersz. Paulus fragt die Galata. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z Wiarą? Nun, die Antwort ist klar. Sie hatten ihn empfangen aus der Kunde des Glaubens. Odpowiedź jest jasna, otrzymali przez słuchanie z Wiarą. Das heißt, sie hatten gehört, to znaczy słyszeli, sie hatten geglaubt, uwierzyli, und sie haben den Heiligen Geist empfangen. I otrzymali Ducha Świętego. Das ist die normale Reihenfolge. To ist ta normalna kolejność. Gott versiegelt den der Glaub, dem Evangelium des Heiligen. Bóg zabieczetowuje Tego, który wierzy w Ewangelii Zbawienia. Warum es hier in Kapitel 8 diese besondere Situation ist, das haben wir verstanden? Dlaczego tutaj ist ta szczególna sytuacja, to zrozumieliśmy? Es war das Anliegen des, das Anliegen Gottes, das Anliegen des Geistes Gottes. To było, to Duchowi Bożemu leżało na sercu. Aus deutlichste diese Einheit der einen Versammlung zu bestätigen, zu zeigen. Aby potwierdzić, aby pokazać dobitnie tą jedność Zgromadzenia Bożego. Ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt weitermachen bei dem Simon. Myślę, dass es gut wird, wenn wir weitergehen mit diesem Thema weitergehen. Friedhelm hat schon einige Punkte gezeigt, wodurch der Simon entlarvt wurde als einer, der nicht wirklich glaubte. Przed chwilą słyszeliśmy, die Kilka Punkte, in denen Szymon został obnażony, dass er ist niewierzy. Der nur diesen äußeren Glauben hatte. On, der nur diesen äußeren Glauben hatte. Und ich möchte gerne noch ein erkennungsmerkmal nennen. Jeszcze jeden, taki rozpoznawczy, rozpoznawczą cechę chciałbym podać, um nie zu. In Vers 19 hat er diese Bitte, gebt mir diese Gewalt. 19. Wiersz hat er diese Bitte, gebt mir diese Gewalt. Er hat gar keine Bitte, gar kein Interesse, den Heiligen Geist selbst zu bekommen. Er wollte nur diese Gewalt in anderen mitzuteilen durch Hände auflegen. Wenn er wirklich Leben aus Gott gab, dann hätte er ein großes Interesse daran gehabt, den Heiligen Geist selbst zu bekommen. Gdyby On miał życie wieczne, to sam miałby, chciałby, pragnąłby tego, żeby Duch Święty był w Nim, na Nim. Wir haben eben an dieses Vorrecht gedacht, an diese Segnung, die damit verbunden ist, dass der Geist Gott ist in uns worden. Przed chwilą też mówiliśmy o tym przywileju, o tych błogosławieństwach, które mamy, przez to, że Duch Święty jest w nas. Aber darum bittet Simon gar nicht. Ale ten Szymon o to wcale nie prosił. Und es macht deutlich, dass er dafür gar kein Interesse hatte. I to nam uzmysławia, że w ogóle go to nie interesowało. Nein, er war keiner, dessen Herz dem Herrn gehörte. On nie był takim, którego sercem należałoby do Pana. Ja, er war einer, der verloren ging, der kein Teil und Anrecht an dieser Sache hatte. On był kimś kto był w skubione i nie miał ujałów tej sprawie. Im Anschluss daran möchte ich noch auf einen weiteren Punkt hinweisen in Vers 23. Denn ich sehe, dass du im Galle der Bitterkeit, nein, entschuldigung, davor noch 22. Tu nun buch über deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du im Galle der Bitterkeit und den Fesseln der Ungerechtigkeit bist. Ich denke dabei an ein Vers aus Hebräer 4. Ich denke dabei an ein Vers aus Hebräer 4. vor dem Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Vers 13 ist das. Vers 13 ist das. Aber dann geht er noch etwas tiefer in sein Herz. Und lässt euch Petrus offenbaren, dass auch bitterkeit in seinem Herz ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen hypotetisch, was ich sage, ein bisschen anwendung. Aber können wir nicht daran sehen, dass er einer war, dem ja die ganze Stadt anhing? Und plötzlich musste erleben, dass ein stärkerer kam. Und ich denke, das hat ihn auch bitter gemacht. Ich möchte eine kleine Anwendung für uns auch daraus nehmen. Es gibt einen Vers, in Psalm 17, einen Vers. W 17. psalmie znajdujemy pewien wiersz. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Das ist prophetisch, positiv auf den Herrn Jesus gerichtet. Prorokso wskazuje das auf den Jesus. Jetzt stelle ich mir manchmal die Frage für mich selbst. Niemniej, ich persönlich persönlich zadaue mich eine Frage zu mir. Wie oft gehen meine Gedanken weiter als das, was ich sage? Wie oft gehen meine Gedanken weiter als das, was ich sage? Das ist nicht immer eine Lüge. Aber wir versuchen noch manchmal mit Worten etwas zu erreichen, wo wir uns nicht wagen, es direkt auszusprechen. Ich vergleiche das jetzt nicht mit der Bitterkeit im Herzen hier. Ich möchte nur sagen, dass das Äußere manchmal etwas überdeckt, was eigentlich der Grund im Herzen ist. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, was in der Grund im Herzen ist. Das ist sicherlich, was das ist in der Grund. Hier sehen wir auch den Einfluss, den Geld hat. Denn die Geldliebe ist die Wurzel allen Übels. Und drei Niederlagen, die die Kirche Gottes erlebt hat in Bezug auf die Geldliebe, waren eben mit der Geldliebe verbunden. Das Moren der Griechen. Dann Ananias und Zafira. Hier Simon der Zauberer. Und nichts vergessen Judas noch bevor die Kirche entstand. Oder auch der Saul im Alten Testament, der eine Gabe nicht oder eine Gabe vorenthalten hat, um die Pest zu verhindern oder den Fluch zu verhindern. Achan hat einen Schatz versteckt, weil er Geldliebend war. Gehazi war ebenfalls Geldliebend. Die Söhne Helis und Samuels. Wenn jemand meint, dass das Geld Geld verdienen, ist das eine verlorene Wurzel. Es ist interessant, dass Simon um die Gewalt bittet. Aber Petrus sagt ihm. Aber Piotr sagt ihm. Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast die Gabe Gottes durch Geld zu erwerben. Wir lesen von dem Herrn Jesus, dass er zu der Frau an dem Brunnen, der samarytischen Frau an dem Brunnen sagt. Wenn du die Gabe Gottes kenntest. Wenn du die Gabe Gottes kennst. Im Korintherbrief lesen wir den bekanntesten Vers, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das heißt, Petrus hat bestimmt zugegeben, was der Simon wollte. Er wollte nur die Machtausübung. Z całą pewnością Piotr dobrze słyszał, czego chciał ten Szymon, że chciał mieć tą moc wykonywania. Aber er setzt das gleich mit dem Wunsch, Gott zu bekommen durch Geld. I on to stawia na równi z tym życzeniem, by pozyskać jakby Boga przez pieniądze. Und deswegen ist seiner Antwort so streng ihm gegenüber. I dlatego jego odpowiedź brzmi tak ostro wobec Niego. Dein Geld fahre samt dir ins verderbim. Niech zginą wraz z Tobą pieniądze Twoje. Dann sagt er zu ihm, du hast weder teil noch anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. I dalej mówi, nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce Twoje nie jest szczere wobec Boga. Er stellt ihm... Man könnte meinen, dass er ihm sagt, das ist ein ultimatum an dich, das ist so und für dich persönlich gibt es keine Möglichkeit mehr. Można by powiedzieć, że stawia mu jakieś ultimatum, że dla Ciebie to już jest niemożliwe. Aber im Vers 22 lernen wir, dass er ihn doch auffordert zur Busse und ihm dadurch ein prinzip vorgestellt hat. Ale widzimy w 22 wierszu, że go wzywał do pokuty i daje mu tą możliwość. Du hast weder teil noch anrecht an dieser Sache als verdorbener Mensch, der meint Gott durch Geld zu erwerben. Nie masz cząstki ani udziału, jako ten zgubiony człowiek, który myśli, że za pieniądze można uzyskać coś od Boga. Tu nun Buse und diese deine Bosheit, über diese deine Bosheit. Odwróć się od tej nieprawości pokutu i odwróć się. Und bitte den Herrn, ob er dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. I proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca Twego. Das ist sehr interessant, dass hier dieses Wort anschlag verwendet wird. To jest ciekawe, że tu jest opisany ten zamysł serca. So ernst ist für Gott, wenn man so an ihn herangeht. Tak ist to poważne dla Boga, czy poważne dla Boga, gdy idzie się do Niego. Wenn wir mal auf menschlicher Ebene darüber nachdenken, versuch mal mit Geld einen Menschen zu kaufen. Gdybyśmy tak na ludzkiej płaszczyźnie o tym pomyśleli, że by kupić jakiegoś człowieka, przekupić jakiegoś człowieka za pieniądze. Wir würden das sofort als eine extreme beleidigung ansehen. Natychmiast byśmy to ocenili, że jest to ujma. Wie viel ernst ist das, wenn man meint Gott, der in Gnade dem Menschen begegnet ist, durch Gott, durch Geld gewinnen zu wollen. I o ileż bardziej ekstremalnym jest, jeśli do Boga idziemy i chcemy Jego za pieniądze przekupić. Dwudziesty czwarty wiersz pokazuje nam wyraźnie duchowy, prawdziwy stan Szymona i przeszkodę, jaka utrzymuje się w Jego sercu. Vers 24 zeigt uns den tiefen Zustand, den verlangen Zustand von Simon und den wahren Hinderungsgrund, der in seinem Herzen versteckt war. Zgodnie z tym, co powiedział do Niego Piotr, on mógł prosić Pana. Das, was Petrus ihm gesagt hat, hätte er, der Simon, eigentlich direkt den Herrn fragen können. Dlaczego on tego nie zrobił? Warum hat er den Herrn nicht gebeten? Das ist sehr einfach zu beantworten, weil der Herr nicht sein Herr war. Er hat nie die Autorität Christi über sich anerkannt. Eigentlich dient er einem völlig anderen Herrn. Und er sah seine einzige rettung in den Worten, betet ihr für mich zu dem Herrn. Oni wiedzą, on wie o tym, oni mają społeczność z tym Panem, ja nie. Er ahnt also und sieht es ganz deutlich, dass sie gemeinschaft mit diesem Herrn, mit dieser Kwelle haben, er aber nicht. Czy Piotr i inni idą za tą prośbą? Antworten Petrus und die anderen auf seine Bitte? Oder gewähren sie sie ihm? Nie. Oni pozostawiają go pod osobistą odpowiedzialnością, aby porzucić wszystko i uznać Chrystusa. Nein, sie überlassen ihn der persönlichen Verantwortung, alles aufzugeben, darüber buße zu tun und zu dem Herrn zu kommen. Das ist für uns ein sehr wichtiger Hinweis darauf, wie man wirklich durch die rettende Hand und gnädige Hand Gottes eretetet werden kann. Wenn jemand in diesem Raum ist und meint nicht mehr Gott als seinen Herrn anrufen zu können, oder ihn als Herrn anzubeten. Das ist das für dich jetzt eine sehr deutliche Aufforderung, dass du die Autorität Gottes über dir ansiehst. Er ist der Christus und er ist der Geber von allem. Aber er fordert etwas in seinem Leben, nämlich die anerkennung, die völlig anerkennung seiner Autorität. Wir haben gehört, dass er diese Gelegenheit nicht genutzt hat. Und jeder Mensch, der das nicht tut, der geht ins Verderben. Gott hat dieses Teil nicht für ihn erwählt. Er selber hat diese tragische Wahl getroffen. Er noch ein Gedanke zu diesem Wortanschlag. Ich möchte nur Verset aus Römer 2. Vers 16. Es wird in der Tag, wenn, wie in der Evangelischen Gelegenheit, mein Gott sagt, dass es die Menschen verletzt werden durch Jesus Christus verletzt werden. Vers 16. Und dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird nach meinem Evangelium durch Jesus Christus. Das ist ein ähnlicher Gedanke wie der aus Hebräer 4, dass Gott alles sieht. Vers 24. In Verbindung mit diesem Vers 24 erkennen wir noch ein weiteres Entlaufungsmittel. Vers 23. Absolut, wenn wir noch ein neues Leben haben. Wenn jemand ein neues Leben hat, warum jemand etwas neu ist, jemand, der sich bekehrt hat, der sich nachschraubt hat, hat eine Beziehung zu dem Menschen, hat eine Beziehung zu dem Menschen, hat keine Angst vor dem Menschen. Dann würde ich gerne in Verbindung mit dem, was wir in Vers 20 für uns hatten, sagen, dass wir uns bewusst sind, dass genau dieses Prinzip den größten Teil der Christen heute durchzieht. Vielleicht denken wir jetzt besonders an eine Kirche, być może myślimy tylko teraz o jednym Kościele, aber das Prinzip, etwas zu tun und dadurch die Gabe Gottes, jetzt mal allgemein gesprochen, neues Leben, den Geist Gottes zu bekommen, ist ein Prinzip der Christenheit geworden. Natomiast zasada, ubłagać Boga za pomocą Uczynków, Peniędzy, czymkolwiek, ist zasadą chrześcijańską w dzisiejszym świecie. Und das ist für Gott so ein Gräuel, dass diese harten Worte, wie wir das empfinden von Petrus, absolut angemessen sind. Und das ist so ein Ochidon dla Boga, dass surode Słowa Jego sind całkowicie stosowne und in einem miejscu. Ob mit Geld oder mit Werken, wir können eine Gabe niemals erwerben. Das ist ein Geschenk. Nie ma znaczenia, czy pieniędzmi, czy staraniami, czy Uczynkami. Nie można daru, darowanego, uzyskać pieniędzmi. Das ist dar. Dazu passt natürlich, dass jedenfalls dieses System Vers 24 auch für andere praktiziert. Dlatego, das habe ich nicht verschaffen. Dazu passt, dass diese Kirche genau das tut, worum dieser ungläubige Mann Simon in Vers 24 bittet. Do tego pasuje to, dass pewien Kościół dokładnie to czyni, mianowicie spełnia prośbę tego Szymona, w obrazie mówiąc. Als ob jemand anderes, als der Herr Jezus mitla für ihn sein könnte. Tak, jakby ktoś inny, albo coś innego mogłoby być pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Und in diesem Sinne meine ich entlavert dieser Abschnitt hier viel weitergehend, was an falschen Entwicklungen inmitten der Christen heute gamut gebe ist. Und in diesem Sinne dieser Abschnitt, in diesem Sinne, der Herr von Friedhelm, dass dieser Mann sich hier durch Worte entlaft. Wenn wir hier, dass dieser Mann sich hier durch Worte entlaft haben, dass dieser Mann sich hier durch Worte entlaft. Hier haben wir einen Mann, der ausserlich sich zu den Christen hielt, aber dessen Worte offenbarten, dass kein Leben da war. Weil hier haben wir einen Mann, der sich zwischen den Christen hielt, aber seine Worte entlaft haben, dass kein Leben da war. Manchmal haben wir genau in ungekehrten Fall. Da spricht jemand ganz wohllautende Worte, dass jemand etwas schmerzende Worte entlaft. Und wir erkennen nur durch seine Taten, was er tut, dass er ein Unglöpiger ist. Und wir erkennen nur durch seine Taten, was er tut, dass er ein Unglöpiger ist. Und wir erkennen nur durch seine Taten, was er tut, dass er ein Unglöpiger ist. Manchmal gibt es solche, die böse reden und böse handeln. Aber manchmal gibt es auch Christen, Die reden so, dass du nicht sagen kannst, sie sind Unglöpig. Und sie leben so, dass man nicht sagen kann, sie sind Unglöpig. Und dann müssen wir das stehen lassen. Und dann müssen wir das stehen lassen. Der Apostel sagt, der Herr kennt die Sein sind. Was an uns ist. Was an uns ist. Wir müssen nicht beurteilen, ob der oder der so oder so steht. Wir müssen nicht beurteilen, ob der oder der so oder so steht. Es sei denn, er kommt auf uns zu. Oder er kommt und möchte Gemeinschaft haben inmitten der Versammlung Gottes. Und dann müssen wir auch ein Urteil abgeben. Wir haben schon in Verbindung mit Vers 24 gehört, wie wunderbar die Gnade ist, dass ihm das Evangelium noch verkündigt wird. Und das zeigt uns auch, dass wir bis zum letzten Augenblick Personen, mit denen wir zu tun haben, die gute Botschaft weitergeben wollen. Wenn Petrus das selbst mit diesem Mann getan hat, wenn Petrus das selbst mit diesem Mann getan hat, dann wollen wir jede Möglichkeit nutzen, wenn wir es mit einer Person zu tun haben, mag sie noch so böse als Unglöpiger sein. Wir müssen nicht entscheiden, dass wir das mit jedem Mann zu tun haben. Wir müssen nicht entscheiden, ob die Gnadezeit abgelaufen ist bei diesem Mann. Wir müssen nicht entscheiden, ob die Gnadezeit abgelaufen ist. Und Letzte Bemerkung noch zum Ende Vers 23. Und letzte Bemerkung noch zum Ende Vers 23. Dieser Mann war ein fesselender Ungerechtigkeit. Dieser Mann war ein Wieser権 der Ungerechtigkeit. Es ist eine direkte Widerlegung, dass der Mensch meint, er sei frei. Dieser Mann war gefangen. In seinem Fall, in dieser Bosheit der Ungerechtigkeit. Und so ist letztlich jeder Ungläubiger in diesen Fesseln. Und jetzt muss ein göttliches Werk kommen, um ihn zu befreien. Das heißt, sein Leben mit dem Urteil Gottes anzusehen. Das heißt, dass er sünder und verloren ist. Er muss seinen Sinn, seine Gesinnung ändern. Muss sich öffnen für den Herrn Jesus. Und dazu gehört auch zu trauern über das Böse und die Sünde, die man begonnen hat. Und dazu liegt ein sehresiger Wartes. Und so ist es auch der happened, um ihn zu gefährden. Wir sehen auch an Vers 24. Wenn er da sagt, bittet ihr für mich zum Herrn. Gdy mówi, módlcie się wy za mną do Pana, albo proście za mną do Pana. Tą swego rodzaju zewnętrzną wiarę. No mal, es war kein rettender Glaube, das haben wir deutlich gesagt. Oczywiście mówiliśmy dobitnie, że to nie była ta ratująca wiara. Aber er meint durchaus, was er sagt, mein Herr. Bittet ihr für mich den Herrn? Ale on tutaj właśnie to ma na myśli, co wypowiada. Proście za mną do Pana. On nie mówi, że tego Pana wcale nie ma. To jest chrześcijańska mowa. Aber er selbst konnte nicht beten. Ale on sam nie mógł, nie mógł modlić się. I już Manuel mówił, że modlitwa jest cechą charakterystyczną nowo zrodzenia. To była cecha charakterystyczna Saula, który właśnie się nawrócił. Gdzie ten Ananiasz miał strach, mówiąc, do niego ma iść. Ten, który wszystkich chrześcijan prześladował. On o to idź, o to się modli. On tego nie potrafił tutaj. Jeszcze jedno, co do tych dobrych uczynków, które można przez pieniądze nabyć. Ten błąd, to błędne myślenie obecnie przetacza się przez całe chrześcijaństwo. I chciałbym też to zwrócić do tych, którzy są prawdziwie wierzącymi. Którzy może myślą, że muszę być wierny, abym nie stracił życia wiecznego. Jest wielu chrześcijan, którzy właśnie tak myśli, muszę być wiernym, aby nie stracić życia wiecznego. To jest, co do zasady, podobna zasada. I może nie nabyć ten dar woży, ale by go zachować. Do tego jest potrzebna moja wierność. Jak wielu prawdziwych bieżących tak właśnie myśli. A pewność zbawienia jest określana przez nich nawet jako błędna nauka. I zmierzając do końca mamy ten pękny XXViersz. Zbawienia, zbawienia, którzy nie zadowolili się tym, że tylko przez ich modlitwę i włożenie rąk ten Duch Święty na nich stopił. Dla nich to byli teraz wierzący w Panu. I dla nich to było wielką radością, by Piotrowi i Janowi złożyć jeszcze świadectwo i opowiedzieć słowo Pańskie. I po tym, gdy to uczynili, odeszli z Samarii do Jerozolimy. Musimy jednak jeszcze chwilę do Samarii. A tam są jeszcze kilka radości w Samarii, na drogach do Jerozolimy. Ale w tej drodze do Jerozolimy jeszcze w tej Samarii, regionie samarytańskim, było kilka wiosek. I może byli pokrzepieni, albo pokrzepiali tych, którzy ci rozproszeni, co oni uczynili. Może i oni, tak jak i Filip, głosili tą Ewangelię. I oni czynią to samo teraz. Czasami to tak mi trochę szkoda, że w takich czasach żyjemy. Ja tutaj przyleciałem samolotem. Co niektórzy samochodem. 10-12 godzin jechali i są w Katowicach. Co do zasady, nie chodzi się pieszo od takich odcinków. I nie znamy już tego, co tutaj właśnie na koniec czytamy. Wzdłuż czy wszerz po wielu miejscowościach. To też przeszkadza, aby coś takiego jak tu jest opisane czynić. Oni przechodzili przez wioski i widzieli tam ludzi. Bez Bożnych i bez nadziei w tym świecie. I to poruszało ich serca. I głosili tam Ewangelię. Jakże to jest piękne. Jakże to jest piękne. Diabeł usiedla. Jezus Chrystus uwalnia. A niewierzący ludzie tego świata odwracają tą kolejność. Czy odwracają to, ten fakt. Diabeł sugeruje, że gdy żyją tak jak chcą, to wtedy są wolni. I nie pojmują, nie rozumieją tego, nie widzą tego, że wtedy właśnie są uwięzieni w tych więzach szatana. Albo tak jak tu jest zapisane, więzy nieprawości. Jeszcze jedna uwaga do tego, jak rozpoznać, czy ktoś jest wierzący, czy nie. W 22 wierszu jest napisane, proszę Pana. A w 24 ten Szymon mówi, proście Wy za mną do Pana. Ten Szymon był tym czarnoksiężnikiem i miał tego nieczystego ducha w sobie. Ktoś, kto ma nieczystego ducha w sobie nigdy nie może wypowiedzieć tych słów, Pan Jezus jest moim Panem. Po tym właśnie możemy też rozpoznać ludzi, czy tylko wierzą w Boga, tak jak i demony wierzą, że Bóg istnieje, czy mają prawdziwą wiarę w Pana Jezusa. Można by się zapytać, dlaczego Piotr nie modlił się za tym Szymonem tutaj? Można by się zapytać, dlaczego Piotr nie modlił się za tym Szymonem tutaj? I czytaliśmy przecież, że za innych się modlono i demony były wyklędzane. To, co jest osobliwe i szczególne, to to, że Szymon nie chciał czynić, pokutować. I przez to nie miał tej żywej relacji społeczności z Jezusem Chrystusem. Może jakiś młody wierzący nasunęło mu się pytanie, czy naprawdę jestem nawrócony? Słyszeliśmy co nieco właśnie o tej takiej teoretycznej wierze, ludzkiej, umysłowej wierze i też o tej prawdziwej wierze. Jak można dla samego siebie poznać, jestem faktycznie zbawiony? Pan Jezus mówi, mamy pokutować. Słyszeliśmy właśnie o tym. I mówi nam, że nasze grzechy mamy Jemu wyznać. Wtedy On jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy nasze. Tam nie jest napisane i wtedy będziemy czuli, że nasze grzechy są odpuszczone. Ale jeśli je wyznamy, one będą nam odpuszczone. Właśnie jest to, że musimy się przed Bogiem postawić albo uznać za grzeszników. I że Pan Jezus za moje grzechy umarł. I gdy o nim możemy powiedzieć, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem, to możemy być pewni, że jesteśmy wyratowani. Chciałabym, że jesteśmy wierze wierze. Przeczytamy z Księgi Objawienia, z piątego rozdziału znane wiersze. Teresie, wiersze 6 i 7. Szósty i siódmy wiersz. Objawienie, piątego rozdziału, szósty i siódmy wiersz. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka i jak zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Jest to pierwsze miejsce w Księdze Objawienia, gdzie czytamy o baranku. Z pewnością wielu z was przeczytało już Księgę Objawienia. I z pewnością stwierdziliście przy tym, że właśnie baranek często występuje w Objawieniu. I nie tak dawno, właśnie to dokładnie liczyłem, wydrukowałem sobie wszystkie miejsca. 29 miejsc znalazłem. I pierwsza moja myśl była taka, że tak często to słowo się pojawia, to nie myślałem. A drugie, co sobie pomyślałem, 29 to taka dziwna liczba. I oczywiście przeczytałem każde miejsce dokładnie. I stwierdziłem, że tylko raz słowo baranek jest użyte nie w odniesieniu do Pana Jezusa. Jest to w Objawieniu 13, gdzie jest mowa o tym zwierzęciu, które wychodzi z ziemi. To jest ten fałszy profet, to jest Antychryst. To jest ten fałszywy prorok Antychryst. I tam jest napisane i ma dwa rogi jak baranek. A mówił jak smog. Jeśli usuniemy to miejsce, czyli pominiemy, ponieważ ono nie odnosi się do Pana Jezusa, to wtedy mamy 28 miejsc. I ta liczba podoba mi się o wiele bardziej. Cztery razy siedem. I pierwsze z tych miejsc tutaj przeczytaliśmy. W czwartym rozdziale mamy Boga na Jego tronie. I w piątym rozdziale mamy Księgę i Baranka. Jest to ciekawe, jak pisarz Jan te rzeczy może zapisać. Jak to widział po tym, gdy mu powiedziano, chodź, wstąp tutaj. Najpierw widzi te wielkie rzeczy, które mu wpadają w oko jako pierwsze. Tak to jest w każdym razie przedstawione. Najpierw jest tron. I Bóg na tronie. I na początku piątego rozdziału. Gdy on przygląda się trochę baczniej, by spojrzeć na szczegóły. To widzi w prawej ręce tego, który siedzi na tronie księgę. I w tym momencie, gdy jego spojrzenie padło na ten szczegół. Przychodzi anioł i zapowiada coś. Ta zapowiedź jest w postaci pytania. Które mamy w wierszu drugim. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Często sobie wyobrażam, to są oczywiście tylko moje wyobrażenia. Że po tym pytaniu, gdy to pytanie padło, jest dany pewien czas. Czy może ktoś zjawi się, może ktoś przyjdzie, kto okaże się godnym. Albo może ktoś powie, ja jestem godny. I następnie jest stwierdzenie, co mamy w trzecim wierszu. W pierwszym momencie nikt w niebie nie był godny. Trwało to pewnie jakiś czas, bo Jan zasmucił się i płacze. I Jan ma takie wrażenie, no musi się ktoś znaleźć przecież. Bo jest to konieczną rzeczą, aby ta księga właśnie została otwarta. I przychodzi jeden z tych dwudziestu czterech starców. Przedstawiają, oni są obrazem wierzących starotestamentowych i naszych czasów. I on ma jedno widzenie. I on ma jedno widzenie. Entschuldigung. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamme Juda, der aus dem Stamme Juda ist die Wurzel Davids, das Buch zu öfnen und seine sieben sieben. Nie płacz, piąty wiersz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. Ten lew z Judy to widzimy w tych błogosławieństwach Jakuba, które daje swoim synom. W pierwszej księdze Biblii. I teraz może oczekiwalibyśmy, że Jan zobaczy lwa. Ale nie widzi lwa. Widzi to właśnie, co przeczytaliśmy. Baranka jakby zabitego. Bracia i siostry, kiedyś będziemy właśnie tam. Nie będziemy tam widzieli owcy. Tu oczywiście jest to mowa obrazowa. Ale będziemy widzieli Pana Jezusa w tym charakterze. Baranek jakby zabity. Zadałem sobie trud, oczywiście nie za duży, ale poszukałem miejsca, gdzie słowo Baranek występuje po raz pierwszy w Biblii. W naszym niemieckim, tak zwanym Eberfeldskim tłumaczeniu Po raz pierwszy to słowo pojawia się w II Mojżeszowej 12. W głównym tekście u góry. W dziesiątego miesiąca weźmie sobie każdy Baranka. Baranka dla domu. Ale jeśli spojrzymy na przypisy, to zauważymy, że to pojawia się jeszcze wcześniej. To możemy zobaczyć to słowo w I Mojżeszowej 22. Wo jest in unserer übersetzung im Haupttext heißt, wo aber ist das Schaf zum Brandtroff? W niemieckim tłumaczeniu jest, gdzie jest, u nas jest jak nie, ona cało balenie. I u nas w przypisach jest napisane albo Baranek. I gdy to odkryłem, bardzo się ucieszyłem. To są te dwa pierwsze miejsca, gdzie widzimy tego, pojawia się ten Baranek. I oba są obrazem na Pana Jezusa. Tam w I Mojżeszowej 22, gdzie Izak miał być ofiarowany. I druga Mojżeszowa 12, gdzie mamy mowę o święcie Paski. I sprawdzałem dalej, gdzie jest pierwszy raz użyte słowo zabijać, czy zabity. Dokładnie w tych samych miejscach. I wziął Abraham, Syna swego, aby go ofiarować. I drugi raz to słowo mamy przy właśnie święcie Paschy. Jak zadziwiające jest Słowo Boże. Baranek jakby zabity, jakby ofiarowany. I te dwa miejsca, pierwsze miejsca z Biblii są obrazami dokładnie na to. To jest dla mnie pewien 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 sposób. Dla mnie w każdym razie jest to bardzo podniosła chwila. I każde zaprzysiężenie kogokolwiek w tym świecie jest niczym wobec tego. Przychodzi ten Baranek, o którym jest jeszcze powiedziane, który miał siedem rogów. To jest wyrażenie doskonałej mocy i siły. Siedmioro oczu wyrażenie doskonałego wejrzenia, mądrości. Przedstawia także i siedem Duchów Bożych. I bierze księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Można sobie wyobrazić, jak wielka, jak ogromna, bogobojna cisza zapada w całym niebie. Gdy to ma miejsce. I gdy wziął tą księgę, to wywołuje reakcję tych, którzy otaczają tron. Od ósmego do końca rozdziału w wierszach to znajdujemy. To, co jeszcze zauważyłem. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jest to coś, co do mnie bardzo przemówiło. I najpierw mamy tą pieśń tych dwudziestu czterech starców, ta nowa pieśń. Potem są aniołowie, którzy otaczają tych starców i wyrażają swoją uchwałę. To są wiersze 11-12. To są wiersze 11-12. To są wiersze 13-12. I w 13-13 mamy wszelkie stworzenie. Uwielbiają tego, który siedział na tronie i baranka. Albo lepiej mówiąc przynoszą chwałę i sławę. I jeszcze jedna rzecz mi wpadła. Aniołowie mówią Godziem jest baranek. A stworzenie mówi temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A co śpiewały dwudziestu czterech starców? To są jedyni, którzy śpiewają. Wygubieni. Oni nie śpiewają Baranek jest godziem. Ty jesteś godziem. Oni śpiewają Ty jesteś godziem. Czy widzimy różnicę? Aniołowie i stworzenie mówi o Panu Jezusie w trzeciej osobie. Ale my nie. My mówimy Ty jesteś godziem. Czy nie obrazuje nam to na wspaniałą społeczność i relację jaką mamy z Nim? Mówimy do tego baranka Ty. Jakieś miejsce mamy. Gdy można by przypuszczać, że w trzynastym werszu wszystko się kończy, to zacznie zacznie odbierają. To pierwsza grupa jeszcze raz rozpoczynamy. Cztery postacie mówiły Amen, czyli one potwierdziły mówiąc tak, to co się do tej pory wydarzyło, tak jest. Myślę, że ten Amen bezieje się do każdego wydarzyło, który od wielu grupach wydarzyło. Zatem mówiąc tak, to jest. I potem? Zatem lemy? Myślę, że te pory. Sam zacznie odbierają. Starczy zaś wpadli. A wtedy powiemy na pory. Gdy możemy sobie przypomnieć wcześniej, to czytaliśmy to już w ósmej wierszu. in dem Moment, wo das Lamm das Buch nahm, gdy Baranek brał tą księgę, sind die 24 ältesten doch schon niedergefallen. Tych 24 starców już wtedy upadło. Scheinbar sind sie dazwischen wieder aufgestanden, wenn ich das so sagen darf. Jeśli to mogę tak wyrazić, to oni, wygląda na to, że powstali po tym. Vielleicht haben sie das Lied schon wieder im Stehen gesungen. Może tą pieśń zaśpiewali na stojąco? Die erste reakcją war aber niederzufallen. Ale pierwsza reakcja była upaść. Und am ende fallen sie wieder nieder. I na końcu znowu upadają. Und das, was sie dann sagen, i to, co mówią wtedy, ist nicht niedergeschrieben in Gottes Wort. Nie, nie jest zapisane w Słowie Bożym. Das Lied kennen wir. Tą pieśń znamy. Was die Engel gesagt haben, wissen wir. To, co aniołowie powiedzieli, wiedzą, wiemy. Wie sich die Geschöpfe geäußert haben, ist uns bekampfgegeben. Jak się wyraziło stworzenie, też mamy przedstawione. Aber was die 24 ältesten dann sagen, in anbetung. Ale co tych 24 starców w uwielbieniu mówi, finden wir nicht berichtet. Nie ma o tym opisu. Vielleicht hat das eine tiefe, die wir heute noch nicht verstehen würden. Vielleicht ist das eine tiefe, die wir heute nicht verstehen können. Oder wir stehen in der Gefahr, ein formuliertes Gebet zu machen. Oder wir stehen in der Gefahr, ein formuliertes Gebet zu machen. Nur beim Öffnen des ersten Siegeln wird nochmal das Wort Lamm genannt. Und ich sah, als das Lamm eins von den sieben Siegeln öffnete. I widziałem, jak Baranek zdjął pierwszą z siedmią pieczęci. I potem już to jest opisywane, a gdy zdjął drugą pieczęć i tak dalej. Znowu ciągle jest to ten Baranek. Ale tylko w przypadku tej pierwszej jest Baranek z nazwem wymienionej. W dalszych rozdziałach widzimy tego Baranka w relacji z innymi grupami. Na przykład z wykupionymi wśród wielu narodów. z innymi w tych białych szatach i tych liściach palmowych. Oni są połączeni z tym Barankiem. Na początku czternastego rozdziału te 144.000 w kap. 7. Którzy może nie są koniecznie tymi samymi z siódmego rozdziału. Oni stoją z tym Barankiem na tej górze Sion. Mamy to cudowne wyrażenie o nich, że oni idą za Barankiem, dokądkolwiek on idzie. I chciałbym jeszcze przejść do tych miejsc na końcu tej księgi. W dziewiętnastym rozdziale mamy weselę Baranka. I na końcu mamy na myśli dwudziesty pierwszy i dwudziesty drugi rozdział. od dziewiątego wiersza mamy jak jeden z dwudziesty pierwszy rozdział od dziewiątego wiersza mamy jak jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czas obraz na sądy. Jan pokazuje obrównicę w szczegółach. Mianowicie jako to niebiańskie Jeruzalem. Co to samo w sobie, to już na początku dwudziestego pierwszego rozdziału mamy to niebiańskie Jeruzalem opisane. W tym wiecznym stanie nowe niebo, nowa ziemia jak schodzi z nieba. Ale to niebiańskie Jeruzalem tam jest tylko tak wspomniane. Jest mowa, że jest to przybytek Boży pośród ludzi. Ale od dziewiątego wiersza swego rodzaju tak jakby spojrzenie wstecz. Jest to miasto dokładnie opisane. I tą zasadę mamy czasami w Piśmie. Już na pierwszych stronach Biblii. w 1 Mose 1 mamy 6 dni, w których Gdy Bóg zrobił przez ludzi i w końcu ludzi szukał. w 1 rozdział 1 Mojżeszowej Gdy Bóg stworzył wszystko i przystosował do człowieka na końcu stworzenie człowieka. Ale w 2 rozdziale to nie jest opis drugiego stworzenia, tylko jakby rozwinięcie. I tam jako ukoronowanie tego stworzenia jest przedstawiony człowiek. Jak Bóg go stworzył jest przedstawione właśnie w szczegółach. I podobnie mamy tutaj w przypadku tego niebeńskiego Jeruzalem. I w opisie tego miasta widzimy dokładnie 7 razy baranka. Najpierw jest powiedziane, że ta oblubienica jest małżonką baranka. Kolejny raz mamy 14 wiersz. Na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. I tylko tutaj są oni nazwani apostołami baranka. I tutaj zawsze myślę o tej sytuacji gdy Pan Jezus ostatni raz szedł przez Samarię. Gdy Pan Jezus ostatni raz szedł przez Samarię. Idąc z Galilei skierował swoje spojrzenie na Jeruzalem. I Samarytani nie przyjęli go więcej. I Jan i jego brat są tak zburzeni tym, że nie oddali chwały Panu Jezusowi, że chcą spuścić z nieba ogień. I Pan do nich mówi, nie wiecie jakiego ducha jesteście. Nie zrozumieli w tym momencie, że są apostołami baranka. Oczywiście w objawieniu widzimy te miejsca, gdzie baranek zrzuca ten ogień z nieba. Ale wtedy, gdy apostołowie szli z Panem Jezusem, to nie było to możliwe, aby to się stało. I ten duch, który w tym momencie nimi zawadnął, to nie był duch Jezusa. Tutaj są nazwani apostołami baranka. O następnych miejscach tylko trochę. Chcemy wspomnieć. Jan omawia to miasto dokładnie. On ma jakieś wyobrażenie, jak zbudowane jest miasto. A szczególnie, gdy jest mowa o świętym mieście. To on czegoś oczekiwał. Oczekiwał, że w tym mieście znajdzie świątynię. I tak mi się wydaje, że tak właśnie on myślał, ale nie znalazł nic. Tak samo, jak był bardzo zadziwiony tą nową ziemią. On nie znał innej ziemi, jak tylko tą, na której było morze. Ale tam nowa ziemia nie miała morza. A to święte miasto nie miało świątyni. Żadnej świątyni z kamienia. A jednak była pewna świątynia. Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią i baranem. Jeśli pomyślimy o świątyni w Żydostwie. To jest miejsce, gdzie Bóg mieszkało imię Boże. Pamiętamy, że ta świątynia, ten obłok Boży okrył to miejsce, gdy została wybudowana ta świątynia. Ale też wiemy, że w tej świątyni była ta zasłona oddzielająca. Ten lud stał tak czy owak na zewnątrz. Nie miał uprawnienia, by wejść do środka. I również kapłani nie mieli brawa wejść do miejsca Najświętszego. Tylko najwyższy kapłan raz w roku mógł wchodzić z tą krwią, która miała być pogrobiona nad wiekiem. Ta świątynia w pewnym sensie jakby zakrywała Boga. Bóg mieszkał w ukryciu. Ale tutaj nie ma żadnego budynku, który by otaczał Boga. Bóg jest tym, do którego się bezpośrednio przychodzi. I baranek. Oni budują czy tworzą tą świątynię. Bezpośrednie zbliżanie się do Boga i do baranka jest już możliwe. To, że brakuje tej kamiennej świątyni to nie jest strata, lecz zysk. Następna rzecz, też jest czymś, czego nie ma. 23 wiersz. Nie potrzebuje ani Słońca, ani Księżyca. Bo jest oświecany Chwałą Bożą. I lampa. Tą lampą jest baranek. Czwarty raz, gdy baranek tutaj jest wymieniony. Źródłem światła jest baranek. Wspaniały fakt. Wiem, że Pan Jezus, gdy przyszedł na świat, był światłością świata. Wiem, że Pan Jezus, gdy przyszedł na świat, był światłością świata. Gdy przyjdzie do swojego ziemskiego ludu, przyjdzie jako to Słońce Sprawiedliwości. Ale jednak jest nie do tak na świat... ...gody wierzym światła dla dönemiej uśmiech. Ale nie jest tylko to Słońcempie, dla tego Słońce, ...sąd zastanowicie świat tej. Ale nie jest dla o Słońce, dla tego miasta. Gdy też to, że jest dla gólujne Mauę jak Gla. Wiem, że jest dla Słońce Wyrusów. das Licht praktisch die Stadt durchdringt, auch die Stadtmauer, bo to światło przenika przez to miasto, przez te mury też. I to światło służy dazu, dass die Nationen durch dieses Licht wandeln, że te narody przechodzą przez to światło. Wir bedenken, Geschwister, dass auch in unseren einstchristlichen Ländern Das Licht des Wortes Gottes immer mehr beiseite gehört. Alles, was Gott gesagt hat, an Ordnung beiseite gesetzt. Wszystko, co Bóg ustanowił, jeśli chodzi o porządek, jest odsuwane. I gdy przywódcy krajów na Węgrzech albo i w waszym kraju nie chcą współgrać w tym wszystkim, co Unia Europejska nakazuje, to mają w wielu sprawach rację, że nie we wszystkim grają. Denn Europa insgesamt lehnt das Licht des Wortes Gottes ab. Bo Europa odkłada, odsuwa światło Słowa Bożego i tonie w niemoralności i w doskonałym odrzuceniu przeciwko wszelkiemu porządkowi stworzenia Bożemu. Ale nastanie czas, który będzie cudowny. Gdy narody będą chodziły w tym świetle. Ale to światło ma swój jakby zaczątek w Panu Jezusie. Z 5. wiersz Księdze Żywota Baranka czytamy 5 raz. To wyrażenie znajdujemy dwukrotnie. Tylko tutaj raz. I te dwa ostatnie miejsca. Tu chodzi o tron Boży i Baranka. Dwukrotnie ten tron jest tak wymieniony. W pierwszym wierszu jest mowa, co wychodzi z tego tronu. Jest to woda życia. Jeśli to porównamy z prorokiem Ezechielem, to ta woda wpływa pod brokiem Domu Bożego. Rozdziela się pod dwójną rzeką. Jedna część płynie do Morza Śródziemnego. A druga część płynie do tzw. Morza Martwego. Jest to laissez sł hosk . Aber dieses Wasser weiter zurück wird es nicht verfolgt, als bis dass es hervorkommt unter der Schwelle des Dores des Hauses Gottes. Das Wasser wird nicht weiter zurückverfolgt bis an die Quelle, sondern es wird nur gesehen, es kommt hervor unter der Schwelle des Hauses Gottes. Aber hier wird zurückgegangen bis zur Quelle, aber es hat eine Quelle am Tron Gottes und des Lammes. Dort entspricht dieses Wasser des Lebens. Das ist der Tron, den wir in Offenbarung vier haben. Das ist der Tron, den wir in Offenbarung vier haben. Dort waren Blitze, dort waren Donner. Dort waren Pioruny, Grzmoty. Dort werden wir in diesem Tron niemals von diesem Tron ausgehen. Wir lesen nachher, der Fluch wird nicht mehr sein. Wir lesen nachher, der Fluch wird nicht mehr sein. Von diesem Tron geht nur noch Segen aus. Wie das auch hier im Wasser des Lebens dargestellt wird. Und dann wird uns in Vers 3, wird dieser Tron noch einmal genannt. Der Tron Gottes und des Lammes. Der Tron Gottes und des Lammes. Und es wird uns gesagt, wo der steht. Wir lesen. Wir lesen. Der Tron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Das ist die Frau. Das ist die Frau. Das ist die Versammlung. Der Tron Gottes und des Lammes. Das steht mitten in der Versammlung. Wenn ich das so sagen darf. Da steht dieser Tron. Und dann lesen wir die Dinge, die fast zu groß für uns. Und seine Knechte werden ihm dienen. Das sind wir Geschwister. Das sind wir, Brat und Säte. Seine Knechte. Das sind wir, das hier in der Anmerkung. Das sind wir hier in der Versammlung. 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 Und dann kommt etwas, was noch größer ist. Und Sie werden sein Gesicht sehen. Und Sie werden sehen, was ich wissen. Oder des Lammes. Und hier tendiere ich zum Lamm. Weil Timotheus schreibt, Paulus, dass Gott als solcher niemand gesehen hat noch sehen kann. Weil Gott in seiner absolutität nicht sehen kann. Aber wir werden den Herrn Jezus sehen. Wir werden Sein Gesicht sehen sehen. Ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem zweiten Korintherbrief. 1.2.4. 4.4. 6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Wie wird das Handeln Gottes in der Schöpfung. Als er Licht werden lißt, wo alles noch chyba? Wir verbinden meistens zuerst den Gedanken, damit Gott in das Herz eines Sünders leuchtet. I my tą myślą włączymy najczęściej, że gdy Bóg świeci w serce grzesznika, to ten człowiek poznaje swoje grzechy. Tak też jest. I wyznaje je i pokutuje. Ale to nie jest ten cel końcowy. Dlaczego Bóg zaświecił w to serce? To jest konieczne do nawrócenia się. Ale to nie jest ten cel końcowy. Das anencyj ist das, was wir in diesem Vers haben. Celem końcowym jest to, co mamy w tym wierszu. On zaświecił w nasze serca. Zu erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Ku poznaniu Chwały Bożej. Im angesicht Christi. Które jest na obliczu Chrystusowym. Wir werden sein angesicht sehen. Będziemy oglądali Jego oblicze. I w tym, czy ja przez to, całą Chwałę Bożą. Duchowo to już jest teraz aktualne. Jede Herrlichkeit Gottes erkennemy w Nim. Każdą Chwałę Bożą możemy rozpoznać w Nim. Ale wtedy będziemy widzieli Jego, jakim jest. I dla siebie dodaję, czy sobie tak dodaję. I swojego oblicza, od Jego oblicza nigdy już nie odwrócę. Czy myślimy, że będziemy w stanie jeszcze spoglądać gdzieś wokół? Czy będzie coś większego, niż tylko patrzeć na Niego? Nie ma takiej możliwości. To będzie całym naszym szczęście. To jest jeszcze więcej, niż Jemu służyć. Was hier, so als Bild meiner ich vor uns steht, ist Trondiener. To, co sobie to tak możemy wyobrazić, to jest Ci Słudze w Tronu. Diener, die direkt mit dem Tron verpopulizieren. Ci Słudze, którzy są bezpośrednio najbliżej połączeni z Tronem. Służą temu, który służy, który siedzi na Tronie. I widzą Tego, który siedzi na Tronie. Ale dla mnie osobiście, tą jakby wspanialszą, jeśli tak możemy określić, jest to, że będziemy oglądali Jego twarz. Das Angesicht des Lannes. Twarz Baranka. Ostatnie miejsce. Von diesen sieben, die wir in bezuge auf die Stadt haben. Z tych siedmiu, które odnoszą się do miasta. I jest jeszcze powiedziane, że będą panować na wieki wieków. Też ciekawe. Das sind doch seine Knechte. Przecież to są Słudzy Jego. Und plötzlich herrschen Knechte. I nagle, odkąd to Słudzy panują, to można powiedzieć, że jest to przeciwstawne samo w sobie. Ja, wir sind Knechte Gottes. Tak, jesteśmy Sługami Bożymi. Und auch herrschen wir. A jednak panujemy. Und auch die genauere beschreibung des himlischen Jeruzalems. I gdy to dokładniejszy, dokładniejszy opis tego niemieckiego Jeruzalem. Eine beschreibung ist die mehr dem zustand im tausendjährigen Reich entspricht. I jest bardziej tym, który odpowiada opisowi tysiązletniego Królestwa. Weil wir die Nationen finden. Gdzie znajdujemy narody. Die Blätter des Baums sind soch. Heilung der Nationen. Te liście, drzewa są ku uleczeniu narodów. Die Nationen wandeln durch das Licht. Dieser Stadt, das ist eine Quelle, aber in dem Lamm hat. Te narody idą przez to miasto w tym świetle, którego źródłem, gdzie źródło jest... Ist das Lamm. Wenn auch die Stadt leuchtet, aber in der Quelle dieses Lichts ist das Lamm. Dann sehen wir, dass das eine Schilderung ist, die dem tausendjährigen Reich entspricht, wenn es noch Nationen gibt. Dann sehen wir, dass das Lamm ist das Lamm. Aber der Satz hier am Ende... Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit... und sie werden, dass das jetzt in die Ewigkeit übergelegt wird. Wir sehen uns, dass das jetzt in die Ewigkeit übergelegt wird. Dass wir so verbunden sind, dass dieses Lamm alles für uns ist. Dass dieser Lamm ist für uns. Das Licht, das Licht, das Licht, das Leben, das Leben... Alles ist das Lamm für uns. Wszystkim dieser Lamm ist für uns. Wir dürfen die Einzigen, oder die Gläubigen sind die Einzigen, die sagen... A wierzący są jedynymi, którzy mówią... Du. 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 Weil wir dem Lamm so verbunden sind. Wir sind so verbunden, dass wir uns so verbunden sind. Ich hoffe, dass unser Herz unspricht. Ich hoffe, dass unser Herz das anspricht. Ich hoffe, dass das unser Herz entspricht. Jetzt möchte ich noch einen Vers zum Schluss lesen. Und nachher noch einen Vers. Wo wir bürger haben, das mit dem Lamm in Verbindung zu bringen. Gdzie pewnie mamy trud, by to miejsce połączyć z Barankiem. Kommen wir noch einmal zurück zu Offenbarung, Kapitel 6. Objawienie 6. Wie gesagt, Offenbarung 6. Haben wir das Öffnen der 6 Siegel. Das Siebte wird ein wenig später dann beschrieben. Hier haben wir das Öffnen der 7 Siegel. Siebte wird später öffnen. Das Öffnen der 7 Siegel bringt keine neue Gerichte, sondern öffnet die nächste Gerichtsphase. Aber die 6 Siegel öffnen alle Gerichte. Aber die 6 Siegel öffnen alle Gerichte. 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 Da haben wir fast keine Mühe, diese beiden Wörter zusammenzufrei. De 7 Siegel öffnen alle Gerichte. Da haben wir fast Mühe, diese beiden Wörter zusammenzuw相wierschen. Da haben wir fast Mühe, diese beiden Wörter zusammenzuarbeiten. Das sind wir wöber, diese Sonstruktion und Lamm. Hier ist von dem Zorn des Landes die Rede. Es wurde auch heute im Laufe des Tages immer wieder in Zusammenhang mit Simon dem Zauberer gesagt, ist hier noch jemand, der sich nicht begehrt hat. Wenn du dich nicht begehrt, wenn du dich nicht begehrt, dann wirst du den Zorn dieses Lamm erleben müssen, dieses Lamm, das sein Leben gegeben hat. Den Baranek, der auch für dich geschlachtet wurde. Komm doch heute zu diesem Heiland. Damit du nie den Zorn des Landes erleben musst. Abyś niegdy nie musiał przeżyć tego Sond Gniewu Baranka. Została podana pieśń 232. Kästie zielida Sieben. Zwei H dönem. Paul Schwarz Untertitelung. BR 2018 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 Und noch ein Lied 172. Geistliche Lieder. Untertitelung. BR 2018 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 Nech seß nun, Ty seß, dass man will, Pugn przez Bord, Ty na nas mag. Aby zazwzcieł, zwang owałą, Bez mir in der Schnellt-Hell-Fanz, lichst in den Zecken hauen, dass das Blühe der Schnellt-Hanz. Herr Jesus, im ersten Lied haben wir gesungen, Lob den Herrn, er ist die Gnade, ist voll Liebe und Geduld. Und im zweiten Lied, haben das zum Ausdruck gebracht. Sie, wir sitzen dir zu Füßen. Ja, Herr Jesus, und du gibst uns auch gutes Wort, ist sehr notwendig auf unserem Glaubensweg, wir leben in vielen Anfechtungen, Problemen. Und auch selbst unter uns nicht alles ist einig. Und du bist der Meister, so haben wir gesungen. Und du bist der Meister, und du bist unsere Herzen auf. Und du gibst unsere Herzen auf. Und du gibst unsere Herzen auf. Und du gibst den Bruder oder die Brüder, damit du ihnen deine Worte im Mund legst. Dass sie nicht von sich ausreden, aber von dir. Und du gibst uns selbst, dass wir nicht umsonst hören werden. Und du gibst uns, dass wir uns aufmerksam unsere Ohren, unser Herz auf dein Wort öffnen. Und wir bedanken dir für diese Stunde. Wir bedanken dir, Herr Jesus, für diese Möglichkeit. Und bleib du in unserer Mitte. Amen. 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 von Betsemes freuten sich, als sie die Bundeslade sahen. Herr Jezus, schenke du, dass es auch für uns eine Freude ist, nahe bei dir zu sein und unter deinem Wort. Damit wir immer diese positive Herzenshaltung vor dir haben. Wenn wir zu dir kommen, dass dein Wort immer ist wie der Honig, wie der Psalmist, der uns köstlich ist. Herr Jezus, wir befehlen uns dir an in dieser Stunde. Du siehst, dass hier an diesem Ort auch viele Diener sind. Gib du das entsprechende Wort für uns alle, die wir uns hier in diesem Saal befinden. Herr Jezus, wir glauben daran, dass du auch durch viele reden kannst. Und wir legen das alles in deine Hände. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2019 Aber Gott hat mich lieb. Und der Jesus ist für dich gestorben. Das haben wir heute Morgen betrachtet. Er hat alles gegeben, was er hatte. Seinen eigenen Sohn. Er hat alles gegeben, was er hatte. Seinen eigenen Sohn, Gott. Wir haben immer zwei Extreme. Entweder wir denken groß von uns, zu groß. Aber es gibt auch das andere Extreme. Und manche haben auch das, die denken zu klein von sich. Die sagen, ich kann gar nichts. Oder ob Gott mich überhaupt lieb. Und dem möchte ich sagen, ja, du bist es wert. Du bist kostbar in seinen Augen, so kostbar, dass er seinen eigenen Sohn für dich gab. Und genau das prägt ein Kind Gottes, nämlich diese Erkenntnis. Da gibt es einen, der mich liebt und der für mich sorgt. Jetzt schauen wir mal ins Detail, diese vier Tiere. Die ersten sind die Ameizen. Spójrzmy teraz na te zwierzęta. Pierwsze to Mrówki. Was ist das schon für ein Tier? Was ist das? Klein, unbedeutend. Małe, bez znaczenia. Unbeachtet. Nieznaczne właśnie. Aber was steht jetzt hier? Ob Sie sind ein nicht starkes Volk? Und hier ist, was ist das? Aber wo ist ihre Weisheit? 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 Sie bereiten im Sommer ihre Speise. W Lecie zbierają swój Pokarm. Diese Ameizen, die haben also vom Schöpfer Gott irgendetwas in sich hineingelegt bekommen, was vorsorge trifft. Te zwierzęta coś dostały od Boga Stworzyciela, co się dotyczy zaopatrzenia. Und das treibt sie dazu an, vorräte anzulegen. I to, jakby, popycha je do tego, aby pewne plany przedsięwziąć. Und zwar in der Zeit, wo es in Hülle und Fülle diese vorräte gibt. I mianowicie wtedy, by to zaopatrzenie zdobywać wtedy, gdy tego jest mnóstwo. Und sie wissen das nicht, weil ihre Eltern ihnen das sagen, sondern weil das in ihnen drinsteckt. Nie wiedzą tego stąd, że ich rodzice im powiedzieli, czy teraz zbierać, tylko po prostu mają to w sobie. Woher wissen sie denn, dass dein nächstes Bett da kommt? Skąd wiedzą, dass dann keine früchte mehr da sind, keine Nahrung mehr da ist? Skąd wiedzą, dass dann keine früchte mehr da sind, keine Nahrung mehr da ist? Also, das ist nicht ihre Erfahrung, nicht ihre Überlegung, sondern es steckt ihnen drin, sie wissen das. To nie ist ich doświadczenie, to nie ist ich wiedza, którą zdobyły. Und jetzt ist die Frage, wie wir das auf uns anwenden dürfen. Ich denke, das sind zwei Anwendungen, die wir machen. Das sind zwei Zastosowania, die wir machen. Das eine ist, Geschwister, wir sind hier auf dieser Erde, nicht für uns hier. Das Ziel, warum wir hier sind, ist für den geistlichen Bereich frucht zu bringen. Wir sind jetzt hier und das hat eine Auswirkung auf die Ewigkeit. Das heißt, wir wollen uns ermutigen und anspornen, um für den Herrn zu arbeiten. Und jeder ist gefragt, die Ameisen sind ein großes Volk mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Und sie sind alle kennenzulernen von Fleiss, das ist in Kapitel 6. Und sie arbeiten unmöglich. Wenn wir uns da einen Spiegel vorhalten, wie das bei uns? Mal machen wir mehr, mal weniger. Mal machen wir mehr, mal weniger. Mal sind wir wieder motywiert, vielleicht nach so einer Konferenz etwas anzupacken. Aber dann kommen vielleicht schwierige Herausforderungen, wieder zu sein. Und dann lassen wir wieder nach. Und dann lassen wir wieder nach. Wir wollen uns ermutigen, von diesem Ameisen zu lernen und vorsorge zu beteiligen. Wir wollen uns ermutigen, von diesem Ameisen zu lernen und vorsorge zu beteiligen. Aber etwas andere Gedanken liegt auch noch drin. Wir können auch diesen Sommer anwenden auf unsere Jugend. Auch in dem Leben eines Menschen gibt es ganz natürlich eine Zeit der Kraft, wo sie wächst und eine Zeit, wo das nachlässt. Und auch in unserem Leben, als Menschen, ist der Zeit, wenn wir die Kraft haben und diese Kraft haben. Das sieht man oft auch äußerlich. Wenn man anfängt, ein paar graue Haare zu haben, wie ich, oder einem die Haare ausfallen, weiß man, es geht nicht mehr weg auf, es geht weg ab. Und wenn man anfängt, wie man anfängt, wie man anfängt, wie man anfängt, wie man anfängt. Und geistlich ist es auch so, dass wir in Zeiten der Jugend leichter lernen. Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass ich in meiner jungen Zeit viel gute Belehrungen bekommen habe. Ich persönlich bin sehr dankbar dafür, dass ich in meiner jungen Zeit viel gute Belehrungen bekommen habe. Und je äter man wird, desto dankbar ist man, dass man solche Pflöcke einmal bekommen hat in seinem Leben. Und im sie ist starszym, dem sie ist bardziej wdzięcznym, dass eben solche Worte geliefert wurden. Also ich möchte ermutigen, nutz deine Zeit, wenn du jung bist. Wir haben gebetet dafür, dass du das Wort Gottes liebst und gerne liebst, um es zu hören. Aber ich möchte dir sagen, das reicht nicht. Aber ich möchte dir sagen, das reicht nicht. Aber ich möchte dir sagen, das reicht nicht. Es ist schön, sich einmal bedienen zu lassen in einem Restaurant. Wenn du das jeden Tag machst, dann magst du das nicht mehr. Du musst mal auch zu Hause Kartoffeln vorbereiten, kochen und essen. Trzeba samemu w domu przygotować ziemniaki, obrać, ugotować. Und das ist auch mit dem Wort Gottes. Du musst dich selber hinsetzen und selber lesen und selber graben. Dann wirst du einen bleibenden Segen haben. Ich möchte kurz noch ein paar weitere Dinge erwähnen, die wir von den Ameisen lernen können. Das ist nicht das Hauptgedanke hier, was wurde im Gebet so in der Richtung auch erwähnt. Wie ist das, wenn eine Ameise eine Last hat, die zu schwer ist? Wie ist das, wenn eine Brücke für einen schweren Siege ist? Wie ist das? Wstet ihr euch mal in den Wald und schaut euch an einen Ameisenberg an. Spójst euch mal in den Wald und schaut euch an einen Ameisenberg an. Da kommen zehn andere und helfen. Woher wissen die das? Woher wissen die das? Woher wissen die das? Warum sagen die nicht, das nicht mein Job? Warum sagen die nicht, das nicht mein Job? Du hast das angefangen und musst dich selber alleine klarkommen. Warum sagen die nicht, ich hab selbst so viel zu tun? Warum sagen die nicht, ich hab selbst so viel zu tun? Warum sagen die nicht, ich hab selbst zu viel zu tun? Sie kommen und helfen und tragen mit? Nie, one właśnie przychodzą, pomagają, pomagają ciągnąć, nieść. Bei den ersten drei tieren hier werden sie in der Märzal genannt. Pierwsze trzy zwierzęta są wymienione w liczbie mnogiej. Nicht die Ameise, sondern die Ameisen. Nie mrówka, tylko mrówki. Ein Volk, das zusammenarbeitet. Lud, który razem pracuje. Wo sind die, die sich interessieren für das Wohl und die Mühe des Anderen? Gdzie są wśród nas ci, którzy interessują się, jak się innym wiedzie? Ilu jest wśród nas samotnych, cierpiących i nikt o nich nie pyta? Jest wiele pracy. I Bóg szuka takich, którzy są wiernymi. Jeszcze jedna myśl. Mrówki też mają potomstwo i dbają o pokarm. Auch diese Aufgabe haben wir alle. I to zadanie jest dla nas wszystkich. Nicht nur als Eltern. Nie tylko jako rodzice. Als Geschwister in einem Ort. Nie, jako wierzący na jednym miejscu. Sehen wir auf die nächste Generation und geben ihm gute Nahrung. Czy zwracamy uwagę na kolejne pokolenie i podajemy im pokarm? Eine Nahrung, die sie verstehen und aufnehmen können. Pokarm, który zrozumieją i będą mogły przyjąć? Das weiß jede Mutter, dass ein einjähriges Kind kein großen Schnitzel mit allem möglichen vertragen kann. To każda mama wie, że roczne dziecko nie zje całego wielkiego kotleta ze wszystkim innym. Das muss eine angepasene, eine altarsgerechte Mauer sein. To musi być odpowiednie do wieku pokarm podany, odpowiedni. Ist das im geistlichen nicht genauso? Czy w duchowych sprawach nie jest tak samo? Als Eltern haben wir die erste Verantwortung, den Kindern die Bibel zu erklären, ob ihre kindgerechte Mauer. Jako rodzice, naszą pierwszą odpowiedzialnością jest, by naszym dzieciom wyjaśniać Biblię w sposób odpowiedni dla nich, do ich wieku. Aber darüber hinaus gibt es viele, viele Aufgaben, um den Kindern und den Jugendlichen zu helfen. I jest wiele innych też zadań, aby właśnie dzieciom, aby młodzieży pomagać. Wir gehen weiter zu dem nächsten Volk. Następny Lut. Die Kliptaxer, wie steht das bei euch? Borsuch. U nas ist Borsuch. Das ist schwierig, anerseits Borsuch. Das ist schwierig, anerseits Borsuch. Góralki. Góralki. Bo w języku polskim to zwierzę tutaj powinna być przetłumaczone jako góralek. Ich habe jetzt leider kein Bild dabei, aber ihr könnt es ja mal nachschauen. Gibt es Bilder, woanders. I można sobie sprawdzić. Das sieht so aus wie ein kleiner Hund, wie ein Dachs. Es kein Wormeltier. To podobne jest do takiego małego psa, bo tak mniej więcej wygląda. Aber was ist hier besonders? Co jest szczególnego? Auch ein nicht kräftiges Volk? Również to nie jest jakiś mocarny Lut. Die sind wirklich nur etwa so groß. Mniej więcej 30 centymetrów długości. Gibt es noch groß und kleiner, darum geht es jetzt nicht. Aber das ist kein Beindruck bis hier. To nie jest jakieś zwierzę, które by wywarło na nas wrażenie. Ein nicht kräftiges Volk wird hier noch einmal gesagt. Bez siły. Jeszcze raz to jest podkreślone. Aber was ist ihre Weisheit? Jaka jest ich mądrość? Sie können sich nicht verteidigen. Nie mogą się obronić. Sie können sich nicht weglaufen. Nie mogą uciec. Und alles Dinge, die ihnen nicht gegeben sind, wie andere Tiere. Te rzeczy nie są im dane. Und es wird erklärt, sie setzen ihr Haus auf den Felsen. Und diese Dachse, wenn es da schwierigkeiten gibt, dann verstecken die sich in hohen Felsen. Also nicht so ein Felsblock, wo man sich draufsetzen. Und wenn sie für sie für sie gibt, dann in diesen hohen Felsen. Diese hohe Felswände, da gibt es verwerfungen, schluchten. Und wenn ein Felsen kommt, dann gehen sie dort hinein und verstecken sich. Und wenn ein Felsen kommt, dann gehen sie dort hinein und verstecken sich. Und wenn ein Felsen entsteht, ein Problem für sie gibt, dann eben dort sie kreieren. Das heißt, dass sie ihren Schutz außerhalb von sich selbst suchen und finden. Das heißt, dass sie ihren Schutz außerhalb von sich selbst suchen und finden. Das heißt, dass sie schluchten schluchten irgendwo nach外側 und sie finden. Sie wissen, ich kann mich nicht verteidigen, es wird gefährlich? Dann suchen sie Schutz in dem Felsen. Wiedzą, dass sie sich selbst nicht zu schluchten. Es geht hier um Gläubige, wenn wir das bei uns anwenden. Auch unser Schutz ist der Jesus. Natürlich muss auch der Ungläubige sein Heil, in dem Herr Jesus den Fels finden. Und sein Haus auf den Fels bauen, nicht auf den Sand. Aber mir geht es jetzt um uns, um die Gläubigen, um eine ermutigung für uns. Wo finden wir unseren Schutz in Gefahr? Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, gdzie ist unser Schronienie? W naszej Wiedze? W naszym Schriftverständnis? W naszym Zrozumieniu Pism? Oder in den Brüdern? Oder in den Brüdern? Oder in anderen Menschen? Oder in anderen Menschen? In anderen Menschen? Nein, in einer Person, dem Herrn Jesus. Er wird uns nie im Stich lassen, uns nie versäumeln. Und er wird uns auch nie enttäuschen. Und er wird uns auch nie enttäuschen. Welche Not du auch hast? Geht zum Herrn. Manchmal sind die Schwierigkeiten zu groß, dass wir keinen Ausweg sehen. Geht zu ihm. Geht zu ihm. Er kann dir helfen. Er kann dir helfen. Und er wird es auch tun. Und er wird es auch tun. Das weitere sind die Heuschrecken. Auch hier im Plural ein Volk, was genannt wird und sie werden gekennzeichnet davon, dass sie keinen König haben. Hier ist es auch mit vielen und charaktert, dass sie keinen König haben. Heuschrecken sind ja für uns eigentlich mehr eine Plage. Dla uns Scharańcza koherrs sich z Plagą. Aber an sich sind diese Tiere eigentlich Einzelgänger. Aber sie leben alleine, suchen ihre Nahrung. Aber dann, wenn man sie beobachtet, so habe ich gelesen, wenn keine Nahrung mehr da ist, dann bildet sich ein Schwarm. Und es gibt keinen Heuschrecken König. Wie geht das? Wie kann das, dass sie alle zusammenkommen? Wie geht das? Sie ziehen alle zusammen aus in geordneten Scharen. Und sie rufen sich in diesen Scharen. Also wenn man dann so ein Bild mal sieht von so einem Heuschrecken, mit tausenden von Tierern. Und wenn wir so einen Scharen scharen, wo es vielleicht ein Millionen Menschen sind, die gehen los, fliegen alle in eine Richtung, in einer Richtung, und kommen in einen Ortlos nach oben. Das ist doch ein Wunder. Cud. Kein König, der sagt, hier geht's was. Kein König, der der Armee befindet alle in eine Richtung, alle in eine gleiche Gewaltigkeit. Nie ma Szefa, der sagt, alle in eine Richtung, alle in eine gleiche Geschwindigkeit. Nie ma dyskusji na początku, was machen wir denn jetzt? Nie ma dyskusji na początku, co teraz? Wo, wer weiß denn wo es Nahrung gibt? Skąd mamy wiedzieć, może w tą, albo w innen stronę? Fascynujące. Fascynujące. Und jetzt? Das ist ein Bild von uns. Obraz On o nas. Und was uns tief demütigt. Co nas bardzo upokasza. Auch wir haben keinen König, keinen sichtbaren König auf der Erde. Również i my nie mamy Króla, widzialnego Króla na tej Ziemi. Aber wir haben einen Herrn im Himmel. Ale mamy jednego Pana w niebie. Wir haben gestern betrachtet wie der Geist in uns wohnt, in jedem Gläubigen. I wczoraj rozważaliśmy, jak Duch mieszka w każdym wierzącym. Und wir wissen, da gibt es nur eine Richtung. I umiłowanie ist nur jeden Kierunek. Nicht zwei, nicht zwanzig. Nie dwa, ani nie dwadzieścia. Einen einzigen. Jeden, jedyny. Das ist die Richtung, die der Geist uns führt, um den Herrn Jesus groß zu machen. Wie kommt es, dass so viele spannungen da sind. Wir haben das im Gebet ausgedrückt. Wie kommt es, dass so viele Beziehungen unter Geschwistern belastet sind. Wie kommt es, dass so viele Beziehungen unter Geschwistern belastet sind. Liegt es nicht daran, dass wir sehr wohl wissen, dass wir einen König im Himmel haben, einen Herrn? Czy to jest w tym, że... Przecież dobrze wiemy, że mamy jednego Pana, Króla w niebie? Aber dass ich oft nicht bereit bin, ihm zu folgen. Sie haben keinen König und doch ziehen Sie allesamt aus im geordneten Schale. Nie mają Króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu, w uporządkowanym szeregu. Ich erzähle gerne einen Satz, den ich einmal in Holland gehört habe. Chętnie powtarzam pewne zdanie, które kiedyś usłyszałem w Holandii. Dort habe ich in einer Firma gearbeitet und da gab es ein neues Ziel für diese Fabrik. Und dann wurde gesagt, dass wir alle die Nase in die selbe Richtung halten müssen. Das hat mir sehr gut gefallen. Wenn wir geistlich unsere Nase in die Richtung halten, wo der Herr ist, Wenn wir, wenn wir uns unsere Nose beurteilen, werden wir automatisch in die gleiche Richtung gehen, dann werden wir automatisch in die gleiche Richtung gehen. Wenn wir die Nase wegdrehen, unser Gesicht wegdrehen vom Herrn, dann stehen sie gegeneinander. Wenn wir unser Nose beurteilen, dann haben wir den Herrn aus den Augen verloren. Dann haben wir den Herrn aus den Augen verloren. Der letzte Punkt ganz kurz die Eidexe. Ostatni Punkt Jaszczurka. Ich sagte schon, das ist das einzige der vier Tiere, die als im Singular, als einzelne Tier genannt ist. Tu ist, jako jedyna z tych przeczytanych, jako w Lidzwie Bejedynczej. Wir finden, dass über sie gesagt wird, dass man sie leicht fangen kann. Ist o niej powiedziane, dass man sie leicht fangen kann. Eidexe kann sich kaum verteidigen. Nie, nie może sie skryć praktycznie. Die kann nicht beißen, die kann nicht schlagen, nicht verletzen. Aber sie ist schnell. Aber sie ist schnell. Aber sie muss schnell sein, um so ein Tierchen zu fangen. Trzeba sein, um so ein Tierchen zu fangen. Man muss schon fach sein, um so ein Tierchen zu fangen. Man muss schon fach sein, um so ein Tierchen zu fangen. Und dann steht hier und doch ist sie in den Palästen der Könige. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Aber ich habe zwei Anwendungen gefunden. Dwa zastosowania znalazłem. Und das eine ist, der Gläubiger ist schwach. Er kann sich selbst nicht verteidigen. Jedno z nich. Wierzący ist słaby, sam sie nie obroni. Aber hat er nicht zu jeder Zeit zugang zu diesem Palast des Königs. Hast du als Kind Gottes nicht zu jeder Zeit, egal an welchem Ort, den Zugang zu dem Vater? Es gibt ganz vieles, was uns davon abhalten will, die Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen. Es gibt ganz vieles, was uns davon abhalten will, die Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen. Es gibt ganz vieles, was uns davon abhalten will, die Gemeinschaft mit dem Vater zu genießen. Dinge von außen, Dinge von innen, die uns daran hindern wollen. Aber wenn du dich ziehen lässt, wenn du möchtest, dann ist dieser Zugang jederzeit offen. Und das Licht an uns, das Licht an mir und dir diesen Zugang immer wieder zu suchen. Und das Licht an uns, das Licht an mir und dir diesen Zugang immer wieder zu suchen. Und vielleicht noch eine zweite Anwendung. Und vielleicht noch eine zweite Anwendung. Und vielleicht noch eine zweite Anwendung. Ist es nicht so, dass wir hier sind, um ein Zeugnis für den Herrn zu sein? Und jeder Gläubiger ist ein Licht an dem Ort, wo er steht. Auch da gibt es viele Widerstände, die das auslöschen wollen, das verhindern wollen. Auch da gibt es viele Widerstände, die das auslöschen wollen, das verhindern wollen. Aber ist es nicht so, dass der Gläubiger immer wieder, egal trotz Widerständen, dein Zugang dieses Zeugnis für den Herrn zu wollen? Aber das sehen wir auch in unserer Geschichte so oft. Wie Paulus, wie Petrus haben gezeugt und dann in die Gefängnis geworfen wurden. Gdy Paweł czy Piotr głosili i trafiali do więzienia. Man wollte dieses Zeugnis verhindern mit aller Macht. Chciał przeszkodzić temu świadectwo z wszelką mocą. Die zerstrojung, die wir gelesen haben, Kapitel 8. Rozproszenie, o którym czytaliśmy. Aber Gott hat das immer wieder gefühlt, dass ihr trotzdem weiter Zeugnis für ihn. Aber Gott immer noch dazu führt, dass wir immer weiter Zeugnis haben. 4 kleine Tiere. 4 kleine Tiere. Nichts, was wir uns verhindern. Nichts, was wir uns verhindern. Eigentlich verächtlich in den Augen der Menschen. Aber Gott möchte gerne, dass wir von diesen 4 Tieren lernen, als Gläubige, als Kinder Gottes. Aber Gott möchte, dass wir von diesen 4 Tieren lernen, als Gäubige, als Gäubige, als Gäubige, als Gäubige, als Gäubige. 5 Tieren. 5 Tieren. 5 Tieren. 6 Tieren. 6 Tieren. 5 Tieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das dritte ist der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Ich möchte gerne aus diesen vier Beispielen die Argo hier nimmt vier Merkmale der Wege Gottes mit uns zeigen. Gott führt uns auch einen Weg. Und durch diese vier Beispiel erkennen wir vier Kennzeichnungen, wie Gott uns führt. Und der erste Punkt ist der Weg, den Gott führt, den Plan, den er hat für dich und dich. Für mich ist ein Plan, der im Himmel erdacht ist. Der erste Punkt ist der Weg für dich und für mich, den Gott führt. Und das ist der Weg, die in der Erde ist der Weg. Manche Dinge verstehen wir nicht aus unserer Erde. Aber dann dürfen wir daran denken, Gott führt uns einen Weg und er hat einen Plan, den er im Himmel gemacht. Aber dann können wir daran denken, dass Gott für uns der Weg ist und der Weg ist. Und der Plan ist er in der Erde. Bei der Schlange können wir denken an Weisheit. Natürlich wurde das am Anfang der Geschichte der Menschheit in negativer Weise angewendet. Der Teufel benutzt sie die Schlange und sie fing Eva mit List. Aber der Herr Jesus sagt uns, dass Sie klug wie die Schöne sind. Aber der Herr Jesus sagt uns, dass Sie lachen wie die Schöne sind wie die Schöne sind. Natürlich nicht, dass wir eine solche böse Liste an den Tag legen. Aber er meint, wir sollen in Weisheit handeln. Aber er meint, wir sollen in Weisheit handeln. Und es ist gut daran zu denken, womit er es verbindet. Und es ist gut daran zu denken, womit er es verbindet. Und es ist gut daran zu denken, womit er es verbindet. Einfältig wie die Schöne. Und er sagt, dass Sie ehrlich sind, als Gäu. Scherzer als Gäu. Weil naiwiger als Gäu. Insofern können wir dieses Merkmal hier bei der Schlange finden, die Weisheit. Wir sehen uns diese Bedeutung, dass es da ist, dass es die Mäu. Gottes Wege, die er führt, sind gekennzeichnet durch Weisheit. Der Schreiber des Hebräer Briefes erklärt uns diesen Punkt auch. Der Schreiber des Hebräer Briefes erklärt uns diesen Punkt auch. Er sagt, wir die Väter nach dem Fleisch, wir züchtigen unsere Kinder. Er sagt, wir, die Väter nach dem Fleisch, wir züchtigen unsere Kinder. Er sagt, wir, ojzowie, według Ciała, wir haben unsere Kinder. Wir tun das nach gut denken. Natürlich meinen wir es gut. Aber nicht immer machen wir es gut. Aber nicht immer machen wir es gut. Aber wie erzieht Gott seine Söhne? 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 In Mäu. Das dritte Merkmal. Und die dritte Merkmal. Die Wege, die Gott führt, können durchaus durch Schwierigkeiten. Die drogi, die Gott führt, können durch Schwierigkeiten. Das ist die eine Anwendung, die wir machen können. Das schicht durch das Meer, durch das Wasser fährt. Gott führt durch Schwierigkeiten hindurch. Aber er führt zum Ziel. Bóg przeprowadza nas przez Schwierigkeiten. Aber er führt zum Ziel. Eine zweite Anwendung. Das Meer wühlt Unreinheit auf. Das Meer wird auch nicht untergehen. Und wenn ein Schiff nicht untergehen will, dann darf es das Meer nicht heranlassen. Dann darf es das Meer nicht heranlassen. Wenn ein Loch im Schiff ist und das Wasser kommt hinein, geht es unter. Wenn ein Loch im Schiff ist und das Wasser kommt hinein, geht es unter. Wenn ein Loch im Schiff ist und das Wasser kommt hinein, geht es unter. Gott führt uns einen Weg und er möchte, dass es ein Weg der Absonderung von allem Bösen ist. Das vierte. Was ist da, wo das Merkmal das Gottes Wort uns zeigt? Der Weg eines Mannes mit einer Jungenfrau. Der Obkowanie mężczyzny z kobietą. Das Merkmal ist Liebe. Gott führt uns und er führt uns in Liebe. Ein Plan, ein Weg, der im Himmel erdacht ist. Ein Weg, der durch Weisheit gekennzeichnet ist. Ein Weg, auf dem Gott uns in Absonderung von allem, was ihm entgegen ist, führt durch alle Umstände hinweg. Ein Weg, den er uns führt in Liebe. I droga, na której On nas prowadzi, w miłości. Gdzie oblicze, a na zawsze promieniuje miwek. Zabierzmy to ze sobą też, jako ten apel na naszą odpowiedzialność. Kiedy chodzimy tą naszą drogą po Weisheit, Anfang september fängt die Schule wieder an. Na początku września, tu zacznę się w szkole. Da sehe ich einige, die müssen dann wieder zum Unterricht gehen. Widzę tu kilku, którzy znów będą chodzili do szkoły. Oder andere sytuacje. Albo inne też sytuacje. Wie gehen wir unseren Weg? W jaki sposób chodzimy na tej naszej drodze? Gehen wir in den Aufblick zum Himmel, um Gottes Gedanken vom Himmel aus über uns zu tun? Chodzimy, patrząc się w Niebo, aby czynić te myśli, które Bóg nam stamtąd dał. Gehen wir in die Weisheit, die wir finden in Gottes Wort? Wchodzimy tą drogę w mądrości, którą znajdujemy w Słowie Bożym. Wo wir eben vier beispiele gefunden haben für solche Weisheit. Gdzie przedtem znaleźliśmy cztery przykłady na taką właśnie mądrość. Gehen wir in Absonderung vom Bösen. Wchodzimy tą drogę w odosobnieniu od zła. Vielleicht ein Thema, was in unserer Zeit umso wichtiger ist. To może coś powiedzieć, że to jest temat, który akurat w naszym czasie jest bardzo ważny, żeby więcej o nim mówić. uche yng z nimaxo, zehently civene WEISIER. Chodzimy też na tej drodze w taki sposób,여 przez trudności nie dajemy się zniechęcać, saśladować Pana J�� Dopiększa. Gehen wir unseren Weg auch in Liebe. Chodzimy nad tej drodze też w miłości. W miłości do Boga, która się pokazuje w posłuszyństwo wobec Niego. aber auch in Liebe zueinander, aber auch in Liebe zueinander, aber auch in Liebe zueinander, diese beiden Merkmale des neuen göttlichen Lebens. Das sind diese zwei Sätee nowe Leben von Boga. Johannes hat gesagt, Agur hat diese Worte aufgeschrieben. Johannes hat gesagt, dass es Agur hat diese Worte aufgeschrieben. Natürlich inspiriert vom Heiligen Geist. Und natürlich inspiriert vom Heiligen Geist. Im Vergleich zu dem großen Salomo war das auch ein kleiner Name. Im Vergleich zu dem Salomona, er war auch ein kleiner Mensch. Unbekannt, unbedeutend. Aber wie konnte er gebraucht werden, um uns so wertvolle belehren zu gehen? Aber wie konnte er gebraucht werden, um uns so wertvolle belehren zu gehen? So ist Gottes Wort. Und es möchte unser Herz ansprechen. Und es möchte unser Herz ansprechen. Das ist mein Herz. Vielen Dank. 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 die Scherze, der Schwarz-Grad fahrt. U Cialem mor in Werdze, doch durch die Blut, da ich da, schnitzel. Untertitelung des ZDF, 2020 Panie Jezu, Tobie jeszcze raz pragniemy podziękować. Herr Jezus, wir wollen Dir noch einmal danken. Za Twoją łaskę i za Twoją dobroć. Für Deine Gnade und für Deine Güte. Dziękujemy Ci za to, że jeszcze raz mogliśmy być u stóp Twoim, przy Słowie Twoim. Wir danken Dir dafür, dass wir noch einmal zu Deinen Füßen und unter Deinem Wort sein durften. Dziękujemy Ci za to, że Ty wypełniłeś to, co wyrażaliśmy na początku, w naszych modlitwach. Wir danken Dir dafür, dass Du erfüllt hast, worum wir Dich zu Beginn in unseren Gebeten baten. Dass Du dieses Wort für unsere Herzen gegeben hast. Dass dieses Wort zu uns geredet hat, dass es uns ermuntert hat, erquickt hat und auch ermahnt. Aber es war auch für uns ein Erinnerung. Ja, auch ermahnt. Dziękujemy Ci za to, dass Dein Wort so różnorodne. Dziękujemy Ci za to, dass Dein Wort so vielseitig ist. Dass es vielleicht trafia, dass es zu jedem Herz kann, oder zu kleinem, oder zu großartig ist. Und das ist... VIII rozdział, Kapitel VIII, 25-25. Und das ist ein Wunschwanzig. A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo Pańskie, udali się w powrotną drogę do Jerozolimy, zjasnując dobrą nowinę po wielu wioskach samarytańskich. A Anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe. Drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, Euno, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, której zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zarz powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I prosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony, jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże. Tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wzięty został spod prawa. O jego rodzie, któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunucha i nie ujrzał go więcej. Lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Zanim zaczniemy rozważać, jeszcze tylko dwa punkty ze strony organizacyjnej. W piątek prosiliśmy o krótkie wypowiedzi. I chcemy Wam bardzo, bardzo podziękować, że tak jest. Myślę, że to jest tak, że dostajemy dużo informacji zwrotnych, gdzie wierzący to zauważają i że rzeczywiście ten wpływ rozważania jest bardziej taki płynny. Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Nochmal vielen dziękuję. Co do tego tekstu, który był przeczytany, to widzieliście, że zaczęliśmy czytać od dwudziestego piątego wiersza. Chcielibyśmy rozważać od wiersza dwudziestego szóstego. Natomiast prosilibyśmy, aby jeden brat jeszcze poruszył jedną myśl odnośnie wiersza dwudziestego piątego. Bo niestety tłumaczenie polskie różni się w jednym momencie z tłumaczeniem niemieckim. W języku polskim jest napisane, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli słowo pańskie udali się w drogę powrotną do Jerozolimy. To są jakby dwie różne czynności. Złożenie świadectwa i opowiadanie słowa pańskiego. Zdwie handlomę, zewnętrzny odwiedź i opowiadanie słowa pańskiego. I bardzo często z tego powodu jest to łączone z dawaniem świadectwa w ten sposób, który jest znany w kręgach ewangelicznych. To będzie wykorzystywane jako opowiadanie z glębiów z ewangelicznych kreisów, w jaki sposób wytrzymał się w tym sposób. Świadanie świadectwa. Żeby można zrozumieć zewnętrzny odwiedź. Chociaż wiemy, że tutaj jest inna myśl i prosilibyśmy, żeby któryś z braci się zajął. Ale tu jest coś innego, a może ktoś z tym wydarzył. I jeszcze jedna myśl. W tym rozważanym fragmencie będziemy mieć do czynienia, czyli będzie temat chrztu. Natomiast on tak rzeczywiście pojawia się dopiero w wierszu 36. I dlatego chcemy też ten temat dopiero wtedy zacząć rozważać, bo mamy jeszcze wcześniej dużo innych pięknych myśl. Dziękuję. 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 was hier eigentlich verkündigt wurde, które mówią o tym, co tu w ogóle było muschane. Wir hatten ja in Vers 4 das Wort, in 4. wierszu na przykład es noch o Słowie, auch in Vers 4 den Christus, in Vers 12 das Evangelium von dem Reich Gottes, in 4. wierszu es noch Evangelium Christus, in 4. wierszu, in 4. wierszu es noch o Słowie Bożym, in 5. wierszu, in 3. wierszu jetzt noch in 4. wierszu es noch auf 5. wierszu es ganz o Jezus. Was haben die Apostel in diesem Fall, Vers 25, getan? Sie haben das Wort des Herrn bezeugt und geredet. Bezeugen heißt einfach mit großem Ernst darauf bestehen. Es ist ja bemerkenswert, dass wir in Vers 22 hatten, dass der Simon den Herrn bitten sollte und besuchte ihn sollte. Na przykład w 22 wierszu Szymon ist wezwany do tego, dass er Sam prosił Pana und er hat seine Grzeche. In Vers 24 sagt er, bitte ihr für mich zum Herrn. Und jetzt ist es genau dieser Herr, das heißt das Wort dieses Herrn was verkündigt worden. I dokładnie Słowo tego Pana, das ist eben nicht nur Jesus. Das ist ein Wort von jemandem, der Autorität besitzt. Es ist nicht egal, ob ich gehorsche oder nicht gehorsche. Dieses Wort hat Autorität, weil es von dem Herrn spricht. Und weil es von ihm kommt. Und deshalb wurde es bezeugt und das meint eben mit großem Ernst vorgestellt. Und geredet, das heißt, das Wort wurde in seiner ganzen Vielfalt entfaltet. Und beide Tätigkeiten beziehen sich auf dasselbe, auf das Wort des Herrn. Und diese Tätigkeiten, natürlich, dass dieses Wort, das Wort hat. Wir haben jetzt mehrfach gesehen in vergangenen Tagen. Wir haben jetzt mehrfach gesehen in vergangenen Tagen. Wir haben nichts anderes als dieses Wort, das wir prägen. Wir haben nichts anderes als dieses Wort, das wir prägen. Und wenn wir Christus predigen, dann ist es der Christus der Schriften. Und wenn es der Herr ist, dann zeigen wir, dass er Autorität besitzt. Das heißt, dass er der ist, der Menschen bekehren kann. Das heißt, dass er der ist, der Menschen bekehren kann. Aber dass es auch derjenige ist, der einmal Richter sein wird. Und dass das, was er sagt in seinem Wort wahr ist. Und dass das, was er sagt in seinem Wort wahr ist. Und das starten sie eben mit verkündigung des Evangeliums in vielen Dörfern der Samarytanien. Und das zeigt, dass sich der Dienst weitet das Zielgebiet des Dienstes. Wir sehen, dass die Gruppe und der Leion Döcke sich umsetzt. Nicht nur eine Stadt Samarias. Nicht nur eine Stadt Samarias. Und jetzt alle Dörfer, alle verschiedenen Dörfer, die Ihnen durch sie kamen. Und in dem Sinne sind wir jetzt hier, auch in dem zweiten Abschnitt, an einem ganz zentralen Punkt. Und deswegen w diesem nowen, naszym dzisiejszym Gryfku, też znajdujemy sie in der Decidivität. Der erste Schritt der Erweiterung von Jerusalem weg war Judea und Samaria. Weil der erste Schritt der Erweiterung von Jerusalem weg war Judea und Samaria. Der zweite Schritt ist jetzt, dass ein Heiliger Geist, das Evangelium hört. Das ist unser Abschnitt. A drugi stopień poszerzania tego zakresu, to jest, dass Poganin słyszy Ewangelie. Das ist ein Einzelner noch. Nadal ist das Osoba Pojedyncza, der auch wieder seine Heimat zurückkehrt, der auch wieder seine Heimat zurückkehrt, der auch wieder zurückkehrt, die auch wieder zurückkehrt. Das ist, Äthiopien war ja damals irgendwie das heutige Sudan Südost Ägypten. Also ein Hamid. Also ein Hamid. Więc był on Hamidą. Nachkommen von Ham. Potomek Hama. Der nächste Schritt ist dann, dass mit Paulus der Apostel der Nationen bekehrt wird, ein Semit. Das heißt, das Evangelium weitet sich jetzt in seinem Zielgebiet sozusagen bis an das Ende der Erde. I tymi osobami widzimy, jak zakres Ewangelii poszerza się. Wunderbare Zeit der Gnade, in der wir leben. To jest cudowny czas łaski, w którym żyjemy. Dass auch zu uns das Evangelium gekommen ist. Że i do nas dotarła ta Ewangelia. Ich darf noch einmal auf die Frage zurückkommen und will die mal formulieren, wie ich sie verstanden habe. Wenn ich sie falsch verstanden habe, setz mich sofort wieder hin. Wenn ich sie falsch verstanden habe, setze mich sofort wieder hin. Wenn ich sie falsch verstanden habe, setze mich sofort wieder hin. Die Apostel sehen, also zeugnis von ihrem Glauben ab. und dann haben sie das Wort gewählt, das ist richtig so? und dann haben sie das Wort gewählt, das ist richtig so? so habe ich es verstanden? aber jetzt ist eine Frage, welche Übersetzung ist richtig? jetzt ist eine Frage, welche Übersetzung ist richtig? es ist wichtig, es wird in unserer Übersetzung als zwei unterschiedliche Handlungen vorgestellt erst mal bezeugen, dann für die Biblii und ob das wichtig ist? ich bin natürlich jetzt kein Griechischer, um zu sagen, die Übersetzung oder jenes ist richtig ich möchte einfach mal vom Ablauf hier etwas sagen nie jestem znawcą języków greckiego i hebrajskiego i dlatego ciężko mi jest ocenig, które tłumaczenie jest słuszne ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną kolejność wydarzeń w 14. Samaria hat das Wort gotes aufgenommen w 14. wierszu czytamy, że Samaria przyjęła to Słowo to znaczy nawrócili się ludzie und deswegen sind sie ja auch getauft worden i z tego tytułu też się dali obszcig d.h. der Dienst der beiden hier, Petrus und Johannes war nicht so sehr die Verkündigung des Evangeliums więc służba Jana i Filipa tutaj nie było tak bardzo rozpowszechnianie Ewangelii sondern wie wir wiederholt gehört haben dass Petrus hier den Schlüssel braucht den der Herrn gegeben hat, um auch für Samaria aufzuschließen albo Piotra i Filipa tylko, że bardziej Piotr tutaj używa klucz Królestwa aby otworzyć zakres w Wszech Ewangelii też dla Samarytanii i dlatego pytanie, dlaczego Jan i Piotr mieli tutaj jeszcze raz poświadczyć o wierze sie sind doch viel mehr dorthin gegangen um den Glauben der Samarytans zu bezeugen und dann zu sehen, sie haben es angenommen und wir können sie taufen przecież tutaj z kontekstu wynika, że oni bardziej poszli, żeby się przekonać o wierze Samarytani i o niej świadczyć und deswegen sage ich nicht, weil ich aus Deutschland komme i dlatego to nie mówię z tego powodu, że przyjechałem z Niemiec ist nicht dieser Zusammenhang hier viel ich logisch, klingt ein bisschen technisch ist ja nicht viel mehr vom Fluss hier eingängig dass sie noch einmal das Wort des Herrn verkündigen um die Seele zu befestigen ale mówię to, ponieważ jest to bardziej logiczne i wydaje mi się, że z kontekstu wynika, że oni jeszcze raz głoszą to słowo i poświadczają, żeby ich umocnić i dlatego jest dla mnie wątpliwe, dlaczego on miałby jeszcze raz poświadczyć o Ewangelii, skoro o poświadczenie należy do zakresu Ewangelii, którą oni już usłyszeli. Patrząc na sam tekst są to rzeczywiście dwie rzeczy, erstens bezeugen, zweitens reden, najpierw poświadczać, później mówić, ale teraz istotny punkt, że obie te czynności nawiązują do Słowa Pana. Nic innego się nie dzieje, tylko Słowo Pańskie jest poświadczane, jak i też mówione. Przejdziemy do pierwsza dwudziestego szóstego. Anioł Pański rzekł do Filipa, Filip otrzymuje od Pana polecenie, że ma ten błogosławiony obszar Samarii opuścić. Gdybyśmy się postawili w sytuacji, choć tak trochę w sytuacji Filipa, to możemy sobie wyobrazić, że z pewnością pojawiły się u niego pytania. Właśnie słyszeliśmy, że dzieło w Samarii się rozprzestrzeniało. I teraz anioł Pański mówi do niego wstań i idź na południe. Ale to wyjątkowe jest, że ten błogosławiony słyszał i co robi wrażenie, to to, że on słucha natychmiast. W 27 wierszu i powstawszy poszedł. I ten anioł mówi mu dobitnie, droga do Gazy jest pustynna. Powiedzielibyśmy, przecież tam się nic nie może wydarzyć. A jednak on jest natychmiast gotowy, by wykonać to zadanie. Co ciekawe, ten anioł nie daje żadnych szczegółów. Nie mówi, co ma Filip tam zrobić. Jakie zadanie czeka na niego? Czy tam też będzie jakieś obfite żniwo? Nic mu nie opisuje w tym kontekście. Mówi do niego tylko wstań i idź na południe. Myślę, że to jest ważna lekcja i dla nas. My mamy takie skłonności, abyśmy zadanie, które otrzymujemy, by było nam opisane od początku do końca. Ale pan nie zawsze podaje natychmiast kompletną informację. Szanowni on miał tutaj, w tej chwili, tylko ten obfite, staj na i idź. Tutaj otrzymał tylko informację, wstań i idź. Lekcja dla nas? Nie zawsze musimy stawiać pytanie, a co tam będzie, co się wydarzy? Jakie będą następstwa? Jakie wyzwania na mnie czekają? Nie, jeśli mamy to wrażenie, przekonanie, że Pan nas powołuje i Pan mówi wstań i idź, nawet nie mówiąc nam, co się stanie dalej, to chcieliśmy wykonać to polecenie, to zadanie. Do tego miejsca w II Mojżeszowej 33 podobna sytuacja. Tu jest początek tej drogi pustynnej i tutaj ma wyruszyć milionowa grupa ludzi. I on mówi w II Mojżesz 33, wers 13, Lass mich doch deinen weg wissen. I 13 wiersz w środku mówi, daj mi poznać zamysły twoje. Mojżesz chciał wiedzieć, co się wydarzy w następnym czasie, poznać te dwa, trzy, może cztery kolejne miejsca, w których się będą. I Bóg daje opis. Czy Bóg daje opis? Nie, ani centymetra drogi. Ale daje mu coś o wiele więcej. Czternasty wiersz czy damy. Oblicze moje pójdzie z tobą. To oznacza, jestem przy tobie, jestem przy tym. Jeśli pójdziecie tą drogą, będę z wami szedł. Nie odstąpię od twojego boku. Tu jest ta nierozłączność połączona. Ten kontakt wzrokowy. To jest jedna z tych odpowiedzi, którą Bóg daje. I druga odpowiedź jest równie piękna. Zaznasz spokoju ode mnie, albo dam ci pokój. To innymi słowy mówiąc, Mojżeszu wyrusz. Możesz wyruszyć spokojnie, będąc spokojnym, bo ja pójdę z tobą. Dlatego możesz mieć ten wewnętrzny spokój. Jeśli to teraz obniesiemy do Filipa, to możemy widzieć, że tak jakby Filip to też przyjął dla siebie. Nie stawia żadnego pytania. Wstaje i po prostu idzie. I Bóg stawia mu tego człowieka na drodze, gdzie byśmy na pewno powiedzieli, jak coś takiego w ogóle jest możliwe. Przychodzi ktoś tysiące kilometrów z południa do Jerozolimy. Wraca do Etiopii. I spotyka się na tej drodze właśnie dokładnie tych dwóch. Filip i ten zarządca. To są ciekawe drogi Boże. Ale jakież błogosławieństwo z tego powstało. Rozdział kończy się. Ten zarządca idzie dalej z radością. A Filip wykonuje kolejne służby, które miał oddane. Co ciekawe to jest ta zbieżność, ta równoległość tego. Filip nagle został zabrany z Samarii. I tak samo nagle jest zabrany od tego zarządcy. I tutaj też jest może ta lekcja. To połączenie, powiązanie między tymi nowo nawróconymi. Nie powinna być powstawać może taka relacja bliska społeczność pomiędzy tym, który się właśnie nawrócił, a może Ewangelistą, który mu głosił. Ale ta społeczność ma powstać pomiędzy tym, który się nawrócił, a Panem Jezusem. Krótkie tylko nawiązanie do 25 wiersza, ale to tylko w uzupełnieniu. Bo też potwierdzenie tego znajdziemy w tym naszym fragmencie teraz, który będziemy rozważać. Ale chodzi mi o taką rzecz, że ktoś może również i dzisiaj twierdzić, że przez swoje świadectwo on poświadcza tym samym Słowo Pańskie. Ale jak już było wskazane, to jedynie Słowo ma być poświadczone i to Słowo Pańskie. Ale to pojęcie Słowo jest tutaj bardzo istotne, że to zawiera zakres, pewien sens myśli Bożych. I to nie może być przekaz jakichś ludzkich przeżyć, ale zakres myśli Bożych, które mają autorytet. I apostoł Piotr też to pisze w swoim liście, kto mówi, nie mówi, jak Słowo tam jest Boże akurat. Ale od 26 wiersza przeczytaliśmy właśnie tą nową scenę. I zobaczymy tego, jak wspominaliśmy z pokolenia Hama, na którym pamiętajmy było przekleństwo. I tym bardziej możemy podziwiać łaskę Bożą, która tu wychodzi naprzeciw również takiemu człowiekowi, pochodzącemu z tego pokolenia. Widzimy też tu błogosławieństwo jednostki. w sensie błogosławieństw, które są udzielane człowiekowi. My jesteśmy wybrani przed założeniem świata, nie w ogóle, ale każdy z osobna. Nie jesteśmy jako jedna grupa, ale jedna osoba. W grunnej grupie. I tu tak samo możemy docenić właśnie tą osobistą rzecz, to osobiste błogosławieństwo, jakie tutaj, możemy właśnie w osobie tego Eunucha zobaczyć. Chodzi mi o to, jak pojedyncza osoba jest po prostu cenna dla Boga. Chciałbym tę sytuację porównać z Panem Jezusem, który musiał przechodzić przez Samarię w Jana 4. Pamiętajmy, że poszedł tam dla tej jednej Samaritanki, dla tej jednej osoby. Aby tą jedną osobę obdarzyć życiem wiecznym. Tak właśnie ważna i cenna jest dla Boga pojedyncza osoba. I tym samym oczywiście osobista odpowiedzialność. Jak wieloma rzeczami się różnili Etiopczyk i Filip. In vielen Dingen waren Filipus und dieser Kämara sehr unterschiedlich. Etiopczyk był sługą królowej ziemskiej. Der Etiopia war ein diener einer irdischen Königin. Filip, sługą króla królów. Filipus dient z tym König der Könige. Na ziemi z kolei Filip był ubogi, chodził pieszo. Hier auf dieser Erde leben war Filipus wahrscheinlich arm, er wanderte zu fuß. A od decyzji Etiopczyka zależały finanse państwa. Jedoch von den entscheidungen und handlungen des Etiopias hingen gewaltige finanse einer ganzen nation ab. Etiopczyk był tak czarny, że aż Biblia wspomina, czy Etiop może zmienić kolor swojej skóry. Er war voraussichtlich so dunkelhäutig, dass sogar die Bibel sagt, kann ein Etiopia die farbe seiner Haut verändern? Filip był prawdopodobnie biały. Filipus, nehmen wir an, war weiß. Tych różnic dzisiaj mamy bardzo dużo. Von diesen unterschieden gibt's wahrscheinlich noch mehr. Każdy chrześcijanin jest w Bożych oczach cenny. Aber jeder Christ ist in den Augen Gottes kostbar. I każdy człowiek generalnie jest również w oczach Bożych cenny. Und auch jeder Mensch ist in den Augen Gottes kostbar. Te różnice, które my jako ludzie tworzymy, die Unterschiede, wie wir als Menschen machen, są dla Boga niczym, sind für Gott irrelevant. Tutaj jesteśmy na gruncie związanym z Kościołem, z chrześcijaństwem. Hier steht im Hintergrund der Beginn der Kirchengeschichte und der Versammlung. Bo oczywiście według Mojżeszowego Prawa Etiopczyk jako Eunuch nie miał żadnego Prawa być przyłączonym do Zgromadzenia Pańskiego. Denn wenn es um das Gesetz Israels ging, so hatte ein Äthiopia und schon gar nicht ein Eunuch das Anricht an dem Haus Gottes. Także obyczaje pogańskie Äthiopczyka też były na pewno takie, że włosy wydanne od dębna stanęły. Und sicherlich war sein persönliches Leben und seine Gewohnheiten, die er so pflegte, als Eunuch für uns durchaus Haare sträubend. Ale dla Boga te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia w Chrystusie. Für Gott jedoch hat das keine Bedeutung in Chrystus. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was Friedhelm sagte. Chciałbym wrócić do tego, co Friedhelm powiedział. Dass hier Philippus noch gesagt wird, er soll sich auf diese öde Straße begeben. Philippowi ist powiedziane, że ma się udać na drogę pustynną. Aber nicht gesagt was, was er dann dort tun soll. I nic nie wie, co ma tam uczynić. Sondern als er dann dort ist, sagt ihm der Geist, was er dann tun soll, dass er zu diesem Wagen hinzutreten soll. Dopiero, wie er sich da znalaz, to mu duch powiedział, co ma uczynić, że ma podejść do tego wozu. Wie er machte das Beispiel von Mose, wo wir ähnliches gesehen haben. Przytoczony był ten przykład Mojżesha, gdzie mieliśmy podobną sytuację. Aber das so wichtig ist, will ich noch ein weiteres Beispiel vorstellen. Dla mnie jest to tak ważne i chciałbym jeszcze jeden przykład przytoczyć, gdzie mamy tą samą zasadę. Hebrajczyków 11, gdzie w wierszu 8 czytamy, przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Abrahamowi było opowiedziane do tego kraju, do którego ci wskażę. Tak jest zapisane w Starym Testamencie. Często wyjaśniałem to tak bardzo obrazowo. Abraham miał dosyć duże posiadanie. I gdy on się udawał w drogę, to zwracało to uwagę. I może sąsiedzi go pytali, Abrahamie, gdzie idziesz? Musiał odpowiedzieć, tak naprawdę nie wie. I z pewnością ci ludzie sobie myśleli, coś u niego w głowie nie gra. Nie wierzący nie pojmie drogi wierzącego. Abraham był tak samo posłuszny, jak Filip tutaj. To jest prosto powiedziane. Wyobraźmy sobie, że Filip by trochę zwlekał. Spotkaliby się, czy może minęliby się w drodze? Nie mogę ci odpowiedzieć. Bóg może to jeszcze inaczej wierzyć, jak ten kumerał, który był podróżny. I coś podobnego. Bóg mógłby doprowadzić do tego, że urwałoby mu się koło u wozu i tak by znalazł Filipa. Wiecie, co ja mówię. Żeby byłby też taki chłopak. Wiecie, co mam na myśli. Bóg mógłby tym tak pokierować. Ale to Bóg nam pokazuje, że on był natychmiast posłuszny. Dlaczego Bóg czasami nie pokazuje nam całej drogi od razu? Bo bylibyśmy, byłoby niebezpieczeństwo wtedy, że stalibyśmy się niezależni. Wiedzielibyśmy, że teraz mogę to zrobić, to zrobić, to zrobić, to zrobić. Ale nie muszę Bóg zazwyczaj nie zapytać. Wiedzielibyśmy, że mam zrobić to, to, potem to i jeszcze to. To w międzyczasie po co mogę pytać Boga? Ale mogę zrobić tylko jeden krok. To muszę jeszcze zapytać. I potem muszę znowu pytać Boga. To utrzymuje nas w zależności od Niego. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że są różne sytuacje. Jeśli popatrzymy do dziewiątego rozdziału, gdzie czytamy o Ananiaszu. to Panu mówi dokładnie, co on ma zrobić. To jest dziewiąty rozdział, jedenasty wiersz. Kapitel 9, Vers 11. Natomiast Ananiasz w trzynastym wierszu odpowiada Panu, że słyszał o tym mężu. Po prostu miał wątpliwości do tego, co miał zrobić. To jest fakt, że podstawa Filipa i wielu mężów Bożych jest taka bezwarunkowa. Czyli oni mówią, ok, Panie bez pytań, robię to, co Ty każesz. Wiem, że w sytuacji Filipa i innych są bardzo wyjątkowe. Ok, ja mam wyjątkowe. Wiem, co to znaczy, Ale mnie osobiście bliżej jest do takiego Ananiasza, który ma wątpliwości, który się pyta Pana, czy rzeczywiście to, co mam zrobić, jest właściwe. Podobnie zresztą Jeremiasz chyba pytał, że jestem jeszcze młody i nie potrafię tego zrobić. A więc nie obawiajmy się pytać. Jeśli Pan nam coś kładzie na serce, żeby coś zrobić, nie obawiajmy się też pytać Pana. I Pan nam odpowie. Pan jest cierpliwy i pełen łaski do nas. Nie jesteśmy tu wątpię, w porządku, jeśli mamy wątpię, że jest to zespoły Gnodem i chęli, aby czuło mi się wątpię. Panie to co na słowę. Wiem, że w porządku, że do Ciebie Ciebie, że do Ciebie,ż zresztą to, że do Ciebie o to oczu, o to, o to oczu, o to, o to oczu, o to oczu. Aber es sollte nie mit Unglauben oder manchen Vertrauen verbunden sein. Und das nächste Beispiel ist ja Apostelgeschichte 7, wo war Petrus. I kolejnym przykładem jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, gdzie mamy Piotra. I to naczynie z nieba musiało trzykrotnie zstąpić, a to mówi, nie pójdę. Czy nie był to człowiek, który najwięcej od Pana otrzymał? I on jeszcze jakieś problemy widzi? Widzimy na podstawie tych trzech przykładów, że konieczne jest to, jaka jest nasza społeczność, czyli relacja serca. I możemy być tak z napełnieniem uprzedzeniami, że staniemy się w naszych sercach bezużyteczni. I on jeszcze raz. I on jeszcze raz. I on jeszcze raz. Przypowieści 3, 5. Nie mamy rozsądek. I chciemy być za to wdzięczni. Ale nie opierajmy się na naszym rozumie. Bardzo aktualne niebezpieczeństwo. I ciągle ponadczasowe. I tym piękniem właśnie promienieje zachowanie tego Filipa. On miał po prostu wstać i iść. Mogło być tak, że mógł powiedzieć, że mam tyle kontaktów tutaj. Wiem, jak mam postąpić w każdej sytuacji. I jak nawet ktoś nowy się pojawia, to niekoniecznie ja muszę do niego wyjść. Ale on taką myśl od razu odrzucił i był gotowy natychmiast iść. Iść to jest wykonać bardzo łatwą czynność. Taki sługa musiał wykonać tak prostą czynność. Był gotowy. I to była ta doskonała mądrość i poszedł na tą drogę. Udał się drogę. I jest też ta droga do góry. Jest też droga w dół mówić, mówić może każdy. W służbie dla Pana zawsze zstępujemy na dół. Nie może pojawić się nigdy pycha. Wtedy jesteśmy ukorzeni, upokorzeni, ukorzeni. Aby ta siła Pana była w nas żywa. Przeczytajmy z psalną 119. Vers 7, 67 wiersz. Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, ale teraz strzegam Twojego słowa. Vers 71. Dobrze mi, żebym został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich. Zanim zauważył to, że sąd Twoje są w sprawie iwe, i żeś mnie słusznie upokorzył. Zanim zauważył to. Mam pewna troska. Zauważyliśmy dość czasu, aby myśleć o tym, czego nie ma w tekście. I mówię to z wielką ostrożnością w moim sercu. Mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie. Czytałem, że ta droga miała mniej więcej 100 km. I nie ma ani jednego słowa, czy Filip na tej drodze co odczuł, czy się modlił, albo jak się modlił, co sobie myślał. Nie ma mowy, ile czasu potrzebował i tak dalej, nie chce się powtarzać. Bóg bardzo prosto przedstawia te fakty i one są cudowne. Bóg daje zadanie. Filip idzie. On też widzi później, dlaczego miał iść, że pewien człowiek miał się nawrócić. I chciałbym, życzę sobie, abyśmy to rozwożali. To doświadczenie serca i to wszystko inne nie są nam tutaj opisywane. Tutaj mamy duże przeciwieństwo pomiędzy tymi dwoma mężczyznami, którzy są nam przedstawieni. Przychodzi pewien człowiek do Jerozolimy, by szukać Chrystusa. I by znaleźć wiarę i myśli, że to znajdzie w Jerozolimie. I nie znalazł tam, dopiero Bóg mu darował w drodze powrotnej. W 9 rozdziale mamy Żyda, Saula. I on odchodzi z Jerozolimy po to, by prześladować Chrystusa. I wtedy dopiero jest osiągnięty, że Bóg do niego przemawia. I jeśli chcemy też te okoliczności rozważać, to nie zapominajmy, jak Bóg pisze swoje słowo. I widzimy, że ten Etiopczyk, ten dostojnik, wiele pieniędzy zapłacił. Ja też chcę być ostrożny, bo nie mamy ceny, ale kupił sobie swój Izajasza. I Izajasz jest prorokiem, który jest nazywany jako Ewangelista Starego Testamentu. I mamy tutaj potwierdzone miejsce, które Pan też mówi w Łukasza 11, chyba 9. Kto szuka, to znajdzie. I on wchodzi z tamtą, może będąc rozczarowanym, czego nie ma napisane, ale widzimy, że znalazł to, czego szukał. I widzimy dalej, że ten Ewangelista opiera się na Słowie. und wir sehen dann als drittes und das ist mein letzter Punkt i po trzeci, ostatni mój Punkt dass das lesen des Wortes Gottes nicht ausweicht dass das lesen des Wortes Gottes nicht ausweicht es muss ihm sozusagen verkündigt werden er muss an den Herrn Jesus glauben jemu muss być głoszone, dass er muss wierzyć Pana Jezusa und dazu hilft ihm der Evangelist Philippus und dazu hilft ihm der Evangelist Philippus ich möchte noch kurz einen Satz anfügen von der vor der Pause ich habe gehört dass es etwas hart rübergekommen ist was ich gesagt habe und wenn ich einem Bruder oder Brüdern wehgetan habe, dann tut mir das leid und möchte das gerne, dass das nicht in den Herzen zurückbleibt und wenn ich einem Bruder oder Brüdern wehgetan habe, dann tut mir das leid und möchte das gerne, dass das nicht in den Herzen zurückbleibt und ich möchte, dass ein Zandrachseus auf dem bleibt wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit um das restliche Kapitel noch etwas zumindest in großen Zügen zu betrachten wir haben jetzt in den Herzen, etwas zu stellen, wie Philippus mit diesem Mann umgeht und das ist etwas schönes, was wir uns auch mitnehmen können wenn wir einen Dienst tun wollen an Seelen anderer Menschen, gläubiger oder ungläubiger dann müssen wir bereit sein hinzugehen das zweite, was ich bemerkenswert finde ist, dass Philippus erst einmal zuhört er hört ihn, vers 30 die Stelle in der Jesaja lesen usw. er hört ihn, vers 30 die Stelle in der Jesaja lesen er wusste auch nicht, was sein Bedürfnis ganz genau spezifisch war er wusste auch nicht, was sein Bedürfnis ganz genau spezifisch war und auch das ist so wichtig wenn ich sofort anfange zu predigen wenn ich sofort anfange zu predigen dann weiß ich gar nicht, wo ich den anderen abholen muss ich redecke jetzt hier von der Beziehung zu einem Einzelnen ich redecke jetzt hier von der Beziehung zu einem Einzelnen und das zweite ist, welche Art von Frage stellt er dem er stellt ihm eine prüfende Frage wo er darauf antworten muss, dass etwas im seinem Herzen offenbar wird er stellt ihm eine prüfende Frage in seinem Herzen ein wenn er antwortet wird, muss er sein Herz Wir müssen uns noch einmal vorstellen, dieser Mann, der fuhr ja nicht alleine mit irgendwie so einem Pferdweg ist, in Grund. Ein Minister zu allen Zeiten, in jedem Land, der reist mit einem Gefolge. In Vers 31 ist er es, der den Philippus einlädt. Komm, steig auf. Und da entsteht jetzt eine ruhige Situation, ein Moment, wo Philippus jetzt beginnt. Können wir noch einmal wiederholen, konkretisieren diese Frage in Vers 34? Und dann antwortet ihm Philippus genau auf diese Frage. Wie schön führt der Herr, aber wie lässt sich Philippus hier wirklich sehr weise durch? Musik, kurz vor dem Herrn Schwerpunkt in Vers 34 ist er. Und dann hier Philippus spricht. Und wie schön ist er stateslos er unsp Heroin. Und zwar hier in der Vers 31 ist es, wo ist er Deutsch. Und zwar hier in der Vers 34 ist er. Wir haben schon gehört darüber, dass es ein Weg war, der öde ist. Also, er war berufen, in Gemeinschaft mit dem Herrn, ohne äußere Attraktivität dem Herrn zu dienen. Und auf diesem öden Weg hört er, dass der Geist zu ihm spricht. Wenn wir hören wollen oder wissen wollen, was der Herr von uns will, dass wir geleitet sein werden wollen, wenn wir hören wollen, was der Herr von uns will, dass wir durch ihn verabschieden sind, dann ist das so möglich, bildlich gesprochen auf einem öden Weg. Das ist so, auf dem Bildschirm sagen, möglich nur auf einem äußeren Ort. Auf diesem öden Weg trifft er auf einmal eine Persönlichkeit. Der Weg wurde also in diesem Moment gar nicht mehr so öde. Und dann sieht man, dass diese Drohung nicht so kustierbar war. Aber nicht das stand im Vorgrund. Aber nicht das stand im Vorgrund, sondern im Vorgrund stand das Bedürfnis, das versteckte Herz bedürfnis, was dieser Armmann hatte. Woher wissen wir das? Weil er nach Jerusalem fuhr, um anzureden. Weil er nach Jerusalem fuhr, um anzureden. Er war auf dem Wagen, um den Propheten zu sein. Und er siedelt auf dem Wohrung, um anzureden. Das zeigt mir, dass Menschen in dieser Welt fragen haben. Das zeigt mir, dass Menschen in dieser Welt fragen haben. Das zeigt mir, dass Menschen in dieser Welt fragen haben. Und antworten auf Ehrlichkeit fragen suchen. Und dann schütteln wir von Vers 31 bis Vers 35, dass diese Stelle zitiert wird, die er gelesen hat. Und der Kämmerer den Philippus fragt, dass er ihm doch erklären soll, von wem der Prophet hier spricht. Und der Dostoyer fragt Philippus und fragt ihn, was dieser Prorok spricht. Und Philippus fragt ihn dann seinen Mund auf, und anfangen von dieser Schrift ihm das Evangelium von Jesus predigte. Wir haben das jetzt schon sehr oft gehört, wie das Wort und vor allem die Person, um die es in diesem Wort geht, gepredigt wird. Wir lesen das sehr oft in unser Apostlässeschichte, dass sie den Christus oder den Jesus, den Herrn Jesus verkündigten. Cyhtan meinà tribes, da sie Christus oder Jesu zu sagen geрьßen. Und an einer Stelle lesen wir sogar, dass Paulus bewies anhand der Schriften, dass dieser Jesus, den sie gekre350 hatten, genau der Christus war. Und Pawele auch in einem Ort, dass er aufgrund der Bibel ist, dass der, der sie aufgrund der Bibel ist, ist Christus. Das ist einfach als demonstriert für uns oder an uns, dass wir einfach auch in der Lage sind, auf die Fragen der Menschen oder das Evangelium in seinen Grundlagen zu erklären. Und das ist auch für uns eine Begründung, damit wir bereit sind, aufgrund der Bibel zu erklären. Ich habe das manches Mal erlebt, dass, wenn man jemanden trifft, der einem eine Frage stellt, ein unglaublicher Mensch, und man dann etwas unsicher antwortet, weil man gerade keine Antwort paratet hat. Dann habe ich diese Frage aber links liegen lassen und keine Antworten wirklich darauf gesucht. Und dann kam jemand nochmal an mich heran und stellte genau dieselbe Frage. Und dann hatte ich wieder keine Antwort. Und dann habe ich noch nicht Antworten. Aber Philippus, die Zeit auf und am Anfang dieser Schrift verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Aber Philippus, die Zeit auf und er hat sich zu verraten, und er hat sich zu verraten. Und der Geist Gottes möchte immer das Wort Gottes benutzen, um in dem Menschen etwas zu bewirken. Aber hier benutzt der Geist Gottes eben auch einen Diener. Aber hier benutzt der Geist Gottes auch einen Diener. Er schickt den Philippus hin zu dem, der in dieser Schriftrolle liest. Und so wird Philippus zu diesem Werkzeug, das der Geist Gottes benutzt, um dem Eunuchem diese Stelle aufzuschließen. Und Philippus wird sich diesem Arzend, um diesem Werk zu erklären, um dem Eunuchem das Ort zu erklären. Er möchte eine Anwendung machen für uns. Wir lesen auch Gottes Wort, das hoffe ich jedenfalls. Und wir haben den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und er leitet uns in die ganze Wahrheit. Er lässt uns das Wort Gottes verstehen. Er pozwala, dass wir das Wort Gottes verstehen. Aber oft benutzt er dazu auch Diener, die uns dabei helfen. Und dann wollen wir diesen Dienst von Dienern, ob Schriftlich oder Mündlich auch nehmen. Diese Bereitwürdigkeit hatte der Eumuch. Er bittet Philippus aufzusteigen. Und er stellt eine Frage. In den Versen 32 und 33 haben wir jetzt das Zitat der Schriftstelle, die der Eumuch liest. Und das Zitat, das wir hier haben, ist aus der Septuaginta, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Und oft wird eine Frage gestellt. Warum ist hier die Einfolge umgekehrt bei der Benutzung des Wortes Schaf und Lamm? In dem Propheten Jesaja ist es genau umgekehrt. W Proroku Izajaszu ist dokładnie na odruch tutaj to zapisane. Nun, das Wort, das hier für Lamm steht, 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 das im griechischen mit Amnos übersetzt wird, das im griechischen mit Amnos übersetzt wird, das in der griechischen Sprache das Wort, das ab in 1. Mose 22 und 2. Mose 12 verwendet wird, das Wort, das in 1. Mose 22 und 2. Mose 12 verwendet wird. Wir haben die Stellen gestern Abend gesehen. Und wczoraj, wieczorem, die Mose 12 verwendet wird. Und gerade 2. Mose 12 verwendet wird deutlich, dass es kein ganz kleines Tier mehr war. Einjährig sollte dieses Tier sein. 2. Mose 12 verwendet wird, dass das Tier nicht so klein war. Es war also nicht so ein kleines Tier, sonst war ein ausgewachsenes Lamm oder Schaf. Das Wort Schaf, Rachela oder Rachel, Mutterschaf. Und das Wort Owca, Rachel, ist das andere Wort, das benutzt wird, das andere Wort, das benutzt wird. Und wir stellen fest, der Unterschied zwischen den beiden Tierern ist gar nicht so groß. Es ist also hier keine Schwierigkeit, kein Widerspruch in dieser Stelle. Und deshalb muss uns das keine Mühe machen. Vor allem soll uns das nicht von der eigentlichen Aussage dieses Zitat ablenken. Und ich möchte gerne vier Punkte zeigen, die in diesem Zitat vorgestellt werden. Und ich möchte gerne vier Punkte zeigen, die in diesem Zitat vorgestellt werden. Es geht um den Herrn Jezus. Es geht um den Herrn Jezus. Auf ihn weist der Propheten. Und erstens finden wir in vers 32 seine Bereitwilligkeit. Das, was uns bei dem Schaf, bei dem Lamm vorgestellt wird, ist dieses Widerspruchslose Bereitwillige sich führen lassen. Was für eine Bereitwilligkeit bei dem Herrn Jezus. Was für eine Bereitwilligkeit bei dem Herrn Jezus. Dieses Werk zu vollbringen, so schwer es auch war. In vers 32 ein zweiter Punkt. Drugi Punkt, w dem 32. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Jak w swoim uniżeniu. Entschuldigung, 33 am Anfang. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. W unizeniu Jego. W uniżeniu Jego został wyjęty spod prawa. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Es bedeutet, dass Herr Jezus durch den Tod, dem zugriff der Menschen entzogen wurde. Że Pan Jezus, przez śmierć jak gdyby został wyrwany z tego osądu ludzkiego. Gott hatte es zugelassen, dass die Menschen sich an ihm vergingen. Aber dadurch, dass er starb, konnten die Menschen ihm keine weiteren Kwaren zu finden. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Was bedeutet das hier? Meines bedeutet, wer kann beschreiben, wie schrecklich das war, was diese Menschen an ihm taten. Der Jezus sagt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Die, die ihn abgelehnt, ihn verworfen, ihn so misshandelt haben. Und der Prophet sagt, wer kann dieses Geschlecht beschreiben? Wer kann das in Worte fassen, was diese Menschen dem Herrn Jezus angetan haben? Wer kann das in Worte fassen, was diese Menschen mit dem Herrn Jezus gemacht haben? Und dann kommt ein vierter Punkt. Und dann kommt ein vierter Punkt. Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und das zeigt, dass der Herr Jezus, was die Verantwortung des Menschen angeht, eines gewaltsam Todes gestorben ist. Ja, das ist wahr. Er hat sein Leben gelassen freiwillig in seiner eigenen göttlichen Macht und Kraft. Aber was die Verantwortung der Menschen angeht. Aber was die Verantwortung der Mensch wird, Sie haben ihn umgebrachten. Das haben wir auch betracht. In Apostelgeschichte 2. Diese vier Punkte sind der Inhalt dieser Versen, die Ein-Nuch gerade liest. Die bereitwilligkeit des Herrn Jezus diesen Weg zu gehen. Dass er starb und damit den Zugriff der Menschen, dass ihm keine weiteren Qualen mehr zufügen konnten, weggenommen wurde. Die ganze Schrecklichkeit dessen, was die Menschen ihm antaten. Und was die Verantwortung der Menschen betrifft, gewaltzamer Tod. Und wir können uns gut vorstellen, dass der Ein-Nuch diese Frage hat, von wem sagt der Propheten, dieses Denk. Und jetzt erklärt er Philippus es Ihnen. Und er nimmt diese Schrift als Ausgangspunkt. Und er verkündigt ihm das Evangelium von Jesus. Und er spricht ihm das Evangelium von Jesus. Das ist der Name, den Herr Jesus getragen hat, den Niedrigkeit. Das ist der Name, den Herr Jesus getragen hat, den Niedrigkeit. Das ist der Name, den Herr Jesus getragen hat, den Niedrigkeit. Das ist der Name, der über dem Kreuz stand. Und er ist das Imi, das war auf dem Kreuz stand. Und diese Person nimmt diesen Ein-Nuch in Glauben an. Und diese Person nimmt diesen Ein-Nuch in Glauben an. Und von seiner Bekehrung als solche lezut der Garnier ist. Aber wir sehen etwas von einer ersten Frucht des neuen Lebens. Und er hat den Herrn Jesus in Glauben angenommen. Er hat die Botschaft von Philippus glaubend akzeptiert. Und er hat den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und er hat den Wunsch, sich taufen zu lassen. Und sich auch sichtbar auf die Seite dessen zu stellen, an den er geglaubt hat. Das war sicher eine Frucht des neuen Lebens. Und wir werden uns damit noch beschäftigen. Und wir werden uns damit noch beschäftigen. Und wir werden uns damit erstellen. Ich möchte etwas über die Taufe sagen und sagen jetzt ein paar Wunsch darüber nachzudenken. Die Taufe haben wir gestern gehört, rettet nicht für den Himmel. Den Satz möchte ich unterstreichen. Der Glaube rettet für den Himmel. Und trotzdem ist die Taufe wichtig. Die Taufe hat alles mit der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus Herr auf dieser Erde zu tun. Sie ist ein äußeres Zeichen. Aber damit dokumentieren wir, wir möchten einem Herrn nachfolgen, der hier auf dieser Erde abgelehnt wird. So gesehen ist die Taufe ganz eng verbunden mit dem Reich Gottes. Ich möchte jetzt nicht so sehr über die geistliche Bedeutung der Taufe sprechen, sondern etwas zu den äußeren Dingen sagen, die mit der Taufe handlung verbunden sind. Und ich greife noch mal ganz kurz zu Vers 12 zurück. Und ich greife noch mal ganz kurz zu Vers 12 zurück. Das erste, was ich sagen möchte, die Bibel zeigt uns, dass Männer und Frauen getauft werden. Wir lesen auch, dass Häuser getauft werden. Wir lesen auch, dass Häuser getauft werden. Wir lesen auch, dass Häuser getauft werden. Aber wir lesen an keiner Stelle ausdrücklich, dass Kinder getauft wurden. Die Taufe ist eine Folge des Glaubens. Die Taufe ist eine Folge des Glaubens. Und Menschen, die bewusst Jesus Christus angenommen haben, werden getauft. Das zweite, was wir hier in diesem Kapitel deutlich sehen, ist, dass die Taufe keine Sache der örtlichen Versammlung ist. Die Taufe ist eine ganz persönliche Sache zwischen dem Teufel und dem Teufel. Die Taufe ist eine ganz persönliche Sache zwischen dem Teufel und dem Teufel. Das dritte, was ich sagen möchte, ist, dass es nicht entscheidend ist, wer tauft, sondern entscheidend ist, wer getauft wird. Das ist interessant, dass es in Vers 12 heißt, sie wurden getauft. Das ist gut möglich, aber es steht da nicht. Das ist gut möglich, aber es steht da nicht. Das ist gut möglich, aber es steht da nicht. In Vers 38 ist es Philippus. Das ist nicht entscheidend, wer tauft. Wir sehen im ersten Korintherbrief, wie vorsichtig Paulus gerade deshalb damit war zu taufen. W Ier Liste do Korinthianu widzimy, dlaczego Paweł tak ostrożnie się obchodził z tym, kogo chrzin. Er hat sich nicht verweigert, aber er hat es selten getan. Nie powströmung sich, aber er czyniu das rzadko und ostrożnie. Dann sehen wir hier auch, dass die Taufe eine Wassertaufe ist. Das heißt hier, dass sie in das Wasser hinabstiegen. Die Teufel und Teufel gingen in das Wasser. Die Taufe spricht vom Tod. Das wird in dem Symbol des Untertauchens deutlich. Die Taufe ist keine Besprechung. Die Taufe ist kein Wasser, sondern ein Untertauch. Und dann möchte ich zum Schluss etwas sagen über die Frage des Kämmeres. Was hindert mich getauft zu werden? Philippus hat ihn nicht aufgefordert sich Taufe zu lassen? Er hat nicht gesagt, ich möchte dich Taufe. Der Kämmer hat gesagt, was hindert mich getauft zu werden. Ich sage nicht, dass wir jemanden mal ermutieren dürfen sich Taufe zu lassen. Ich sage nicht, dass wir jemanden mal ermutieren dürfen sich Taufe zu lassen. Wir sehen hier, dass es kein Hindernis gab zur Taufe. Wir sehen hier, dass es kein Hindernis gab zur Taufe. Und der Kämmer wird getauft. Das Ergebnis ist Freude. Aber ich möchte diese Frage jetzt mal zum Schluss ganz praktisch hier in den Raum stellen. Ich möchte diese Frage jetzt vorstellen. Jetzt erlauben ich mir den Text ein ganz kleines bisschen zu verändern. Und hier bitte ich mir den Text ein bisschen zu verändern. Was hindert dich getauft zu werden? Was hindert dich getauft zu werden? Was hindert dich getauft zu werden? Sind hier noch glaubende, die noch nicht getauft sind? Hier sind wierende, die noch nicht getauft sind? Dann nimm bitte die Frage mit, was hindert dich getauft zu werden? Ein Hindernis grund kann sein, dass man gar nicht gläubig ist. Das hindert dich in der Tat zu Taufe. Das hindert dich in der Tat zu Taufe. Und das hindernis solltest du schnell zu zweck holen. Ein zweites hindernis könnte sein, dass du sagst, ich möchte die Konsequenzen nicht tragen. Ich möchte mich nicht auf die Seite des abgelenten Jesus Christus stellen. Ich bin lieber ein U-Boot Christ. Wolałbym, wie ein Wodscher. Also ein Christ, der nach außen hin sich nicht zeigt als Christ. Der Jesus hat alles für dich getan. Und er möchte, dass wir uns öffentlich zu ihm stellen. Und er möchte, dass wir uns öffentlich zu ihm stellen. Es kann auch sein, dass dich hindert, dass du einfach gleichgültig bist. Und sagst, naja, kann ich irgendwann mal machen, muss jetzt nicht sein. Die Taufe ist etwas, was normalerweise, unmittelbar auf den Glauben erfolgt. W normalen Fall, der Krzest, dass es ohne eine längere Bewerhungszeit. Nawet bez dłuższego czasu doświadcania, oder überprüfen. Hier gab es keine Bewerhungszeit. Philippus hat nicht gesagt, jetzt beweist dich mal als Gläubiger und dann reden wir später mal über die Taufe. Philippus hat nicht gesagt, dass du gewonnen hast, dass du Christen bist. Und dann reden wir später mal über die Taufe. Predigt, Glaube, Taufe. Głoszenie, Wiara, Chrzest. Das ist die Reihenfolge und die sehen wir hier. Was finde dich, Gitaubiger? Was finde dich, Gitaubiger? Co stoi w twoim przypadku na przeszkodzie? W readingensektat von den Koristen. Krzyżko, Siebiger, von der Krumpe. Krzyżko, Siebiger. Krzyżko, Siebiger. Krzyżko, Siebiger. Tr además, Siebiger Zeit. Tr d h dort пишet. D a, Siebiger Zeit. Siebiger Zeit. Tja, Siebiger Zeit. I d a Ski, Siebiger Zeit. Ich finde Siebiger Zeit. Ich finde Siebiger Zeit. dass Kandazer ein Königstitel war, wie zum Beispiel der Farao. Und dann zu Vers 30, wie hat Philipp gehört oder bemerkt, dass der Kämmerer des Propheten Jesaja las? Woher sollte er das gehört haben? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Der Kämmerer offensichtlich laut gelesen. Wenn man ein paar Hintergrundinformationen zur Septuaginta liest, dann weiß man, dass der Text sehr dicht beieinander geschrieben wurde und nicht so leicht ist, auseinanderzuhalten. Wir reden von dieser Schriftrolle, die der Kämmerer hatte. Wir lesen dann in Vers 32, dass er wie ein Schaf zur Schlachtung geführt wurde. Und von dem Volk Israel lesen wir in Isaah 53, dass sie wie schafe alle umherirrten. Und was wir auch auf uns beziehen können, dass wir alle eigene Wege gegangen sind. Aber der Herr Jesus wurde im Gegensatz dazu auf einem Weg des Gehorsams zum Kreuz gelenkt. Dann haben wir hier gelesen von dem Lamm, dass Sturm ist vor seinem Scherer, der ihn schert. Das ist ein weißer Unterschied zu dem Jesaja Text. Dort steht von den Scherer, hier ist von einem die Rede. Vielleicht weiß uns das auf den Gedanken hin, dass der Herr Jesus letztendlich vor Gott erschienen ist in dem Gericht und dass das Lamm gerichtet werden musste von Gott. Zwei Gedanken. Der erste zu dem Abschnitt aus dem Jesaja Text. Wir haben den Inhalt schon betrachtet, was ich nicht wiederholen will. Aber der Heilige Geist konzentriert sich auf diesen ausschließlichen Abschnitt, der Propheten natürlich den Jesus bespricht. Sicherlich ist das kein Zufall. Und ausgehend von diesem prophetischen Beispiel aus dem Alten Testament verkündigt Philippus das Evangelium. Es gibt in dem Alten Testament so viele Bilder, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Und ob es glauben oder nicht, es gibt in der Christenheit bis heute viele Menschen, die nicht wissen, dass es so viele Bilder gibt, die auf den Herrn Jesus hinweisen. Natürlich. Wir sind in einem Zeitpunkt, in dem das Neue Testament noch nicht so vollständig verfügbar ist, wie wir es heute haben. Aber diese kleine Begegnung ist einfach eine Erwunterung, wie kostbar es ist, die Bilder aus dem Alten Testament zu kennen und den Menschen dadurch den Herrn zu zeigen. Und es gibt viele Menschen, die den Herrn Jesus nicht erkennt, in dem hebräischen Knecht, in dem Lam und so weiter und vielen anderen Beispielen. Deswegen ist es auch traurig, dass hier und da Menschen ganz bewusst das Alte Testament auslassen, um das Evangelium zu finden. Und sich nur auf das Neue konzentrieren. Das kann auch uns unter den Brüdern betreffen, wenn man ganz gezielt stellen aus dem Alten Testament auslässt in der Verkündigung. Und daraus eine gewisse Regel machen. Druga myśl. Wir haben gehört, dass ein Chrzest nie sollte sein, dass es kein Wachstumsprozess geben braucht, bis man sich taufen lässt. Und man muss auch nicht einen gewissen Zeitabschnitt abwarten bis zu diesem Moment. Das ist die Seite des Teuflings. Aber auch von Seiten der Taufenden sollte es keine Verzögerungszeit geben. Das ist keine besondere Zeremonie, die hier abgespielt wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass an einigen, in einigen Versammlungen hier in Polen vor einiger Zeit, man noch etwas anders an die Taufe herangeht. Es gab diese Gewohnheit, dass die Taufe zum Beispiel nur einmal im Jahr im Juli stattfindet. Und wenn jemand im August zum Glauben kam, dann hatte er Pech, weil er bis Juli warten musste. Wir sehen hier also eine gewisse Schlichtheit, um denjenigen, der getauft werden will, nicht zu hindern. Wenn auch eine Versammlung die Gewohnheit hat, ihre Taufe an einem See stattfinden zu lassen, was passiert. Wenn eine Seele getauft werden will im Dezember, wo dieser See eingefroren ist. Dann gibt es sicherlich Alternativen, die der Herr schenken kann, damit diese Person nicht warten muss. Ich möchte hier noch einmal kurz zum Mikrofon gehen. Mein lieber Freund Friedhelm hat mich auf etwas hingewiesen, damit kein Verständnis aufkommt. Wenn ich vorhin über die Kindertaufe gesprochen habe, habe ich vorhin über die Kindertaufe gesprochen. Ich möchte ich vielleicht präzise sagen müssen Seuchlinge oder Kleinkinde. Ich möchte vielleicht präzise sagen müssen Seuchlinge oder Kleinkinde. Natürlich gibt es heranwachsende Kinder, die eine bewusste Entscheidung für den Gang Jezus treffen. Und in dem Sinne sehen können natürlich auch Kinder getauft werden. W decreases ist, dass die Entscheidung, die bewusste Entscheidung für den Herrn Jezus getroffen wurde. Wichtig ist, dass die Entscheidung für Pana Jezus war bewusst ist. Ich wollte nur kurz kurz noch einmal sagen. Ich würde gerne noch einmal unterschreiben. Es ist sicherlich gut, wenn die Gläubigen aus einem örtlichen Zeugnis mitengagiert sind und die Tafel einer Person mit erleben. Aber in ihren Herzen. Aber wir dürfen daraus keinen Versammlungsformalismus machen. Jetzt komme ich noch einmal ganz an eine Stelle zurück ein bisschen, weil wir dazu gar nichts gesagt haben. Vers 35 am Anfang. Philippus aber tat seinen Mund auf. Ich hatte vorher schon etwas gesagt. Er hat den Kämacher gefragt, verstehst du auch was du liest? Aber wir merken hier, jetzt verkündigt er ihm ja ausgehend von dieser Stelle das Evangelium von Jezus. Und da wird diese Tätigkeit eingeleitet mit den Worten und er tat seinen Mund auf. Das heißt doch, wie ein gewisses Gewicht darauf gesetzt wird. Das zeigt doch, wie ein gewisses Gewicht darauf gesetzt wird. Das ist nicht ein unverbindliches Reden. Dann noch zu der Taufe. Es wurde vorhin gesagt, die Taufe rettet nicht für den Himmel. Es wurde vorhin gesagt, die Taufe rettet nicht für den Himmel. Dann hatte ich eigentlich erwartet, dass man kommt, aber sie rettet doch. Das wurde aber nicht gesagt, warum sage ich jetzt. Die Taufe hat etwas mit rettetem zu tun. In Bezug auf die Erde. Wer glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Ich sage ein Beispiel. Alle, die getauft wurden, das war ein öffentlicher Akt im Allgemeinen hier nicht, weil die Schmerz erhöhte. Es war natürlich trotzdem Personen dabei, ja. Das ist eine Folge. Aber ich meine, wenn die Taufe in Israel geschah, wo viele Juden dabei waren, wurden aus der Synagogen ausgeschlossen. Das hatte konsekwencje. Wir wissen, dass wir das in Apostelgeschichte 8 waren. Sie wurden alle vertreten. Und 70 nach Christus wurde dieser Stadt zerstört. Aber alle, die vertreten wurden, waren, kamen unter dieses Gericht, was die Stadt dann traf, nicht. Weil ihr klares Bekenntnis sie von dieser Stadt getrennt hatte. Weil das ich jasne wahrnicht hat, aus dieser Stadt vertreten hat. Und die Taufe hat auch mit der Rettung ganz praktisch auf der Erde zu tun. Und den Schmerz hat praktisch zu tun. Das ist noch etwas. Das ist die einzige Stelle hier bei dem Kämmerer, soweit ich das weiß. Wo der Wunsch getauft zu werden, von dem Teufling ausgeht. Wo der Wunsch getroffen ist, dass sie getrennt werden sollen. Das heißt nicht, lasst euch getrennt, sondern werdet getrennt. Ich kann mir also vorstellen, dass jemand, der das Evangelium verkündet. Und dem, dem er es verkündet, wenn es jetzt eine einzelne Person ist, kommt zum Glauben. Und wenn es jetzt eine einzelne Person ist, kommt zum Glauben. und ihm ist das Głoszone, dann sagt sie, dass sie zu ihnen, das erste Regeln des neuen Lebens sind. Dass der Teufel, dass der Ewangelist sagt, ich will nicht auf. Dass der Ewangelist sagt, ich will nicht auf. Dass der Ewangelist sagt, ich will nicht auf. Wir haben im Allgemeinen bei uns die Regel, dass der Teufling sein Fingerchen hebt. Das finde ich nur an dieser Stelle. Wir sehen, dass es mehr ausgeht, als die die das Evangelium verkündet haben. Die gesehen haben, dass das Evangelium ist angenommen. Die gesehen haben, dass das Evangelium ist angenommen. Dann haben sie die, die es angenommen haben, getrennt. Die, die sie angenommen haben, haben sie getrennt. Das war also mehr Aktivität, meine ich, auf der Seite des Teufels. Und nicht nur Teufel auf Anfrage. Und nicht nur Teufel auf Anfrage. Das ist bei uns heute mehr üblich. Gdzie u nas, vielleicht, vielleicht, wie es so praktisch ist. Ja. Bitte? Nein, im Viertel vor. Entschuldigung. Aber ich wollte jetzt auch schon. Ich möchte auch noch gerne etwas zur Taufe sagen. Ein Aspekt, der bisher, glaube ich, noch nicht so deutlich gemacht wurde. Man wird getauft. Man wird getauft auf eine Person. Das haben wir zum Beispiel gelesen in Vers 16 in Apostelgeschichte 8. Und Römer 6 zeigt uns, dass man getauft wird auf den Tod des Herrn Jezus. Ich möchte den Vers gerne lesen aus Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jezus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? In der Taufe erkenne ich an, dass der Herr Jezus in den Tod gehen musste, um mich zu retten. Und ich erkenne, an das war eigentlich mein Platz in diesem Tod, den er eingenommen hat. Und ich erkenne, dass das eigentlich mein Platz in diesem Tod, den er eingenommen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Freitagabend innen könnt. Da stand auch der Tod des Herrn vor uns. Und wir dürfen nie den Eindruck davon verlieren, dass der Jesus in den Tod gehen musste. Und dass das für ihn etwas Schreckliches war. Und dass das für ihn etwas Schreckliches war. Dann heißt es noch in Römer 6, Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod. Und wenn jemand begraben wird, dann wird er in die Erde gelegt. Und er verschwindet aus dem Blickfeld der Menschen. Und wenn Paulus hier in Römer 6 das Begräbnis mit der Taufe verknüpft. Dann ist diese Handlung untertauchen, dieser Augenblick, wo man den Teufling nicht mehr sieht, mit diesem Begräbnis vergleichbar. Aber wenn wir betonen, dass man getauft wird auf den Tod des Herrn Jezus, aber wenn wir betonen, dass er sich für mich gestorben ist, ich bin mit ihm gestorben, dann wollen wir das nicht lösen, dass der Jesus auch aufgestanden ist. Das ist jetzt streng genommen nicht mehr Taufe. Aber es gehört da mit zusammen, wie es dann in Vers 4 in Römer 6 heißt, so wie Christus aus dem Tod und auferweckt worden ist, durch die Herrschaft des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und abschließend noch einen kurzen Gedanken zur Taufe. Wir haben gehört, dass mit der Taufe verbunden ist ein Bekenntnis. Man Bekennt sich zu Christus. Das ist uns vielleicht sehr vertraut. Aber stellen wir uns mal vor für die Menschen damals, ob Juden, Samariter oder Heiden, sich zu Christus in der Taufe zu bekenntnis bedeutete, ich verlasse das Bekenntnis des Judentums, ich bin kein Heide mehr, ich stelle mich auf den Boden des Christentums, mit allen seinen gewaltigen Segnungen, mit allem seinen gewaltigen Segenen. vielleicht sind diese Gedanken uns nicht mehr so frisch, wie wir getauft sind. Aber diese Konferenz mag ja auch dazu dienen, dass es uns noch mal frisch und lebendig wird. Und ein letzter Gedanke. Das steht zwar nicht in der Bibel. Aber versuchen wir das mal aus der Perspektive des Herrn Jesus zu sehen. Da bekehrt sich auf dieser Erde einer. Er glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und dann stellt er sich auf die Seite des Herrn Jesus. Was mag das für eine Freude im Himmel bei dem Herrn Jesus sein? Jakaż, cóż to musi być za radość w niebie u Pana? Deswegen dieser Apel noch einmal. Dlatego ten Apel jeszcze raz. Wenn hier jemand ist, der gerettet ist, der den Herrn Jesus angenommen hat. Wenn hier jemand ist, der hier ist, der Herr Jesus angenommen hat. Wenn hier jemand ist, der hier ist, der Herr Jesus angenommen hat. Wenn hier jemand ist, der hier ist, der Herr Jesus angenommen hat. Und noch nicht getauft ist. A noch nicht getauft ist. Denkt auch mal über diesen Aspekt nach. Dann, um sich mit diesem Aus 1.5-3-4-4-7-4-2-1-2-4-3-3-3-4-4-4-3-4-4-4-5-4-4-3-4-4-4-4-3-3-4-6-3-4.